nach rom und der mutter den cäsar vorgestellt da musste er vor den cd ist immer höher gegangen zu allerhöchsten und dann war dann das gericht dann gab es welche den angeklagt haben gesagt haben paulus dass viele studieren das bringt dich um den sinnen man sagte paulus ach du ach edler wie hieß nochmal der name josephus plennus so ungefähr 8 josephus 2 ich habe den namen vergessen tatsächlich das sind wort gedachte worte wie ich rede na und das ist ja letztlich der heilige geist spricht und da sehen wir dass sie gesagt hat dass viele studieren bringt nicht um den sinnen weil viele sagen ja ja ihr kennt ja die weltmenschen hört auf die bibel zu lesen ach das bringt doch nichts und so das ist das studieren wenn zu wenn du so tief gehst dann bist du doch so radikal und das soll nicht so sein und da bringt dich um sinnen so reden ja die weltmenschen tatsächlich und da sehen wir das ist auch paulus so vorgeworfen haben und paulus hat gesagt das sind wohl wohl überlegte worte die spreche ja paulus hat eine heftige heftige weisheit mit den heiligen geist eine sehr sehr heftige wir haben wenn man sich ja auch das neue testament anschaut ist ja drei viertel oder sogar mehr hat ja paulus verfasst hat er verfasst heftig einer der die der größte feind mut einer der größten wir haben über den apostel geredet den paulus apos paulus ja der grandiose der wundervoll der guter apostel paulus ja das hilft sich mal und und da kam er darauf verschickt wieder heim der jetzt am leiden ist und gerade darüber nachdenken jetzt gibt es sogar muslime die ihnen ja natürlich nicht gut auf ihn zu sprechen sind und jetzt ihnen auf grund dafür dann fertig sagen sie ist so allerartig bestraft anstatt anstatt sofort ins gebet zu gehen und für den typen dazu beten weiße seht ihr was für eine komische art der den tag legen das ist so grausam ja das das sieht man leider immer wieder auch wo du bei isan bayern warst wo du ja rausgegangen ist da ist ja dann haben die und so ist er hochgegangen das ist hat keine fünf minuten gedauert da haben sich für uns schon die verschiedene leute von der art wieder haben sie schon direkt zerstritten da haben die hat den anders fertig gemacht isan hat haben sie gekriegt also da hat man das direkt schon gesehen die wenn diese was den diesen leuten los ist da ist da herrscht überhaupt kein frieden in ihren herzen verstehst du ich würde niemals auf den gedanken kommen selbst wenn ich mit orthodoxen oder katholiken oder evangelikaler wer auch immer ich einverstanden bin ihnen so die hölle zu wünschen oder sowas ich würde immer für die menschen beten und immer auch gerecht und fair zu ihnen sein ganz einfach ich muss nicht mit ihnen einverstanden sein in in der glaubensfrage und eine glaubenslehre nein ich werde ihnen aber eine eine ich werde ihnen das praktizieren was der jesus christus von mir verlangt und zwar ihnen nicht den tod zu wünschen oder gar dass sie zur hölle fahren oder was weiß wie bösartig so was ist so wie ein gewisser anderer der hier sein unwesen treibt sein tanga der meinem bruder und allen die mir folgen also allen euch die ihr mir folgt die bei mir seid die die hölle so wünscht zur hölle mit uns und mein bruder ist das normal sagt so was ein christ muss man überlegen dass er auch nicht die courage besitzt zu sagen okay ich habe einen fehler gemacht das war sehr sehr schlimmer satz den ich gesagt habe ich möchte dafür wusten wir müssen wir müssen einander jetzt nicht in der lehre die ganze zeit eins sein okay kein problem so aber zu sagen ich wünsche dir die hölle oder zur hölle mit allen die dir deinem bruder folgen und so das ist krank welcher geist ist das muss jeder für sich selber dann entscheiden naja egal wo damier der dj will mit dir reden der dj will mit reden ja schon wieder dj will wieder wissen warum denn ein letztes war noch danach muss ich wieder hast du gesehen dass ich ja ich habe das gefunden auf jeden fall ja das war ich bin da ich bin da ich bin daran erschaffenes ding schwört das ist dann natürlich aber wenn das sein eigener gott nach diesen fehler begeht das ist kein problem gott macht nämlich fehler ist doch kein fehler ist doch kein fehler wie die sagen alle ist erlaubt aber die anderen nicht ist der allah der urheber der bibel ja ist ja wie kommt das dass er dann sein eigenes wort der sprich in hebräer 6 13 dass er sagt es gibt nichts größeres als mich auf dass ich schwören könnte wie gesagt von der originalen bibel ja aber von der gefälschten nicht das heißt der eine gott sagt was genau richtig ist es gibt nichts größeres worauf ich schwören könnte und zwar auf mich selber und dann siehst du dass allah einfach sein propheten schwört weil weil er immer größer ist als allah seht ihr wie zu was die fähig sind diese muslime und er ist noch ein kleiner junger aber selbst die erwachsenen reden so wie er ja allah kann ja machen was er will aber merkst du denn nicht dass das ein fehler ist dass es schirk ist dass es maram ist einfach auf erschaffene dinge zu schwören kein normaler mensch macht sowas und dann soll gott sowas machen so quatsch ich wünsche euch gottes segen ja so antworten die muslime aber wirklich jeder eins der von den gleich groß oder klein ich möchte euch noch mal klipp und klar sagen wir müssen auch mit wir wissen ja die gesinnung von wie er auch über den herrn gespottet hat habt ihr gesehen das eine video als der sich so ein bisschen lustig gemacht hat und gesagt hat wo die christin kommen wenn sie mit dem wenn sie mit jesus in den tod gehen versteht ihr das hat er schon in einem video gesagt und jetzt könnte ich ihn auch fertig machen und sagen siehst du der wahrhaftige gott hat mich bestraft deswegen aber das mache ich nicht weil der herr sagt wir sollen für die menschen beten und deswegen werden wir jetzt auf jesus christus mein herr und mein gott ich danke dir von ganzem herzen her dass du uns ja in unseren herzen gelegt dass das wir barmherzig gütig und gnädig sein sollen jesus christus und nicht gleich mit gleichem vergelten daher möchte ich jetzt die gunste stunde suchen und zu dir beten her und für chef ibrahim beten dass du gnade an ihn hast jesus christus dass er nicht ohne dich in den tod geht her denn er braucht eine gnade herr jesus christus er braucht dich her herr wir brauchen alle nur dich herr jesus christus denn du allein bist fähig unsere schuld zu tragen herr jesus christus und du hast sie getragen am kreuze denn am kreuze von golgatha ist alles geschehen dazu ausgerufen hast es ist vollbracht daher bitte ich dich vom ganzen herzen herr dass du noch ganz viele muslime die augen öffnissen und dass sie dich erkennen dass sie einen erlöser brauchen herr jesus christus dass sie dich den einzig wahren erlöser auch akzeptieren und ihre seelen in sicherheit bringen herr jesus christus ich bitte dich von herzen erhöhe mein gebet mein flehen herr und lasse nicht so dass er ohne dich in den tod geht der jesus christus und ich bitte dich auch von ganzem herzen dass all diejenigen die wegen dir in den tod gegangen sind der jesus christus dass du ihnen wirklich das himmelreich gewährst dass alle märtyrer in dir wahrhaftig in dein himmelreich einkehren und neben dir da wo du bist den höchsten rang habe der jesus christus darum bitten wir dich in deinem heiligen namen aber es haben ja einige christi geschrieben die wollen ja nicht viel beten aber wir sollen selbst unsere feinde wirklich aber wir sollten niemals irgendein ja ich hoffe natürlich damals als ich auch für den björn gebetet habe auf einmal ging es seiner tochter wieder gut habt ihr gesehen mit björn das auch geredet mit dem habe ich auch mal geredet ja dadurch da drei video gemacht haben wir hier als geschwister alle für ihn gebetet und die kraft des gebeten vermag viel wenn es ernst ist ich habe also zum herrn gefläht und gebeten dass er gnade mit seiner tochter hat das kann jeder von euch bezeugen wer hier drinnen war und ich glaube nach ein paar Tagen ging es schon wieder bergauf mit seiner kleinen gott sei dank heftig siehst du was der jesus macht natürlich aber sie denken dass das allah wäre nein 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 allah kann niemanden erhören es ist der wahrhaftige gott jesus christus sobald du sogar sagst gott ist er damit gemeint er ist es der gebet erhört ja gepriesen sei sein heiliger name ewigkeit umfassbar was eigentlich gott eine liebe mit uns hat wo wir es gar nicht verdient haben gerade bedeutende vergebung die wir nicht verdient haben ja nun da stehe ich ja da ist johannisbrief kapitel fünf sehr sehr schöne sachen wird kapitel vier dass er alles aus liebe getan hat das aus liebe sein eingeborenen sohn herr gehabt damit wir frieden machen siehst du das hat unser herr und gott uns beigebracht dass wir ja die liebe in unserem herzen ausgießen sollen dass die das und dass die liebe größer ist als das böse denn wir sollen immer gutes mit nicht böses mit böse vergelten sondern das böse mit gutem überwinden siehst du wie der herr die worte in unser herz legt und uns zu guten werken aufruft zum ansporen zu guten werken und zu liebe hebria 10 24 lasst uns anfeuern zu guten werken und zu liebe uns einander zu lieben das ist der heilige geist das ist der heilige geist schon heftig wie der herr was der beispiel da steht sogar drinnen kann man feuer mit feuer bekämpfen oder noch mehr feuer ja aber mit wasser du kannst deine sehne raus schreien aller wird dich nicht hören ja genau weil der kein gott ist sondern der allmächtige gott ist immer ja das ist auch erstaunlich die juden sagen immer ja und vater und vater und die musik sein was anderes einfach weil einfach 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 ist der gott der bibel heißt jahweh also das j-h-w-h ne ja und dann siehst du auf einmal dieser mondgott aus saudi arabien will auch auf einmal der gott der bibel sein aber hat er vergessen dass sein name eigentlich jahweh ist der ich bin der seiende der ewige alles artikel der mondgott oder ich habe eine frage das wollte ich dich mal fragen ich weiß nicht ob mich jemand da anlügt oder ich da mal was falsches gelesen stimmt das jetzt wirklich das bohamed das vater wirklich kalb heißt also ja also er heißt wirklich also ich dachte ich bin ich habe das ist ja nur ein titel ja das ist ja der gepriesene der preiswürdige und wir wissen wer der preiswürdige ist richtig wer ist der preiswürdige im christentum in der bibel wen soll der preis also zu was macht sich muhammad der macht sich zu jesus christus du gott so sieht es aus so sieht es aus wie ist muhammad jetzt nun des verfluchten hundes nein der hieß raschen kathen bedeutet die verdorbene frucht oder die verrottete frucht und ibn al-kilab heißt sohn von hunden sohn von hunden sohn von hunden ibn al-kilab ja so ein ein wie heißt das ein muslimischer scheich ein tunisischer muslimischer scheich hat mal nachforschung angestellt und hat herausgefunden dass der wahrhaftige name von muhammad kathen ist und kathen bedeutet die verdorbene oder die verrottete frucht heftig an ihren früchten werdet ihr sie erkennen wie krass boah was für eine symbolik an ihre früchten werdet ihr sie erkennen heftig bruder amir wahnsinn ne das war das war stark wie der eigentlich kannst du das übersetzen an ja so ein tunisischer scheich hat es mal losgezogen und hat mal herausgefunden wie der wie der echte nahe von muhammad war und er hat herausgefunden dass der rassim hieß rassim ibn al-kilab und jeder weiß das jeder araber weiß das heftig wo ich das erste mal gehört da dachte ich ich sehe nicht richtig ich gehe mir so hey ist das gelogen oder so wie krass das eindeutig ne wie krass das auch perfekt zusammenpasst mit matthäus 7 14 erhütet euch vor den falschen propheten der in schafsklager zu euch kommt inwendig aber ein reißender wolf ist an seinen früchten werdet ihr sie erkennen ja genau verdrottete verdorbene früchte was bedeutet das auf arabisch also was bedeutet diese kaffe verdorbene verdorbene früchte das war wirklich bumm Das war boom bum 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 Das war ja ne richtig bumm das war ja ne richtig bumm bruh Das war ja ne richtig bummat Das ist heftig ne wenn du darüber nachdenkst wie krass Wie heftig, wie heftig, wie heftig Umfassbar Oder wo der Herr Jesus da sagte bzw. der Heilige Geist hat ja da gesprochen Galater 1, Vers 8 Das ist sowieso an alle gerichtet an alle falschen Evangelien Aber wie treffend das wieder auf Mohammed wieder aber wiederum zutrifft Galater 1, Vers 8 Selbst wenn ein Engel und Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt Wegen dem Engel auch Wegen dem Engel auch Als das, was wir euch verkündigen haben, der seid verflucht Wo ich das Isam Bayan gesagt habe Sein Gesichtausdruck muss man so sehen Das habe ich hier in meinem TikTok-Kanaria gepostet Sein Gesicht muss man so Der hat so zustimmend so ein Gesichtausdruck gehabt Ja, er stimmt mir schon zu Er hat dazu gemacht Ja, der hat schon recht, der junge Mann Der hat schon was Wahres gesagt Der Isam ist ja nicht jemand, der diskutieren kann Er ist ja kein Debattierer, der ist einfach nur ein Eigentlich ein netter Typ, der oberflächlich an beiden Glaubensrichtungen mal gekratzt hat Mehr mit seiner Religion, ja, aber ganz oberflächlich an die Bibel reingegangen ist Das habe ich auch gemerkt Ich habe von ihm aber richtig was erwartet Wo ich mit den ersten Ich habe voll erwartet, dass jetzt ein Ganz, ganz starkes, was kommt auch stark redet Aber ich habe gemerkt, der hat ja noch weniger Also der Google sogar auch noch Um die Bibel aufzudecken Ja, da wird doch mal Prophezei, steht doch hier drin Ich habe mich zu verarschen, als ich soll Isam, das hast du gerade gegoogelt Der steht, der hier drin ist Er hat komplett in Google gefragt Ganz schnell wie bei mir Da sagt er, siehst du Da gibt er ein Dead Sea Scrolls Fake Und dann die ersten Seiten gekommen Und sagt er, siehst du, ich habe herausgefunden Deshalb habe ich mich total damit auseinandergesetzt Ja, ist es Da sagt er Einstein Da sagt er Isam Da sagt er Isam Ja, Amir, damit habe ich mich komplett auseinandergesetzt Auf einmal zeigt er mich National Geographic Und dann sagen National Geographic Und CNN, dass die Dead Sea Scrolls Alle echt sind Es handelt sich nur um 16 Fragmente Die irgendwie auf dem Antiquitätenmarkt gelandet sind Und die als Fälschung gemittelt sind Alle anderen, die im Jerusalemer Museum sind Sind alle echt 100 Millionen zu 0 für Jesus Christus Unfassbar, der Islam Aber seht ihr, ich war nur da Und habe den größten Beweis gebracht Für alle Muslime Und dann bin ich wieder weggegangen Habt ihr gesehen? Ja, so soll es sein Alle waren am Ende Alle waren am Ende Die haben gesagt Ach du Heilige Der Amir hat den Islam In unter 10 Minuten ruiniert Der Manuel kommt auf sein Leben Bis heute noch nicht klar Nur unter 10 Minuten Islam ruiniert Der Pier Vogel Denkt so Der kann in unter 10 Sekunden Das Christentum widerlegen Johannes 5, Vers 30 Der Dr. Scheer Aber mir macht den 10 Minuten Islam auseinandernehmen Kein Problem Pier Vogel Ich mache das genauso wie du Ich mache das genauso wie du Mein süßer Pier Vogel My sweetie Der Pier Vogel Der ist der Heftigste Ich bin gar nichts guter Armee Ich bin ein kleiner Quitsch Nichts Der mich sofort blockiert Wo ich mich rausgekommen habe Er hat das Video gesehen Und blockiert mich Unfassbar Ich dachte am wenigsten da Hätte ich ihn locken können Hallo kannst du meinen Kollegen nicht auch eine Anfrage schickt der hochholen weil der hat auch ein paar Fragen Wer denn Der heißt Marlon glaube ich Er ist kein Marlon Safe? Ah doch doch Er ist Marlon Er hat nur ein Adler mit Deutschland Hallo? Hallo mein Lieber Hallo Bruder Ich habe eine Frage Nämlich Bist du katholisch? Weder Nein Weder orthodox Katholisch noch evangelisch Wir sind wiedergeborene Kinder Gottes Nach Johannes 3 Vers 3 Okay damit hat sich meine eine Frage auch schon erledigt Glaubst du daran dass Mutter Maria die Mutter von Gott ist oder nur von Jesus? Von dem Menschensohn Jesus Christus nicht von Gott Der hat den Menschensohn Jesus Christus geboren Achso Und wie genau hast du In Ewigkeit Gott Ja er ist in Ewigkeit Gott Die Hypostase Sohn Gottes ist in Ewigkeit Gott selbst Und dann wurde er als ein Mensch geboren Ganz normal Der Retter wurde geboren Also ja Wo hast du zum Christentum gefunden? Durch eigene Recherche Und ich habe nicht zum Christentum gefunden Ich habe zum Herrn Jesus Christus gefunden Nicht zum Christentum Wie durch eigene Recherche Weil du hast ja erzählt Du warst früher selber Moslem oder? Ja richtig Und dann habe ich mich hingesetzt Habe mir dem ganzen nachgegangen Wollte herausfinden ob der Islam die Wahrheit ist Ob der die ganzen kritischen Punkten standhält Da habe ich herausgefunden Dass er komplett auseinander fliegt Dass Allah eigentlich ein Super fliegendes Schienbein ist Mit zwei rechten Händen da dran Und einem Fuß Und wolliges Haar Und ähm Sehr sehr kurz Man muss ja die Hadife gucken Ob die authentisch sind Man muss ja Man kann nicht einfach lesen Und die dann Das steht doch vom Koran Der Koran zeugt doch davon In Sura 68 Vers 42 Was steht denn da? Dass Allah sein sexy Bein Am Tage der Auferstehung zeigt Und sie aufgefordert werden Sich anbeten niederzuwerfen Genau So wie ich das immer wieder sage Kennst du ja wie Melrin Monroe Ihr Rock so hochzieht So macht der Allah das genauso Am Tage der Auferstehung Und dann werden sie anhand Dieses Beines Ihn erkennen Und dann werden sie sich Anbeten niederwerfen Richtig Ich frage mich Wie die überhaupt Allahs Bein erkannt haben Haben sie das Bein Schon vorher gesehen Oder wie? Ja Deswegen Kannst du auch Optimus Prime Anbeten gehen Das ist genau dasselbe So wie man sehr krass sagt Das ist ein Hindu-Gott Das ist nichts anderes Als ein Hindu-Gott So wie diese Shiva Kennst du diese Shiva So? Du musst die Hälfte draus machen Einfach die Hälfte von Shiva nehmen So wird Allah beschrieben Der Massaker hat absolut recht Der könnte eben Mein Gott Was beten wir überhaupt hier an? Wie wird denn Gott überhaupt beschrieben? Was ist das? Unfass Aber das muss ich mir vorstehen Der Massaker hat dafür 20 Jahre gebraucht Der Massaker hat Oder 30 Jahre Aber wie kam es dazu Dass du jetzt So angefangen hast So näher zu recherchieren Über den Islam und so Über Also Viele Muslime Die sind ja Muslime Aber die recherchieren nicht so oft Und so Also wie kam es bei dir dazu? Wir wollen also nicht In die Tiefe des Islams Eindringen Und herausfinden Ob der Islam Die Wahrheit ist Oder nicht Die sind einfach zufrieden Mit dem was der Islam da sagt Anstatt selber mal Nachzuforschung Und zu sagen Ey warte mal Die können mir noch Von morgens bis abends Sagen Dass der Islam die Wahrheit ist Bis der Islam Aber auch wirklich die Wahrheit Dann muss man den Islam Ja auch wirklich Auf den Prüfstand stellen Und das machen die wenigsten So ist das Weil sie vertrauen Einfach blind ihren Leuten Die sagen Wie kannst du Achhi Wie kannst du Eine Koran infrage stellen Das ist wahnsinnig So reden die mit dir Anstatt dein Gehirn zu benutzen Und sagen Hallo hier geht es um meine Seele Hier geht es nicht um Irgendwie ein T-Shirt Oder sowas Hier geht es um eine Seele Die eventuell für immer Und ewig verloren geht Ja das ist Ich habe noch eine Frage Warst du Warst du schon im Iran Also jetzt nach deiner Christenzeit und so Mit diesen ganzen TikTok-Lives und so Sobald ich in Iran ankomme Werden die mich am höchsten Mast da Aus mir eine Fahne machen Ich habe auch schon gedacht Ich glaube Ich werde dann eine Fahne So im Winde Werde ich dann so wehen Lächelst du trotzdem Weil der Islam Eine Religion des Friedens ist Und wer was anderes sagt Den werden wir wie eine Fahne Dann so einfach Schweben lassen Islam ist Frieden Ich habe eine Verachtung Für die Menschen Die mir sagen Dass der Islam Frieden ist Und dass Mohammed Der beste Mensch ist Der je gelebt hat Wenn ich das höre Da hatte ich mal eine Frage Auf jeden Fall Hast du noch eine Frage Marlon Ja Wenn du Also gehst in die Kirche Nein Suche Satelliten Ich wäre Ich wäre nicht abgeneigt In eine Gemeinde zu gehen Die auch wirklich Treu dem Herrn Jesus Christ Und auch die Lehre bringt Die Lehre ist ja wichtig Ja und Und was ist eigentlich Der Unterschied zwischen Orthodox und Katholisch Ja Das kann ich da Beantworten Also Katholisch-Orthodox Der Unterschied ist Die Katholiken glauben An einen Papst An einen Führer Ja Und die Orthodoxen Haben ihre Patriarchen Und dann haben die noch Weitere Feinheiten Wie zum Beispiel Maria ist eine Sünderin Und dann ist sie nie wieder Eine Sünderin Katholiken sagen Die ist seit Gebot an Keine Sünderin Und dann gibt es noch mal Ein paar Feinheiten Noch mal dazu Der Zölibat Kein Zölibat Freiwilligkeit Diesbezüglich Und so Aber letztendlich Beide Haben da Gewissen Ehelehren Die nicht vertretbar sind Und Die Orthodoxen Glauben auch an Mündliche Überlieferungen Oder Ja Mündliche Und Ja genau Die glauben an die Mündliche Genau wie die Katholiken auch Das sind Kirchenväter Und die Kirchenväter Widersprechen sich untereinander Ja und das ist eine Katastrophe Ganz einfach Wenn jetzt Ein Kirchenvater sagt Petrus ist der Fels Und der andere Kirchenvater Ne sogar derselbe Kirchenvater Sagt wiederum In seinem anderen Werk Den er geschrieben hat Petrus ist doch Nicht der Fels Und andere Kirchenväter Bezeugen es genauso Ja auf wen ist dann Verlass Auf die Bibel Die federfrei ist Oder auf die Kirchenväter Die untereinander Sogar uneinig sind Was würdest du sagen Ja dann Natürlich eher Die Bibel Die sich nicht Da hast du recht Gesprochen Dann vergreift man auch Auf die Bibel Also das Mündliche Muss immer mit der Schriftliche einstimmig sein Hat das Mündliche Keine Einstimmigkeit Mit der Schriftliche Dann ist das doch So verwerfen Und wenn wir doch sehen Dass die ganzen Kirchenväter Nicht so vertrauenswürdig sind Weil die sich untereinander Nicht nur bei dem Punkt Sogar vielen Punkten Widersprechen Dann haben wir da ein Problem Und deswegen verwerfen wir die So der Name Kirchenvater Schon eine Katastrophe Hat Jesus nicht selber gesagt Ihr sollt niemanden Auf Erden Vater nennen Denn einer ist euer Vater Der Himmel Wäre es auch möglich Dass du mir ein paar Von diesen Fehl Also dass sie sich Widersprechen Dass du mir irgendwie Was schicken kannst Oder so Du kannst auf seinen Kanal gehen Abonnier seinen Kanal Kannst du einige Sachen Von ihm dann Dir anschauen Der Paulus bringt da Beweise Kannst du dann Dir in Ruhe Ich hab das Video sogar fixiert 150.000 Aufrufe Drei Fakten Die katholische und orthodoxe Kirche Mit Ketipeta inklusiv Die beweisbar sind Dass sie gegen eure eigene Lehren sind Ich hab noch eine Frage Wenn es geht Und zwar Letztens Kommt und da war so ein Gemeindestadt Stand war das Jahr Und die haben halt Die Christentum Wer ist das Also die haben die In der Klasse so gezeigt Und so Sagen Die habe ich verteilen Bibeln Die ist das Dann nachfragen Ich schritt so ein bisschen mit dir Und die meinten Die sind Zeugen Jehovas Und so Und ich frage Du ja Wieso denkt ihr Dass Jesus nicht Gott sei Die sagen Ja die ganzen Christen Katholiken Und so Etc Haben die ganzen Bibelferse Falsch interpretiert Und Jesus war nie Gott Ist nicht Gott Und ich wollte fragen Was deine Meinung Zu Zeugen Jehovas sind Zeugen Jehovas Werden für alles Was sie in ihrem Leben getan haben Zur Rechenschaft gezogen Und sie werden als Sekte Dann für alle Ewigkeiten In die ewige Verdammnis gehen Weil sie die Gotttheit Des Herrn Jesus Christus Gestohlen haben Denn er selber sagt In Johannes 8 Vers 24 Wahrlich Wahrlich Ich sage euch Wenn ihr nicht glaubt Dass ich bin So werdet ihr in euren Sünden sterben Und so spricht heute Jesus Christus Wenn ihr nicht glaubt Dass ich Gott bin So werdet ihr in euren Sünden sterben Auch zu den Zeugen Jehovas Und alle Jesus Christus Gottes Leugner Weil er sagt Ich bin der Gott Des Alten Testaments Ich bin der ich bin Amen Also sagst du Das ist ja Als eine Religion Oder Bitte Als eine Sekte Natürlich sind die Zeugen Jehovas Eine Sekte Der Gründer Allein ist ja schon Volle Sektenführer Der Charles T.S. Russell Das war ein Hochgrad Freimaurer Und ist auch auf dem Freimaurer Friedhof begraben Diese Zeugen Jehovas verlassen Und werden zum wahrhaftigen Glauben An den Herrn kommen Und ihn erkennen Dass er der wahrhaftige Gott Und das ewige Leben ist Ja Bruder Das ist ja schon Das ist ja auch ein Testament Nämlich Ich verstehe das nicht so ganz Es gibt ein Altes Testament Und es gibt ein Neues Testament Ist es nicht so Dass im Alten Testament Schweine vielleicht verboten wurde Und im Neuen Testament Darf man alles essen Oder Ich bin mir selber da sehr unsicher Der alte Bund ist ja der alte Bund Den Gott mit Israel geschlossen hat Sein Volk Bis der Messias kommt Das Volk muss ja durch Gezeiten geführt werden Und reingehalten werden Von diesen ganzen anderen Völkern Um Israel herum Und im Neuen Bund Mit dem Herrn Jesus Christus Haben wir dieses Gebot Dieser Speisegebote nicht mehr Weil der Herr sagt ja Nicht was in deinem Mund geht Macht dich unrein Sondern was aus deinem Mund rauskommt Das heißt das böse Wort Das schlechte Wort Das aus deinem Herzen kommt Verstehst du Im Neuen Bund Haben wir nicht mehr Diese Speisegebote Die Gott seinem Volk Israel gegeben hat Du bist doch kein Jude Oder bist du ein Jude Nein, nein, nein Du hast nichts mit Israel Dem irrtem verheißenden Volk zu tun Du gehörst zur himmlischen Verheißung Zur himmlischen Braut Christi Ja, du bist ja Gemeinde Okay, dann Vielen Dank Gott segne dich an deiner Familie Gott segne euch alle Dann tschüss Ja Ja, so sieht's aus Und so wird es auch immer bleiben Ja, die müssen nur Wenn es um Alten Bund Neuen Bund geht Römer 7 Vers 1 bis 6 lesen Da sehen die ganz klar Na, dass da steht Dass wir befreit sind Des Alten Bundes Durch wen? Durch Jesus Christus Wir sind ja mit den Gestorben Auch verstanden Deswegen sagt man ja dazu Wiedergeborene Christen Ja Und ein neues Leben bekommt Ja, der Jesus Christus läutet ja den neuen Bund In Matthäus 26, 28 Einheitser den Kelch Dann Also beim letzten Abendmahl Und er sagte Dies ist der neue Bund Den ich mit den Heidenvölkern dann stieße sozusagen Und für die Sünden der Menschen bezahle Ja, Amen Das ist mein Kirchnerruf Also ich vergieß werde Die neuen Bund Ich vergieß werde Zur Vergebung der Sünden Genau Amen Position ungenau Vergebung Hallo Hallo Wie geht's dir? Gut, gut Hamdul Jesus Und dir? Alhamdulillah Alhamdulillah Yes Ich bin Muslim Mein Deutsch ist ein bisschen schlecht Aber ich mache mein Best So Wie kann mal Jesus Gott ist Aber Jesus War arrestiert Bei Roman Empires Was? Wie kann mal ein Gott Arrestiert Bei Sommigen Leute So wie Wie Roman Empire Wie kann das sein? Wo kann ich so Die Macht von Jesus hier sehen? Wie kann ich das sehen? Als er sagte Ich werde In Matthäus 28 Du Kannst du das mal lesen Matthäus 28 Abkehr 10 Wo der Jesus Christus Sagt mir Es alle Macht gegeben Im Himmel und auf Erden Ja Warte Ich öffne das Boah Aber Gott Ich bräuchte diese Macht In Arden Sehen Er sagte auch zu Pontius Pilatus Du hättest keine Macht über mich Wenn sie die nicht von oben gegeben wäre Meinst du nicht Ich könnte meinem Vater bitten Dass er Legionen von Engeln sendet Damit hier alles zerstört wird Aber Bruder Ich verstehe dich Ich verstehe dich Aber ich brauche jetzt eine Messiah Die dieser Empire Must kaputt machen Weißt du was ich meine? Ich weiß nicht Nein Okay Wie Moses Wie Moses Kommt In gleich Das ist gleich History Moses kommt In Egypt Und sagt Guck mal Wenn mir nicht meine Leute gibt Gibt es Probleme Aber Jesus hat sowas nicht gemacht Aber Jesus wurde Genug gearresteht Bei Roman Empire So Was für Gott ist das? Bitte Ich erkläre dich Bitte Ich verstehe nicht mal ein Wort Was du da gesagt hast Okay Nochmal 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 Guck mal Jesus Moses Kommt zu Pharaon Und sagt Für Pharaon Für Egypt King Sagt Guck mal Ich brauche meine Community Ich brauche meine Community Vor sechs Monaten lang Die hat diese Community Nicht gegeben Ich bin von Marokko Ja Deswegen rede ich so Ich bin so Weißt du Ich möchte einmal Den Vers von dem du das anbesagte Jesus sagt Das ist erstmal die Macht Die Macht Die Macht von Jesus Deine erste Frage ist jetzt beantwortet Oder meinst du Ich könnte nicht Jetzt meinen Vater Und er würde mir Mehr als zwölf Regionen Engel schicken Ich würde dann aber Die Schrift erfüllen Dass es so kommen muss Richtig Das ist richtig gut Das ist richtig gut Aber hier Das Ding ist Das Jesus hat nicht Diese Community Diese Jew Community Habe ihn nicht geakzeptiert In Jerusalem So Diese Community Hat ihn geakzeptiert Hallo Der Herr Jesus Christus Kam in das Seine Das kann der Pavlos dir vorlesen Johannes 1 Vers 1 Damit ihr das Verständnis aufgeht Weil er kam in das Seine Doch das Seine Hat ihn nicht erkannt Verstehst du Die Juden wollten Ihren Messias nicht Obwohl er das alles Unterfüllt hat Was über ihn geschrieben steht Alles Er hat blinde geheilt Er hat blinde sehend gemacht Er hat Tode auferweckt Alles was der Messias Und die Juden Haben ihren eigenen Messias Ans Kreuz genagelt Und somit hat sich Die Schrift auch erfüllt Nur sie haben ihn nicht Akzeptiert und angenommen Okay Mein Bester Ich lese dir was vor Dass du zuhörst Das ist sogar eine Prophezeiung Der Juden war Das ist der Tanach Des Alten Testamentes Ja Der Tanach Der Juden Fangen wir mal hier an Wer hat unsere Verkündigung geglaubt Und der Arm des Herrn Dem ist es geoffenbart worden Er wuchs auf Vor ihm wie ein Schösel Wie ein Wurzelspross Aus dünnem Dürrem Erdreich Er hatte keine Gestalt Und keine Pracht Wir sahen ihn Aber sein Anblick Gefiel uns nicht Verachtet war er Und verlassen von dem Menschen Ein Mann Der mit Schmerzen Mit Schmerzen Und mit Leiden vertraut Wie einer Vor dem man das Angesicht verbiegt So verachtet war er Und wir achteten ihn nicht Also das Volk Israel Achteten ihn nicht Für wahr Er hat unsere Krankheit getragen Und unsere Schmerzen Auf sich geladen Wir aber hielten ihn Für Bestraft Und von Gott geschlagen Und niedergebeugt Doch er wurde Um unsere Übertretung willen Durchbohrt Wegen unserer Missetaten Zerschlagen Die Strafe lag auf ihm Damit wir Frieden hätten Und durch seine Wunden Sind wir geheilt worden Siehst du Dass es sogar von den Juden So prophezeit worden ist Von dem Prophet Jesaja Hast du das verstanden? Das habe ich verstehen Aber diese Die Message Die Message Hier jetzt War nur für Juden War nicht für Roman War nicht für andere Leute Nein, nein Jeremia 31, Vers 31 Er wird es Nicht nur an die Juden An den neuen Bund geben Sondern auch an die Heiden Lese mal bitte Johannes 10 vor Wo der Herr gesagt hat Ich muss auch noch Die anderen Schafe führen Die nicht aus meiner Herde sind Sie muss ich Genau Genau Das verstehe ich Mein Bruder Mohammed kann auch nicht Quraish nehmen Aber kann nicht Syrien nehmen Aber die nimmt Nicht Quraish First Muss ich Dein Land nehmen Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Nein, nein, nein Das richtig Mohammed kommt mit Algebra Mohammed kommt mit Medizin Mohammed kommt mit Science Mohammed kommt mit Astronomy Mohammed ist The best Mohammed ist You know The best Mohammed ist Genau wie Alexander The Great Man What are you talking About boy Was hat denn Mohammed gemacht Was war denn Sein Zeichen Ich habe schon Ich habe Ich habe Vier Sachen gesagt Dies ist nur Science und Mathematik Noch Noch die andere Sagen Das will ich Nicht Überreden Aber Die beste Sagen Das du benutzt Jetzt Ist von uns Von nur Muslimen Soll ich dir mal Zeigen Welches Zeichen Mohammed getan hat Er hat das Zeichen Gemacht Ein kleines Kind Zu heiraten Von sechs Jahren Und mit neun Jahren Ihre Unschuld Zu nehmen Bruder Sie haben auch Genug gesagt Die haben genug Gleich gesagt Man Komm an Shame on dich Bro Dieser Mann Hat vier Empires Kaputt gemacht Dieser Mann War ein King Von ganz Erde Die kann nicht So was machen Das ist Unbelieblich Man Shame on you Boy Shame on you Boy Shame on you Boy Shame on you Shame on you Boy Shame on you Ich dachte Der singt jetzt Gleich Shame on you Boy Ich glaube Der hat gegen Die hat gegen sich selber debattiert Ehm Ist an süchtig Atle Ist an süchtig Atle Ist an süchtig Atle Und ich sage What are you talking about Boy Beste. Moin. Dann musst du auf jeden Fall aufhören, die Gitarren zu folgen, weil ab 10 Jahren darfst du dann den kleinen Jungen dann dementsprechend rangsalieren. Vielleicht kann ich auch mein Baby sagen, gegen einen Felsen schmerzen. Ne, das ist dann im Islam so gegeben, in Sura 18, Vers 74, dass Al-Khide die Kehle von einem Kind dann Nacken therapiert hat. Ja, ist klar. Ist klar, ne? Was möchtest du noch, wenn du einwenden hast du noch, mein Kleiner? Hey, du redest mir nicht rein. Hey, du bist hier nicht vorlaut, ja? Hey, hör mir zu. Burschi, wie sagt der Stützberger Burschi? Wird dir doch hier mal Nieren beibringen, ne? Du redest mir nicht rein, Kollege. Burschi, so nicht, Burschi. Burschi, Burschi, so sagt er. Burschi, Burschi. Du redest mir nicht rein, hast du mich verstanden? Ich danke dir, dass du da. Mach's gut, Kamilorin. Guck mal, was der Herr Jesus sagt, Johannes 10, Vers 16, Bruder, was du wolltest. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich hören und sie werde meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Amen. Haben Sie das gesehen? Amen, Amen, Amen. Ein Volk und ein Hirte, ein Gott. Ein Hirte. Amen, Pavlos. Das muss er nicht sein. Diese Leute, die suchen keine Wahrheit, das ist das Problem. Der Verstand, der Verstand, der Bibel muss nur der Verstand offen sein und der Logik und der Kontext. Jeder Vers hat einen Kontext. Aber bei Koran musst du immer in andere, wie A, B, C. Was ich meine? Ja. Ich habe den Jesus Christus angenommen vor drei Monaten. Ich bin neugeborener Christ. Ich habe alle meine Sünde abgegeben. Und seitdem erhört der Christ Jesus Christus mich noch mehr. Und ich habe so viele Zeugnisse. Es ist kein Zufall mehr. Wunderbar. Jesus Christus ist Gott. Guck mal, Jesus ist Gott. Willst du wissen, warum? Die verstehen das nicht. Weil der Arm jetzt auch immer gut erklärt, der Aller hat sich als Feuer verwandelt. Amir, erklär mal. Hilfe mal, Amir. Als Feuer? Ich meine, die sagen ja, dass Jesus kein Mensch sein könnte. Aber der Aller kann auch was anderes sein. Bei der Islam. Nein, ich verwechselte gerade ein bisschen was. Du bist ein bisschen durcheinander gekommen. Der Jesus Christus ist der allmächtige Gott, der Mensch wurde. Und der Aller ist einfach nur ein fliegendes Schienenbein. Das wolltest du sagen, oder was? Ja, das wollte ich sagen, genau. Sorry. Ich bin nicht Allwissen. Hey, Amir, ich bin nicht Allwissen. Häpppah! Häpppah! Nein, aber das ist nicht Allwissen. Nur der Herr Jesus Christus ist eigentlich. Amen. Amir, ich wollte noch was sagen. Deine Haffensur sieht gut aus. Deine neue Style. Danke schön. Mach's gut, mein Winter. Ciao. Der sieht jetzt zehn Jahre jünger aus. Der hat jetzt den Pavlos-Schnitt. Jetzt habe ich den Pavlos-Schnitt, genau. Jetzt hast du den Pavlos-Schnitt. Pavlodito. Pavlinito. Moin. So, was möchtest du jetzt mit uns reden? Worüber jetzt? Ich wollte über diese Live-Breaking-News-Intergrund reden. Live-Breaking-News? Nein, das ist kein Breaking-News. Das ist King-News. Live-King-News. Oh, stark an mir. Wie ein Löwe. Oh, wie ein Schwanz. Königliche Nachrichten sind da. Hast du kapiert? Königliche Nachrichten. Amen, sehr schön. Wie ein Löwe. Ich hab's jetzt zu Hause. Hä? 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 Hey, du redest mir nicht ins Wort. Ey, Burschi. Ich sag's dir noch einmal. Schau mir gut zu jetzt. Okay, weil das ist euch jetzt richtig gut zu. Ich hab' dir richtig zugehört. Dankeschön. Hallo. Hey. 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 What's wrong with you? Hallo. What's wrong with you? Amir. Ich hab' eine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt sagen wir mal mit meinem 16. Lebensjahr in den Christentum beitreten will, muss ich mich dann taufen lassen? Du musst deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus erstmal, wobei nicht im Christentum irgendwas machen. Du musst zum Herrn Jesus Christus kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich komm' heute zu dir mit all meinen Fehlern, schwächen, Sorgen und Sünden und lege sie an deinem Kreuz ab. Herr, ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast und reinige mich mit deinem heiligen Blut. Kann ich nicht einfach zu einem Pfarrer oder Priester gehen und der macht einfach alle meine Sünden so weg? Wir können einfach meine Sünden so was tun. Hey, ich dachte, das geht immer so. Man geht dahin, so XP-Punkte ohne Kraft. Das machen Katholiken-Orthodoxe, aber die Bibel spricht doch klare Worte. Der einzige, der Sünden vergibt, ist Jesus. Ja. Du solltest deine Sünden vor dem Herrn Jesus Christus beichten und nicht vor irgendeinem Pastor oder Priester oder was auch immer. Ja, weil ich habe auch gehört, dass Kohle Sünden vergibt. Nein, diese Kohle ist aus dem Altar, aus dem Himmelreich, wo Opfer gebracht wurde, wo die Unschuldslämmer auch geschlachtet wurden in Jesaja. Und diese feurige Kohle, diese heiße Kohle wurde an den Mund von Jesaja getan und dann hat die Sünde das weggebrannt. Also die Sünden wurden weggebrannt. Aber das ist kein Muss, was wir machen müssen, wie zum Beispiel im Islam, dass wir siebenmal einen Stein umrunden, dorthin zu laufen. Also diese ganzen Praktiken finden wir ja nicht in der Bibel. Verstehst du? Das ist der himmelweite Unterschied. Okay, das freut mich. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, es gibt einen YouTuber, den ich mir sehr oft angeguckt habe damals. Und ich habe halt nicht den Kontext so verstanden. Also ABK meinte mal, du hast eine Shisha-Bar eröffnet. Ist die eigentlich immer noch offen? Ja, also die Shisha-Bar ist offen, aber für dich nicht zugänglich, weil ich habe keine Lust auf Kamelurien-Fetischisten. Ich habe Bock auf diese richtig Kamelurien-Fetischisten. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut. Kamelurien-Fetischisten. Ich habe nicht weiter, dass ihr hier rumgetreut seid. Ich wollte nur ein bisschen vorführen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, der Kandidat, Pavlos, bitteschön. Für dich. Mein Kandidat. Gottes Seid. Ja, hallo, Exorister, mich küsst sein Herz. Also zauerst mir mein Lächeln ins Gesicht, ohne Spaß. Ja, wenigstens, aber gut. Ich möchte wirklich eine Sache sagen, also wirklich einen Appell an die Muslime. Wenn ihr doch mit dem lieben Arm hier ein bisschen diskutieren wollt, dann diskutiert doch mit ihm auf Augenhöhe. Versucht doch mal auch ein paar Kontra zu bieten und nicht immer hier rumbeleidigen, beleidigen dass seine appell an die muslime jetzt genau mein bester bist du wieder geboren ja ich fühle mich durch die biblische meditation habe ich wieder zum herrn gefunden ja durch die meditation meditation könnt ihr wirklich mal googeln da werden zahlen vorgelesen google das mal das wo steht das in der bibel aber ich praktiziere das ja ich praktiziere biblische meditation ich werde auch wieder zum herrn finden ich werde mich tauschen lassen alles noch nicht gemacht ja wie bitte du bist du bist in der new age glaube ich gefangen oder nein bin ich nicht haben ja bitte respektiert doch meine meinung an mir wirklich respektiert doch meine meinung ich respektiere dich doch doch haben wir da wie du dich ja wissen was du da reingetappt vater sohn heiliger geist sagte du sollst keine widerspruchslehre mitbringen sonst dienst du nicht unseren händen jesus römer 16 17 18 was dazu dazu ich liebe jesus nicht auf schritt und tritt ja jetzt sagt der video jetzt schreibt wieder jemand esoterik tante wirklich ok ist ja nicht dann danke schön dass du da war ja gott segne dich ja danke die ebenso ebenso der kleine möchte noch was sagen was aber das war lächerlich ist wenn wir jetzt über eine shisha war reden oder was mehr aber also ok dann habe ich hier mir ein spaß erlaubt aber was meinst du mit dem kamelurin trinker er hat empfohlen kamelurin zu zu trinken kamelpiste das war nur für kranke gemeint die leute waren unerträgliches klima in medina und da hat er mit ihnen empfohlen gegen das unerträgliche klima einfach ein bisschen kamelpiste zu trinken das stimmt eigentlich nicht doch das stimmt du nennst dich ja hier ex muslim und bist doch stolz darauf aber meine frage in welchem was eigentlich muslim jetzt mal weg von den späßen das ist echt fragen wie mich interessieren würden seit wie lange 630 jahre war ich moslem und dann bin ich irgendwann christ geworden also ist das für dich wäre mir hier eine ganz normale frage zu beantworten ich bin als muslim geboren worden ja ich hatte irgendwann mal hatte ich lust auf meine religion und habe ich mich auseinandergesetzt habe ich herausgefunden dass das ist dann quatsch ist willst jetzt in meinem bart beißt ja oder nein ich stelle doch nur fragen falls das finde ich okay ist ich kann auch wieder rausgehen ja meinst du das ernst mit deinem fragen oder stellst dich einfach so aus jux und dollerei oder oder das ist ernst zu fragen das verstehe ich aber war nur ein dummer winz den ich mehr erlaubt habe ja okay wie viele jahre mein ganzes leben lang war ich moslem bis ich eines tages so näher meiner religion kommen wollte so wie die ganzen anderen muslime auch die kommen dann aus dieser jahidea zeit raus und dann werden sie auf gläubig und so war das auch bei mir der fall sie haben einst in der islamischen unwissenheit also vor islamischen unwissenheit gelebt und dann kamen sie da raus aus dieser jahlea zeit so nennt man das und dann wollen sie natürlich ein bisschen mehr von ihrer religion erfahren die einen lassen sich verarschen von den imamen und shiuchs und ich war schlau genug und bin selber auf die suche gegangen mehr ist das gar nicht was bringt dich auf den gedanken dass der islam falsch sei amir allein die tatsache dass der allah behauptet dass die frauen spermin haben das in den rippenbereich sitzt und er behauptet dass die embryologie so stattfindet dass zuerst ist das skelett kommt dann auf einmal kommt das fleisch darum und dann irgendwann mal entwickelt sich das ganze kind das aber völliger blödsinn wenn du dir die stadien anguckt dann liest man das so als wäre das von galen und hippokrates geklaut worden aus dem tausend jahre zuvor von bevor man mit überhaupt existiert hat woher nimmst du die eigentlich diese übersetzungen der hadith du schenzt ja keiner habe ich zu können also das denke ich mal sind auch übersetzt worden die hadith wahrscheinlich hast du dann diese halte von soma.com genommen kann das sein selbst dieser bayern nutzer bekommen ja warte was hast du gesagt diesen als daif eingestuft worden alle soma.com stuft hd für die hassen sind als daif ein und hd für die war ich sind stufen die als hassen ein ja was ist denn was bedeutet denn daif was ist denn daif schwach heißt das jetzt dass das ist verfälscht ist oder dass es unauthentisch wäre oder was bedeutet daif das heißt dass in der überlieferungslücke anscheinend irgendwas fehlt oder etwas tiefgelaufen ist und deswegen kann man mit dem ist nicht arbeiten sollte und das sagen auch die meisten gelehrten aber werden die als urteil benutzt oder als für rechtsprechungen ja bestimmt die hassen sind und oder wenn das zum beispiel nicht authentisch wäre oder unauthentisch warum nimmt man das nicht einfach raus weil man nicht sicher ist weil sie in der überlieferungslücke fehlt ja was aber man kann ja nicht mit den arbeit man nicht beweisen dass war man das nicht gesagt hat man kann es weder beweisen noch noch das gegenteil beweisen ja genau man kann auch nicht beweisen dass er es gesagt hat deswegen arbeit waren die ganzen warum wie kommen die muslime und sagen das ist das ist nicht authentisch so so behämmert sind die nicht authentisch sagen sie er hat einen rang da ich bedeutet er wurde akzeptiert ja ja und schwach warum nimmt man das nicht raus warum verbrennt man die nicht wenn die doch unauthentisch sind die sind nicht unauthentisch sondern die überlieferungskette stimmt nicht oder da ist irgendwas schiefgelaufen haben wir doch verstanden haben wir doch verstanden um die verwirrung dann weg zu tun könnte man die hat dies ja raus tun aus den büchern warum werden sie drin gelassen warum sollten die rausgenommen werden komm bitte nie wieder ich danke komm bitte nie wieder habt ihr das gesehen habt ihr das gesehen habt ihr das schon gecheckt habt ihr das schon gecheckt und macht genau weiter ja da habt ihr es gesehen den Frieden des Islams sehr schön so will ich das sehen jeder der schreibt jeder der schreibt nimmt an wird als letztes angenommen habe ich euch doch mal gesagt ich kann dir erklären was der vor mir versucht hat zu erklären also das ist nicht so authentisch was heißt nicht so authentisch bereich an sich bedeutet schwach also zwei von fünf leute haben zugesagt also die jucht die gelehrte waren sich nicht zu 100 prozent sicher also zwei von denen haben ja gesagt die drei als als beispiel haben nein gesagt deswegen ist das als brief eingestellt es könnte wahr sein aber es könnte auch nicht wahr sein ja haben wir doch alles verstanden wenn das alles wenn wenn man das raustun würde dann wäre doch nicht die verwirrung da dann könnte man sagen das kann man ja weglassen aber die sind ja da in den ganzen seiten den büchern und die haben eine eine klassifizierung bekommen das heißt man muss man muss das so sehen wie eine note in der schule mäßig die hat eine note bekommen dieser hadith ja ja könnte man raus lassen aber wenn man diese themen sehr wichtig findet aber nicht so sicher ist dann macht dann lässt man die drinnen ich mal zum beispiel mobbing was wenn ich dir sage mein kleiner dass dein koran sogar daief ist ja wirst du sagen warte ich habe was zu sagen und zwar wenn du mein koran so bleib findest dann jemand mit anders im real life sagte selber kommst du dir er ist doch nicht gegangen hast du verpasst daher mit kindern da heißt es dann wird diskutieren mit kindern lag daran weil du sehr spät ja bitte live gegangen bist und das hat er gar nicht mitbekommen der junge ja heftig ne das ist das traurige das ist das traurig der anders hat doch richtig gezittert ja vier euro pro frage gesagt aber was ist das überhaupt für ein argument dass du sagst dass wir uns treffen sollen dann kannst du einen livestream starten ich komme doch zu dir ins live ist doch kein problem wir können doch reden ich habe gutes internet wo ist das problem da kann man reden hallo ja hallo wer kommt ihr in den himmel wer kommt ihr in den himmel wer kommt ihr in den himmel wenn ihr muslimer werdet dann kommt ihr in den himmel aber dein gott sagt ins hohe 19 vers 72 äh ins hohe 19 vers 72 ja ok dann kommst du leider nicht in den himmel ne ihr werdet zur hölle fahren ins hohe 19 vers 72 also denkst du also leute die nicht muslime sind kommen in den himmel muslime von 100 muslimen gehen erstmal 99 in die hölle ja ich weiß ok ok aber glaubst du kommst dann in den himmel laut koran ja absolut ja der jesus christus sagt in johannes 11 25 ich bin die auferstehung und das leben jeder der hat mich vertreten auch wenn ich stirb laut koran laut koran gehst du erstmal in die hölle ja und du ich gehe laut meiner schrift in den himmel laut meiner schrift laut deiner schrift auch sicher ja suche 262 wo steht er dass die juden und christen nicht zu den verlierern gehören und die gewinner sind und auch in den himmel kommen ja genau ok glück dir noch dabei iku is haram assalamu alaikum auf einmal salamu alaikum iku is haram ich gehe kaputt das kannst du nicht sagen kannst du keine erzählen wenn die keine ahnung haben und so schwierig sind sie zu die christin und die befragen ex moslem du kannst mich von gestern aber du hast doch gerade gesagt dass die juden und die christin in die paradies gehen laut meine schrift richtig ja guck mal erst mal dieses vers was du gerade erwähnt hast es ist zu diejenigen die an die gesagt haben dass jesus ein prophet ist schau doch das hier an schau doch das hier an junge nein das sind die die gesagt haben die juden und christinnen im jünger reich kommen und dann sagt in surah 3 vers 85 nee das stimmt doch nicht die alle die an den an etwas anderes als den islam glauben wenn es zur hölle war ja super aber ich kann es auswendig und ich weiß was du meinst ich habe auch noch die grazierte gelesen das was du sagst in surah 2 vers 62 glaube ich ja das was du sagst das ist zu diejenigen die an jes die gesagt haben dass jesus ein prophet war und die nicht gesagt haben dass jesus sohn gottes ist und dieses dritte surah hörst du mich und das in dritte surah das was du erwähnt hast es ist richtig dass nur die muslime die an gott geglaubt haben und an die propheten geglaubt haben die werden in paradies reinkommen und was bedeutet den islam was ist der mutter eine frage man ist sich für gott niederwerfen was bedeutet das da ich kann doch gesagt ich habe doch gesagt ich habe gesagt sich gott niederwerfen nein das kommt von unterwerfung du hast ich den islam zu unterwerfen nicht im sinne von hier was du gerade gesagt hat sondern im sinne von erobert das sein unter was bedeutet ja hat einen negativen begriff und bedeutet eigentlich zwang mehr ist das gar nicht nein 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 das wird kein zwang erst lernen für den byzantinischen könig geschickt hat was hat er gesagt aslam aslam das last was ist also woraus leitet sich islam an das bedeutet nein nein bedeutet es nicht aslam bedeutet wer für dich gott nieder das heißt wer für dich vor allem für dich sei denn sonst wo ich schon nehme dir alles weg ist ja ich unterwerfen nicht auf die gott ja ich habe gesagt hey muhammad hat er gesagt woher ist du bist safe und mertu anu qatila näs hat der jashadu an la ilaha illallah richtig ja ich kenne dieses aber ich habe doch ich habe doch gerade ich bin 19 jahre ich würde ich schwöre bei gott ich bin 19 jahre als du hast angst vor mir gestern hast du mich auch aus nein doch noch angst zu debattieren junge du kannst auch nicht mal argumente geben ich soll vor ihm an angst haben der glaubt dass gott die an us von menschen ausweiten das gesamte 1 1 1 1 1 1 wird argumente hier in raum rein wir reden jetzt über den vers was du gerade fühlen was das ein lüge jetzt zwei wir reden gerade wir reden gerade über den vers warum haust du ab bleibt doch bei dem thema machen die rede nicht wie hansi und diese ganzen trottendorfer bilder ich habe doch zudem gesagt das bedeutet was anderes und darf diesen vers falsch interpretiert du kannst doch nicht bei dem vers okay was ist wenn jemand sagt jesus ist der sohn gottes kommt der himmel oder nicht wer sagt dass jesus sohn gottes ist der kommt nicht in den himmel so und da wird aber nicht in dem vers genannt was du da sagst sondern da wird einfach gesagt juden christin sabi ja das ist also eine eigene interpretation nein nein das war das alle auf den propheten schwört der profil sagte es gibt keine jude und kein christ der nicht glaubt an aber nicht an mir glaubt der wird nicht in himmel kommen das wird ins höllenfeuer gehen außer er gehört zu den haben wir doch verstanden haben wir doch verstanden haben wir doch verstanden und wann sind die kannst du meine freunde warum schreist du warum hast du so angst bleib doch ruhig mal ist das ein typ ist los wie diese leute man wie überheblich diese kleinen kinder sind das ist unglaublich nein eben kaffee wann kam er dass er sowas zu dir sagt du siehst du dass der fair ist wenn du den einfach liest einfach dort steht christin juden sabi ja da geht er gar nicht auf die tiefe ein der alle nein dort ausgelegt oder was die 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 jesus gefolgt haben die gesagt haben dass jesus ein prophet war sowas gesagt haben doch jetzt bei diesem thema warum hast du gelogen sagt dass du gelogen hast und dann ist es fertig du hast doch den du hast doch die eier falsch interpretiert du hast auch gelogen ich habe nur gelesen du hast interpretiert schau doch schau doch eben kassier an schreibe im kaffee das ist ein bach und da kommt es raus was ich gesagt habe ich das kaffee akzeptieren ist ein mensch ist ein mensch und das was er interpretiert hat ich nehme nur von den an was er gesagt hat beispielsweise er gibt auch noch beweise aber im kaffee ist ein mensch hat er gehört er nimmt nur an was zu ihm sein sein blödsinn passt habt ihr gesehen was für ein kleiner zuschwerter das ist eine große krisse will er sagen ich akzeptiere das was zu meiner logik und so passt nein ich habe gesagt was das mit dem kran wird übereinstimmt beispiel auch was sagt zum beispiel in suche 69 32 und in den menschen schiebt ist das war bleibt doch bei dem thema warum haust du ab bleibt doch bei dem thema unser thema war das thema auf der üben kathil überall akzeptieren unser thema war das ob die juden und die christin und die sabina das was du gesagt hast ob die in paradies kommen ja oder nicht ja natürlich weil allah sagt juden christen und sabera kommen ins paradies so jetzt hast du gesagt ich habe gar nichts interpretiert sondern habe nur genesen auf mich wahnsinnig zu machen du kleiner junge wieder ok du schreist so laut weil ich so angst habe ich was mit einem kamel urin verstand von einem 15-jährigen ich frage ich frage ich habe ich werde doch wie ich habe jetzt die karriere des kathédyen packe gelesen ich brauche keine interpretation dass ich einfach eins normal ist das lehrer deshalb war wißt du vom thema warum weißt du von dem was ich finde der komm nie wieder Hast du kapiert? Warum weichst du von dem Thema ab, du kleiner Junge? Unglaublich. Ich sage zu dem, ey Junge, bist du wahnsinnig? Ich lese, da sind Christen, Juden und Sabeah. Und dann sagst du mir, liest den Tafsin, hab ich gesagt, ok, akzeptierst du Tafsin Ibn Kathir? Dann sagt er zu mir, nein, nur dann, weil das auch richtig passt mit dem Koran. Ja, weil entscheidest du das oder was? Nur wenn der Ibn Taymiyyah es sagt. Unfassbarer Typ. Was für ein Kamelurin verstanden, Mann. Das ist dann, weil er noch gesunken ist. 15 Jahre, 16, 17 Jahre oder was? Amir, du musst sagen, dass du gelogen hast, dann ist alles gut. Ja, also man akzeptiert dann nur Ibn Kathir, wann es zu seiner Lehre dann passt. Merkst du, wie unehrlich? Ja, Ibn Kathir sagt zum Beispiel, dass das gesamte Eisen der Erde genommen wird von Allah, daraus ein Ring geformt wird und in den ANOS der Menschen geschoben wird. Glauben wir an sowas? Was ist das für ein Blödsinn, Mann? Ein Gug noch 15 ist das. Ich guck auf 10 Kommentare. Ich guck auf 10 Kommentare. Ich guck auf 10 Kommentare. Amir, du bist ein bisschen zu Dings. Zu, wie heißt das? Angespannt. Ich guck auf 100 Sachen. Ja, was liegt auf dein Herz? Ich würd Armi was fragen, eigentlich. Der ist gleich wieder da. Was liegt auf dein Herz? Ich würd fragen, wie es mit dem in der ABK aussieht. Die alten Zeiten waren so lustig. Warum guckst du nach fleischlichen Sachen? Guck doch lieber nach das, was oben ist. Nach den geistlichen Dingen. Ich tue beides. Ich guck auf. Ich tue beides. ja beides zwei hochzeiten kannst du auch nicht tanzen oder könnte auch wie zwei hochzeiten tanzen oder auf hochzeiten tanzen zwei hochzeiten wie meinst du kannst dich auf hochzeit keine ahnung deines bruders und die hochzeit deines schwesters an selben das passiert ja was hättest ich davon halte einen moment das halte ich das nächster bitte wurde als kind geschlagen dass der moment wurde als kind geschlagen und von abu sofian ja du sagst ja also ich habe gerade nicht verstanden was das problem mit dem taimiyah war also um was ging es da gerade meinst du den fels in der line du hast du als beleg dafür nur schlechten empfang nicht verstanden also es mich jetzt ja es ist möglich dass du mich in ungefähr 10 und noch mal rein was will der kleine schon wieder ich bin friedlich ja ich will nur kurz mit erschienen du redest wahrscheinlich über die suche wo allah sagt sind nicht die ungläubigen die 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 eltern vom buch was ist mit eltern zum buch nein nicht wie du erklärt ja eltern sondern die juden und die christen die gesagt haben dass jesus gott ist und die kommen auch in der hölle nicht die freunde von jesus oder die leute die gesagt haben ist alle haben geglaubt dass jesus gott ist warum sollte sich denn alle nur auf eine kleine kapierung beziehen wenn das gesamte christentum an die gottheit des jesus christus glaubt ist das nicht blöd heutzutage aber wir haben die leute an die dreieinigkeit geglaubt und an gottheit jesus christi ignatius 35 nach christus okay ich habe eine frage aber ist es nicht komisch dass die freunde von jesus nicht in der stadt war wo er gekreuzigt wurde johannes war doch bei der kreuzigung dabei ein augenzeuge ja aber nur johannes oder reicht das nicht aus wenn du ein zeug augenzeugen hast willst du mit 600 jahre später kann irgendwas über jesus erzählt bitte bleib höflich ich sage ja nicht ich sage auch nicht alkohol kopf wie du hier mit urin ich bleib höflich ich bleibe auch höflich warum vertraust du morgen der 600 jahre später kam und die etwas über jesus erzählen soll was für kamelurin oder koholkopf und das ist jetzt gesagt also du hast kamelurin gesagt na ich bin ich da wo das mohammed vergewaltigt wurde ich will jetzt nicht thema wechseln ja aber du denkst du dich dass ich lügen würde das straß war ich meine das erste steht wirklich dort aber keine ahnung ich will ja nicht thema wechseln kann es stehen wie du willst aber sie sollen gerade über die kaffee rum reden also die freie von jesus war nicht in der stadt sie glauben auch daran dass auch jesus die befunden hat raus zu gehen der profit weil er wusste dass sie ihn holen werden danach hat allah ihn hochgezogen und wo ist denn jesus ja bei gott bei allah wo genau weiß man was wo ist allah ein allah ja im himmel aber scheiß ich wo wo alles getan hat vielleicht in der sagt aber der sagt ich werde ihn zu mir emporheben was bedeutet zu mir emporheben mein kleiner dass er ihn hochzieht also zu sich richtig so wo ist jesus und wo ist allah allah ist im himmel und jesus auch aber wir wissen nicht genau wo also ist er umfasst durch materie der allah wie materie ja das ganze universum ist ja definiert durch raum zeit und materie also wenn jesus bei ihm ist dann muss er durch eine materie ergebunden sein an an der materie der allah also wir wissen nicht genau wo jesus ist wir wissen nur dass allah ihn hochgezogen hat er ist nicht mehr auf der erde ob er jetzt im totenreich ist das wissen wir nicht wir wissen nur dass alle hoch zu sich genommen hat wir wissen aber sagt sogar 355 ich werde ich zu mir emporheben was zu mir zu mir wenn ich sage ich lade sich zu mir ein und ich bin ein könig zu meinem land ja mein land ist aber da wieder blödsinn reiz zu meinem land entweder ich ich lade dich zu mir ein zu mir nach hause oder du sagst ich lade dich ein mein land zu sehen oder auch mein land zu betreten da muss ein deutlicher sein allah ist er deutlich in seiner aussage also ist allah der schlechteste kommunikator den es überhaupt gibt also wenn er sagen zu mir dann meint er nicht zu mir sondern irgendwo an einen ort aber hier ist es doch auch wie man sie ist also er steht nirgendwo drin im ersten testament der heilige geist und dem vater sind eins und die trinität damit bestätigt 6 5 mose kapitel 6 für sie erstens heißt dass ich erst dass man sondern das alte testament alter bunt und da steht drinnen höhere ist der herr ist mit uns der herr allein das wort allein ist mit vater sohn heiliger geist gemeint weil auch die briten heißt das schwarze ist ein adonai erloh errat er hat heißt einfluss mehrere in der irdriechen sprachwissenschaft sonst wird der jahr stehen aber steht der hat aber kann ich einfach sagen also moses hatte nur an einem gott geglaubt das glaubte ja auch ein an einem gott glauben wir auch der sich aber ein 3 auf dem musiker bitte 6 für 7 moses der selber dies geschrieben hat habe ich doch gesagt aber warum warum hat moses nie oder in alten testament wie du schön haben es ist ja gerade bewiesen du hast glaube ich nicht so oder moses hat gerade gezeigt damit das gott in drei ist kommt haben wir mit erste mose an erste muss kapitel 1 direkt der erste kapitel ja die aus der 2 und 3 da steht so drinnen dass der geist gott geist gottes schwebt über das wasser da sprach ist jesus christus das wort hebräisch heißt das memra auf griechisch logos und als jitter gott also vater vater sohn heilige geist repräsentiert der herr sagt selber lasst uns menschen machen wir bin hat den gemeint die engel kann sich ja nicht aber ich kann es erklären wenn er gemeint hat ich kann nicht sagen wenn er sagt das sind menschen machen und da sagt auch koran lasst uns damit meint er nicht jesus und heilige geist wenn ich jetzt zu einem könig gewartet was mich mit ausreden wenn ich zu einem könig dann sage ich nicht zu ihnen du du bist mein freund dann sage ich eure hoheit mehrzahl aus respekt und wo hinsenkt so hoheit mehrzahl was hat nichts da wer will damit sagen das ist plural ist gezeigt hat dass er in die form spricht aber das ist ja völliger blödsinn der spricht da in wir form der spricht in er form der spricht in ich form der steht der betet sogar zu also der schwört sogar auf den herrn des ostens der aller in suche 70 vers 40 nein das soll ich jetzt sagen eure hoheit ist ein zahl nicht mehr zahl was sei ich gebe jetzt noch ein vers ich gebe dir noch ein vers von den juden ja 210 vers 1 der herrn sein da was vom prophet hallo vom prophet david also profit damit du auch verstehst er spricht und der herr sprach zu meinen herrn ja was heißt das also mein gott mein gott oder zeit oder zeit bitte nicht zusammenrechnen ist das sein oder hörte mal genau zu 25 verblieben ist das sein wo drin steht dass der vater sprich als jacht und er sagt oh gott selbstsätzlich zu meine rechten zepter deines reiches heftig nah dass der vater den sohn gott nennt und der sohn den vater gott nennt genau sie schon in den alten testament simon war es im koran sogar drinnen steht dass die zahlen akzeptiert sind also kannst du dich sagen die sind verfälschbar aber die akzeptiert habe ich auch nicht gesagt dann hast du auch nicht selber gesehen okay das kannst du kurz bitte auch mir ausreden lassen ich bin gleich bitte nicht so gesehen mit mir sondern ich bin mit armen ich habe gesagt kannst du bitte auch arme ausreden ist der koran vollständig was meinst du ja klar ehrlich zeigen wie sie sagt der koran ist nicht vollständig er zeigt uns zeigen nicht sagen ja gerne doch gerne mit dem größten vergnügen wir gerne zeigen ist immer gut aber ich traue mich nicht deine bizeps sind wie zu groß naja da musst du dir ein beispiel von mir nehmen nicht in der schicht abhängen sondern bizeps größer naja wolltest du nicht für youtube machen ich habe laut ebk ja ja dann du mein kleiner ehrengast ist damit du wenn die leute reinkommen und zumal kamelurin serviert danke du bist mein vorbild immer alkohol trinken das macht schon der mohamed und zuge 16 versiegt genau hier ist alkohol sehr bekannt hier in europa in der arabischen welt alkohol dein chef al-hakim al-azim betrinkt jedes mal saudi arabien und deine kirchen hier sind kannst du selber recherchieren wir sind wiedergeborene kritzen das ist wie jetzt wie ich sagen denn ach medias ja okay hier sind auch viele kreativität hier in deutschland du sagst okay und damit sich ausreden lassen emilien emilien immer bitte schlag mal bitte auf ich will das nicht vorlesen du sollst das selber lesen ich schreibe bitte auf sein muslim 14 52 ich schreibe 6 auf 14 52 jetzt will er doch nicht mehr mit amirin das war jetzt auch so der herr jesus christus seine blinden augen öffnet von dem klein der sich vergibten hat lassen von den ganzen muslimischen dauer karotten leider kann ich nicht selber gucken ungelogen versprochen ich habe versucht aber ich glaubte jetzt einfach ich habe versucht jetzt zu holen aber dann wurde ich raus gekippt nicht dass sie denkt dass ich die chance habe oder raus will ist ja kein problem wenn wenn du das der aufschreibst dann siehst du komm ich zitiere das berichtete dass im heiligen koran offenbart worden sei dass zehn klare stillgänge die ehe illegal machen dann wurde sie durch fünf stillgänge und aufgehoben und ersetzt muhammad starb und es war vor dieser zeit im heiligen koran und wurde von den muslimen rezitiert wo ist denn das stillen eines erwachsenen emilia ich bin kein gelehrter warte lass mich bitte ausreden ich kann es ja nicht erklären ich werde selber suchen später weil das was du sagst ist nicht zu 100 prozent richtig weil ich habe noch geguckt du meintest dass muhammad irgendwie kleid trägt und es gibt einer ich habe vergessen wie der heißt der hat dich als charlatan bezeichnet hat das ganze nochmal erklärt dass mit kleid ist die kabe hat ja auch ein kleid ein kleid ist etwas womit man sich verdeckt und meinte das kleid ist das kleid ist mit gemeint das haus sie verdeckt ihn er verdeckt sie kleid ist nicht bleibt mir denkt das wort mit benutzt mit bedeutet eindeutig das kleid einer frau mit aber wird das ja vielleicht sollte die leute wie dich zu verarschen das ist das problem das ist weiter reden kurz genau ich habe richtig was so richtig gesagt genau damit ihr mich ausreden lässt das ist dieser eine den du früher beleidigt hast weißt du noch wo du meintest guck mal wieder aussieht sieht aus wie ein toter du möchtest du deine zunge in den mund von ein kleines kind reinstecken mein lieber würdest du deine zungen das ende in das mund von einem kleinen kind reinstecken ich nicht oder nein aber wenn du mir diese erklärung gibt es ja und ich dann noch mal gucken und der gleiche typ bezeichnet sich doch mal als scharlatane es gibt viele muslime die scharlatane sind sollte jetzt alle als scharlatane würdest du die seite von mann küssen lassen den bauch von einem mann küssen lassen wie ein mann wenn ich mein vater ist die sonne ich komme ja auch wenn also würdest du von deinem vater so die bauch so küssen lassen und sagen aber als baby hat er doch auch mein bauch geküsst als das kind ich rede nicht als baby ich rede ich rede wenn zwei erwachsene männer sich gegenseitig dem bauch küssen ist das okay jetzt nicht jetzt nicht erwachsen wieso sollte es war das dein profil warum lässt er sich den bauch von einem mann küssen also es gibt für alles das serie und und ich verspreche dir schwer zwar mit einem anderen er kommt kommt wenn ich genug informationen habt vielleicht sogar mit einer ist vielleicht alleine wenn ich werde zurückkommen und höflich wie immer und dann werde ich mir alles erklären jetzt lang kannst du kannst du was erklären die millioner kannst ja zur aufgabe machen ok erklären wir mal warum frauen geschahen werden dürfen lottika das habt ihr von zu retten und da wird gesagt dass die frau geschlagen darf anscheinend und darf ich doch bitte vielen dank also die erklärung dafür ist das ist mit schlagen gemeint wenn also da sind also da sagt allah zuerst du darfst nicht mit dir schlafen man sie steht dann kommt ja mal zieht und schlafen sie mit dem ehebett und dann genau was ist mit schlagen gemeint was ist mit schlagen gemeint ja schlägen wir erklären zwar was damit gemeint danke danke dass man sich als chef bezeichnet dass man eine ex muslim als ich sagen das gemeint so vielleicht kannst du das wort bestimmt oder wo steht der mensch war kannst du das beweisen kann ich auch ganz so stark versucht erst gar nicht mit sie war kann zu kommen weil ich zeige dir jetzt gerade wie abu bakr mit seiner faust geboxt hat aber backe zeigt mir ein video das ist toll ein hadith von buchhari ein hadith ein hadith ja da muss das muss auch erklären warum ich ja mit der faust so hart geschlagen wurde dass die regierung schloss auf dem boden lag mein chef würdige aber aber du möchtest nicht anders nur gerne würde wirklich ja klar jetzt soll jetzt kommen warum sollte jetzt kommen ihr wollt ja nicht mal warum gesagt wieso mit ihr reden wisst ihr was anders gesagt haben ja okay aber das ist dann kennt das hat glaube ich merke dass das erst ein bisschen besser dann ist erst mal gottes segen 34 wir kennen uns ja bereits schon jetzt gut dankeschön aber hier guck mal eine frage am rande aber du hast jetzt du hast jetzt mit einem lass mich lügen 12 13 jährigen gesprochen warum redest du nicht mit leuten die sage ich mal auf deinem niveau vom wissen sind warum das so 13 jährigen noch mal war es einer doch hier dann eine kleine suche 4 34 bitteschön islam kenntnis jetzt weiß ich wer du bist guck mal einer redet einer redet nicht zwei bitte ich will nur verstehen ich will nur verstehen erst mal warum warum du mit einem kleinen jungen debattiert und ihm losstellt das ist einfach gar nicht loszustellen ich fand das sehr sehr süß wieder versucht hat den islam irgendwie noch zu drehen und zu verteidigen aber den gibt es ja gar ich meine du kommst du kommst mit argumenten von wegen mit dem schlagen mit dem also argumente die 100.000 mal widerlegt wurden warum warum denn gar nicht dass die nicht widerlegt worden weil ihr mit dem sie war das ja völliger blödsinn ja sagt wer zum beispiel ist aber kein idiot der den islam nicht praktizieren konnte dann bitte ich dich wenigstens dass wenn du weißt dass ich jemanden sehr mag dass diese person auch nicht negativ erwähnt du magst jemanden der ein kleines kind bewusstlos ich liebe ihn aber wacke liebe ich und zu deiner frage mit dem bauch mit dem bauchküssen nein 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 ist ankenntnis nicht mehr nicht ablenken nein nein nicht ablenken antwort aufsdure 34 ganz kurz amir wenn du schon wenn du wenn der kanal schon gehört dann lass uns miteinander erst mal zu zweit reden nicht zehn auf einmal ist mit dem bauchküssen ist er ist bekannt und wenn der prophet mohammed von jemandem den bauch geküsst hat dann oder andersrum das so war dann frage ich dich warum war das denn so ich frage warum war das so weil der prophet machen dass jemand mit seinem stock zurückgestoßen hat ja jemand zurückgestoßen hat dadurch hat jemand sozusagen das war jemand sozusagen leicht bringt dann sagte der prophet hier bitteschön hier bitteschön du kriegst dein recht zurück daraufhin hat diese person den prophet mohammed auf dem bauch geküsst und in seine liebe auszustrahlen wo es jetzt ist verwerflich achst du magst du männer küssen sich dann auf den bauch um in die liebe dann auszudrücken machst du das auch wenn der prophet mohammed ist würdest du das nicht bei jesus machen willst du mich verarschen oder was ich küsst euch gegenseitig dem bauch ist langsam 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 warum warum sprichst du denn rum und moment würdest du jesus also würdest du jesus weg stäuschen was ja wenn jesus dir seinen bauch hinhalten würde würdest du jesus weg stoßen mein lieber mein herr jesus christus würde niemals zu kommen und küsse meine meinen bauch okay also der prophet mohammed sallallahu alaihi wassallam hat seinen bauch im flüssen hat ihm gesagt küsse das was du sagst klingt so utopisch dass du sagst aus liebe heraus dass sich zwei männer so den bauch küssen stell dir vor du bist unter der scharia auf einmal sieht ein ein soldat des islamischen staates wie du den bauch von einem anderen mann küsst was was ziehe ich mich ganz klar okay lass mal islamische stadt beiseite unter der scharia diese spielchen dass du mich in diese schublade schüppst die schiebe ich direkt zurück erstens folge lang war islamischen und hast du nicht okay kein problem unter der scharia wenn die dich erwischen unterzeugen dass du von ihm einen mann einen mann küsst von einem anderen mann den bauch was passiert ganz einfach dann beantworte ich dir ganz einfach der prophet mohammed sallallahu alaihi wassallam sagte nicht zu dieser person küsse meinen bauch sondern er entblößte seinen bauch auf den du kannst hier mich zurückstoßen kein problem daraufhin hat dieser sahabi selber selbstständig ihn geküsst jetzt frage ich dich aber gegen rum was ist wenn jesus seine bauch entblößen würde und dasselbe mit ihr machen würde das ist doch utopisch was du sagst man muhammed lässt sich einfach den bauch von einem mann wo ist denn aber beantworte mir doch meine frage würdest du ja so was nicht gesagt hat und niemals befohlen hat und niemals seinen bauch jemanden gezeigt hat zum küssen liebst du jesus ja oder natürlich liebe ich jesus klar ohne ende ja dann okay wer wärst du abgeneigt davon auch nur eine sekunde die nähe von jesus zu haben das ist doch was ganz anderes seinen bauch zu küssen wie sieht das denn aus wenn man seinen bauch küsst das ist doch egal wie das aussieht ist doch in deinen augen sogar dein gott aber gerade eben hast du noch gesagt ja das ist meine liebe ausdrücken das ist gar kein problem ich möchte dich mal sehen ob du gerne den hadith auch praktizierst wenn du wenn der mohammed zu dir gesagt hat du sollst bei deinem essen nicht die hände abwischen sondern lecken oder sie von anderen lecken lasse natürlich ist es jetzt eine verpflichtende sonde absolut denn der mohammed gesagt hat wenn der mohammed die eine anweisung gibt und sagt er sagt die islam kenntnis wenn du isst dann wische deine hände nicht weg sondern leck sie ab oder lass die lecken von jemand anderen wer sagt dir dass das eine verpflichtende sonder ist also ganz kurz bevor wir zu dem anderen thema gehen will ich mit dir bei dem thema bleiben würdest du jesus wegstoßen was einen kuss angeht ja oder nein ich würde einfach nicht kussen weil er sowas niemals zulassen würde okay ich würde seine füße waschen oder versuchen seine füße mit öl oder was zusammen so wie diese eine das getan hat das würde ich machen aber dein bauch die füße küssen ja aber doch nicht dein bauch weißt du was die füße küssen ist heute ist dein bauch allein guck mal bitte der hadith wie er sich anhört oh dazu doch leider genau das was ich wollte hört sich das nicht komisch an nö das ist die nähe würdest du die füße küssen von jesus ja oder nein natürlich würde ich die füße von jesus christus küssen absolut weil das eine erniedrigung sich selbst ist das ist genau genau kein homoakt oder was kein vorken zu tun wie der mohammed das getan hat du siehst doch wie der mohammed die ist mit einem mann der irgendein sahabi ist von mohammed und sein bauch küssen was hat denn für ein vergleich okay also noch mal ich sage ich sage nicht wenn aller mensch werden würde wenn aller mensch werden würde würdest du nicht seine füße küssen wird er niemals erstens zweitens ich weiß kein mensch und das ist eine rhetorische frage und diese war die werde ich auch nicht beantworten ich frage ich habe mir zwingst du sie auf was für ein heuchler du bist man sagst du ich bin ein heuchler ja natürlich du zwingst mir so eine rhetorische frage auf das gleiche was ich jetzt probiere und dann sagst du mir eine rhetorische frage auf alles klar wer ist weniger ein heuchler als derjenige der sagt ich würde die füße von jesus küssen aber sein bauch nicht weil das mein gott in fleisch jetzt würdest du gott im fleisch seine füße küssen ja natürlich ach so aber auch nicht was laberst du da das ist homo wie telefoniert er jetzt ja war klar hatte er hat das schon mal gehabt einen anruf einmal bekommen während einer debatte und sagt dann so ich will nicht mehr weiter debattieren weil die leute die leute haben nämlich schon angerufen haben gesagt was machst du da oben wieder und das ist schon mal auf video dann sagt er so ich will nicht mehr weiter mit dir debattieren und dann ist er gegangen und das ist immer die gleiche aber hauptsache sagt die wird die doch immer mit einem wissenden gehört was er gesagt hat wo ich mich aufgeregt habe wo ich gesagt habe was das ist für dich ein akt der liebe wenn wenn zwei männer sich den bauch gegenseitig küssen richtig oder was das macht ist einfach noch die sahne der meins ernst wo es islam kennt nicht wieder hin ist dann kennen es kommen zurück bruder mir du musst du musst auch vorstellen du bist dann neben mohammed und dann macht er so den bauch auf und so ach ja warte komm her dann schlicks ja eine blick den so an die seite dann will der mohammed so vergeltung üben und dann hebt der typ sein t-shirt hoch und mohammed beginnt dann seinen bauch und seine seiten zu küssen was sagt der für ein blödsinn man ist das heftig ey ja und dann kommt er mit dem miss walk und da habe ich ihm gesagt also du findest jemanden den abu bakker der ein kleinkind bewusstlos geschlagen hat findest du in ordnung schön gut gutes vorbild die leute sind ja gar nicht beginnt sich gar nicht mehr bewusst was die da eigentlich sage kommt schau dir das mal bitte an unfassbar leute schreibt euch das mal bitte auf hier sahih muslim buch 9 hadith 3506 nein sahibu radi band acht buch 82 hadith 828 band acht buch 82 hadith 828 abu bakker kam towards to me and struck me violently with his fist and said you have detained the people with because of your necklace but i remained motionless as i i was dead less i should awake allah's messenger also that it was very very painful der schlag den abu bakker ihr verpasst hat sie lag regungslos auf dem boden und das hat ihr absolute schmerzen bereitet und dann sagt es von mir beleidige nicht diejenigen die wir lieben also der islam kenntnis liebt so jemanden der ein kleinkind auseinander nimmt schlägt unfassbar sehr so ich liebe ihn ja da sehen wir seine liebe unfassbar nicht aber gut ich habe auch daran gedacht dann gegen gegenseitig finger lutschen ist das ist das ein muss die so tun das so praktizieren aber er zu geben dass es eine sonda ist natürlich wenn muhammad einen etwas anordnet in der sonda wenn er anordnet in den hadithen und ihnen sagt wenn ihr isst er sagt auch wenn ihr isst ihr muslime dann bicht nicht eure finger ab sondern leckt sie oder lässt sie lecken von jemanden leckt die andere von den anderen unfassbar ne gegenseitig finger lutschen ne wahnsinn nagellack entferner hallo 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 haben wir was mein schönes bild war es kleine kinder am fotografieren also mit den videos als cloud und dann so selbst macht mit den kindern ich dachte den moment der an oder sowas ist der typ ja wir kommen ganz auf seinen profiten heftig das sieht so verstörend aus und ekelhaft das namen hast du gesehen letzten zwar haben die mit tesla hand live und da ist richtig ausgerastet und da wollte er das haben und da wollte er das test an juden beleidigt also ich habe meine seite hochgeladen das kannst du angucken ja ja ich hab mir das war eigentlich nicht so korrekt weil also von euch weil ihr habt mir ihr habt mir ja damals gesagt hört ihr mich gut weil das raschelt so viel bei dir ja wir hören sich gut okay damals gesagt würde jesus gott werden würde gott werden also mensch werden da habt ihr mir gesagt ob er würde oder nicht das kannst du gott nicht vorschreiben stimmt so aber pavlos gerade gesagt er würde nicht seinen bauch und fragen nach seinem buch und er würde sich seinen bauch einfach nehmen und dann kommt schlägt es ab oder küss ihn ja aber du weißt ja nicht weil du kannst ja nicht sagen was er würde oder besser würde mich jetzt aber allein die tatsache dass wir hier nicht von irgendeinem menschen reden sondern gott im fleische wenn ich also mich niederknie seine füße wasche und sie so küsse dann küsse ich gott seine füße im fleisch bestehst du das ist ein himmelweiter unterschied als wenn zwei menschen der eine piekt ihn an die seite der andere hebt die seite und lässt sich den bauch einfach so küsse was das ist das ist eine sünde genau verlass verstehst du eine sünde macht gott nicht würdest du von einem anderen mann den bauch küssen lassen du dein und du seins aber wieso ist das so ist das nicht gesetzlich ist das nicht schwul morgens steckt auch seine zunge in den wohn von kleinen kinder hier das ist der wahnsinn mann adam almofrat 11 aber ich kann es meine frage war antwort ist das schwul für dich also wenn zwei fremde männer ist das nicht so aber ich halte so oder so nichts davon weil ich bin vier also ich halte ja nichts von diesen von diesen sonniten ach du hältst nichts von sonniten meins im schietentum gibt es kein robo zeugs oder was da wird sogar der mann die ein mann muss einem eine brust geben den anderen mann ja guck mal hier du bist schia pass mal auf eine schiitische überlieferung besagt dass ali ibrahim von seinem vater von annufaili von astukuni von abu abdullah allahs frieden auf ihn berichtet der führer der gläubigen ali allahs frieden auf ihn sagte die sodomie also die homo ist etwas anderes als anl ein alle anl ist unglaublich alkafi kitab an nikah band fünf seite drei der schiitische gelehrte ayatollah ali akbar al jifari kommentierte in der fußnote diese überlieferungen mit den worten es ist zu sagen dass was die strengen und die länge der strafe betrifft dies die homo auf die der stufe des unglaubens ist man könnte es jedoch auch so auslegen dass seine aussage bedeutet dass es erlaubt ist in anderen wort in anderen worten heißt es dass das verbot der homosexualität unsicher ist es könnte verboten sein jedoch könnte es auch erlaubt sein die bedeutung der worte könnten in zwei richtungen schlagen das wort dubur hat im arabischen mehrere bedeutungen wie hintern zurück oder diesen kontext auch anl also für duburi das kennen die araber die gegebene aussage besagt gemäß der auffassung von ayatollah ali akbar dass man alles außer den anl sex als sodomie auffassen kann denn dubur hinten bedeutet unglaubung und es hat nichts mit der sodomie zu tun weiter lesen wir in den werken al mahazin band 1 seite 201 bis 202 bihar al anwar band 76 seite 70 eine überlieferung welche lautet es wird abu ja ver allahs frieden und segen sei auf ihn wie er sagte es wurde zu ihm gesagt kann ein gläubiger mit der homo geprüft werden er antwortet ja vorausgesetzt dass er der aktive ist und nicht der passive heftig also passiv oder aktiv ja okay okay na haste gemerkt du weißt ja gar nicht was islam ist sowohl die sunnis als auch die schien die haben den wahnsinn in ihren schriften drin glaub es mir es ist besser diese religion beiseite zu legen und jesus christus zu folgen glaub jetzt habe ich verstoßerwanderung bekommen wahnsinn neustart sofort neustart bevor dings kommt sperre widerspruch ich habe widerspruch eingeladen mal gucken ob der widerspruch genehmigt wird ich glaube weil du männer und so geredet hast die sich feuchte gegenwärtig wissen ja das sind so worte die hier fallen auf einmal macht das wenn man einfach dem islam vorliest dann passiert sowas ja die muslime verstehen nicht dass tik tok eigentlich den islam überhaupt nicht zulässt stell dir mal vor ich würde an alles lieben was hier wirklich in islamischen schriften verzeichnet ist dann würde ich ja dreimal gesperrt werden zehnmal die islam kennt ist sowieso der beste ist das den bauch nicht küssen ich würde gerne allein mal reden ist dann kenntnisse kann wenigstens richtig deutsch ist das ich meine ist nicht wie hansi der macht wahnsinnig macht der spielt spricht fließend deutsch mit dem kann man sich immer anrufen während der debatte anrufe und da muss er immer abhauen weil die leute dann sagen hör auf damit gehe nicht mehr nicht mehr weiter debattieren bevor du einen schaden anrichtest aber das tut auch bei islam kenntnis der lügt euch nicht an oder so weißt du glaub ich mir aber 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 der ist so viel gelogen wie haben die oder wenig gelogen hat das spielt keine rolle gelogen wieso wir haben die haben das auch haben die ist auch obere champions league was lügen angeht eins werde ich nicht vergessen als er mit mir da debattiert hat über die tatsache dass die gestillt hat und da habe ich das in meiner whatsapp gruppe gepostet meine ich so hier wer von euch derjenige ist der wirklich wahrhaftig ist der soll das vorlesen aus fattel monim fischer sei muslim von musa shahin lasin band fünf seite 622 den unteren text habe ich direkt ein markier ich kann das zeigen ja king of kings ist der hier ich brauche jemanden der arabisch lesen kann ist jemand hier der arabisch lesen kann kann man bitte jemanden eine anfrage schicken der arabisch lesen kann nur mal vorlesen und für uns übersetzen mariam wäre jetzt gut wenn sie hier wäre wo ist die mariam wenn man sie mal braucht mariam wo willst du ich habe es auch auf deutsch gemacht ach so okay alles ja ich hatte gar nichts das ist wegen diesen tiktok das ist viel so klein mariam wo bist du ist hier denn kein arabischer christbinder der arabisch lesen und verstehen keine gute arabisch die konnte richtig gut da hat ist die hat die musik richtige zeit was sache ist jetzt das vier die hat das mir gestern vorgelesen wo ich konnte nicht mehr wie die das ausgesprochen hat die extra vielleicht kann der toni 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 wo bist du toni 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 Hey Leute. Das ist das erste Mal, dass ich live komme. Cool. Ja mein Lieber, herzlich willkommen in der Show von Dr. Schirker. Alles klar bei euch? Ihr nehmt ja die Moslems richtig auseinander. Nein, wir sind hier nicht um irgendjemanden auseinander zu nehmen. Nein, also Spaß beiseite. Von allen Religionen auf der Welt ist der Islam die antichristlichste von allen. So sieht's aus. Warum? 1. Johannes 2,22. Warum? Weil, genau, die machen aus Jesus den Erlöser, das Opfer Gottes. Es war ja kein billiges Opfer oder so. Wenn du deinen eigenen Sohn opferst, um die Menschheit zu retten, dann ist es kein billiges Opfer. Und die Moslems machen genau das daraus. Die machen aus Jesus einfach irgendeinen Propheten und machen daraus das Opfer Gottes nichtig. Also das ist die antichristliche Religion überhaupt. So sieht's aus. Aber ich find's echt cool, was du machst, Leute. Ehrlich. Warte, Segenbauer. Mach's gut, ja? Ja, auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Genau. Wann gibst du jetzt dein Leben endlich den Herrn Jesus ab? Wie viel hat Ahmir mit dir schon geredet? Wie viel hat dieser Ahmir schon mit euch geredet? Wie viel? Wie viele Rezepte hat er noch gegeben für euch als Schiff? Wie viel? Ich hab doch schon alles demoliert. Alles. 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 Du musst dich den Stimmen, Genaro. Genaro. Meine Eier sind immer. Aber irgendwann wird er genau wo schon sein lebenden Herrn Jesus abgeben. Irgendwie hab ich schon so ein Gefühl daran. Ja, das merkt man. Ah, der kommt später. Okay, dann. Bis später. Ist dein Widerspruch akzeptiert worden? Hm, der ist noch nicht durch. Widerspruch wird bearbeitet. Okay. Bis jetzt ist er nur altersbeschränkt. Okay, das ist ja nicht schön. Wir haben schon fast die 300.000 erreicht, ihr Lieben. Hammer. Ich bin auf Platz 32. Dank Toni. Dank Toni. Dank Toni. Nee. Auf Platz 8. Heftig. Platz 8. In der Liga 04. Wie kann man das an die Seelische Rangliste du bist? Ich seh das gar nicht. Einfach hier oben. Da oben. Ja, da steht Liga. Bei mir steht, du bist Platz 7. Was? Du bist Platz 7. Jetzt bin ich Platz 7, ja. Weil der Toni hier wieder... Heftig. Einfach Platz 7. Ja, genau. Platz 7, ja. In der Liga 04. Bei der täglichen Rangliste sind wir noch weiter. Ah, das wirst du von G-Neddy Westers an die Champions League gemacht, oder? Ja, das ist das Heftig. Wenn ich zum Beispiel Mette spielen würde, dann würde ich die ganze Zeit auf Platz 1 gehen, weißt du? Ja. Ja. Aber es ist ja nichts in der Sache sowas, oder? Ja, genau. Du siehst auch. Amir. Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Ich habe kurz eine Frage und ich wollte dir, bevor ich dich stelle, mal danke sagen für deine Arbeit. Ja. Weil ich auch teilweise durch dich und durch meinen Cousin zu Jesus Gott gefunden habe und somit auch wiedergeboren werden konnte. Und meine Frage wäre, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass sexuelle Lust auch eine große Sünde ist im Christentum und das leider Gottes aber ein großer Fall ist, bei den meisten Männern vor allem. Ich wollte dich fragen, hast du vielleicht Tipps, wie man diese Lust oder diese Sünde am besten bekämpft? Ja, auf jeden Fall tief ins Gebet gehen, immer ständig ins Gebet sein und versuchen, dich durch alles Mögliche erstmal abzulenken, auch durch Bibel lesen. Wenn du viel Bibel liest und Gemeinschaft mit dem Herrn hast, dann wirst du auf jeden Fall erstmal weniger sündigen, als du zuvor gesündigt hast. Verstehst du? Okay. Dass du nach deiner Beziehung nicht perfekt bist und dass du überhaupt niemals perfekt sein wirst, das ist klar. Aber da wird eine Veränderung in deinem Leben stattfinden und du wirst dir auf jeden Fall Mühe geben. Du wirst also nicht jeden Tag losziehen, um irgendeinen Quatsch oder Unsinn zu machen, sondern du wirst Stück für Stück versuchen, ein anderes Leben zu führen, als du vorher geführt hast. Okay. Ja gut, das wäre es eigentlich von mir aus. Ja. Danke vielmal, ne? Schönen Tag noch. Ja gerne. Gott und deine Familie. Beste Entscheidung deines Lebens. Ciao, ciao. Ja. Heftig, ne? Wir haben den Herrn Jesus gefunden. Dank dir, Bruder. Ach was. Dank euch. Dank auch an alle hier, weil ohne die ganzen Geschwister geht ja das Ganze auch gar nicht. Wenn sie tippen, liken, diese ganzen Sachen da rein posten und so, dass man in Hörungen kommt. Dass Leute das sehen. Sonst geht das nicht. Ohne sie ist das, sonst geht das überhaupt gar nicht klar. Ohne die Geschwister hier geht das gar nicht. Der Herr benutzt auch jeden einzelnen von uns, damit sein Reich gefüllt wird mit wundervollen Seelen. Amen. Amen. Der Dank gebührt immer Jesus, keinem von uns. Ja. Ja. Ja, Amen. Allein den Herrn. Alle ihre. Ich gebührt nur ihn. Ja, genau. Danke dir. Ja, möge der Herr Jesus Christus und jeden einzelnen von euch segnen, behüten und beschützen. Und sein Angesicht immer über euch leuchten lassen. Aber wenn es nach Pierre Vogel geht, dann würde da das Gesicht von Jesus immer auf euch leuchten. Genau. Angesicht. Hast du das Video gesehen von Pierre Vogel, als er gesagt hat, wie er Angesicht auslegt, im Angesichte Gottes? Ja, sie hat nicht blockiert sein Gesicht von denen. Ja, sie hat nicht blockiert sein Gesicht von denen. Ja, da sagt Gott, hat ein Gesicht. Seht ihr? Angesicht Gottes, sagt er. Das ist ein Studierter Mann. Guck mal, was er da sagt. Unfassbar, ne? Der Typ, der ist wirklich unfassbar. Ich habe mir aber eine Sache angeguckt, der hat mal irgendwas mit mir genommen und äh, sagt dann so, ja, das ist falsch, äh, wiedergegeben, ein Widerspruch, obwohl er nicht geht's. Hamdulillah Jesus, mir geht's gut, wie geht's dir? Hamdulillah, mir geht's gut. Das ist doch schön. Wann kommen neue Videos mit ABK? Demnächst. Wann hast du Bock? Wann soll ich machen? Wenn du sagst, ich soll machen, dann mach ich. Wann? Morgen. Morgen um wieviel Uhr? Zwölf Uhr. Zwölf Uhr, ich bin noch am Schlafen, hab ich keine Zeit. Zwölf Uhr ist zu früh. Hol mal deine Abaya raus. Hol mal deine Abaya raus. Was der ABK da ausgelöst hat, ne? Wie der, wie der, wie der uns allen verholfen hat, sehr viele Menschen zum Herrn zu führen. Das ist heftig, ne? Hammer. Hallo? Ne, wie gesagt, auch so. Er wird dich jetzt begraben. Er hat dir einfach eine Tür geöffnet. Hammer, ne? Ich hab das mir damals angeguckt. Das war heftige Zeit. Ja, ich musste mir natürlich Sport anhören. Sport tut mir ergehen lassen, aber das Ganze hat aber auch einen positiven Effekt. Und zwar, ich konnte sehr viele Menschen erreichen und dem schönen Einheit gebieten. Dem Ganzen. Sowohl ihm als auch dem Islam. Gut, dass du mich erwähnt hast, ne? Sehr, sehr, sehr. Der bereut das richtig. Ich glaub mir, der bereut das richtig. Aber das sind seine besten Videos, ne? Ja. Seine stärksten Videos waren mit mir. Heftig. Also er liebt noch mal auf dich reagieren manchmal, ne? Aber er war jetzt sein Kompetentivschlag. Hm. Ich lege tief. Hallo? 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 Hallo, Ghibliin. Gut, dir? Ich hab's dich gar nicht gepackt, wie's dir geht. Ach so, sorry. Du sollst aufhören, die Leute zu würgen, Ghibliin. Lass es sein. Geh wieder in die siebte Himmel und bleib da. Hör auf, die Menschen zu würgen. Ja. Raus hier. Ja, jetzt kommt der nächste Ghibliin, der Bürger. Guck mal. Ja, ja, ich weiß es nicht. Guck mal jetzt. Hallo? Gina? Aaaaaahhhhhhhhhhh! Der kommt immer hier rein. Das ist Gina, der kommt immer hier rein und dann schreit der immer und dann geht der wieder raus. Ahhhhhhh! Der muss den Wahnsinn einmal rauslassen von dem Muslim. Einmal rauslassen. Exmo, du Maschine, Alter. Du Maschine, Alter. Das heißt, herr Exmo-Slip für dich immer noch. Du bist bester Mann, die Getsche. Du bist bester Mann, die Getsche. Ja, hallo, hallo. Hallo? Wie geht's? Handel Jesus, mir geht's gut, wie geht's dir? Warum hast du so viel Hass im Herzen? Nee, Allah hat nur Hass im Herzen, ich nicht. Ich hab nur Liebe. Bist du dir da sicher? Ja, natürlich. Ich liebe meine Feinde. Tu wohl denen, die mich hassen, und bitte für die, die mich beleidigen und verfolgen. Allah will nur Hass und Switra zwischen den Menschen stiften. Du bist echt verlogen, Mann. Ich? Oder du und deine Religion? Nee, du. Nee, du. Und das Christentum. Du musst die Ärzte angewöhnen, nicht mehr um, wie du haben wir, um 18 Uhr im Bett zu sehen. Das ist doch nicht deine Sache. Ja, aber du sollst auch nicht das Bild von einer, von einem Mädchen benutzen und dann auch noch ein Junge sein. Was bist du, Transformers oder was? Ist doch geschickt und schlau, oder? Sehr geschickt und schlau, wenn man das Bild von jemand anderem benutzt, ne? Sehr geschickt und schlau. Sehr mutig. Was soll ich sagen? Ja. Ja, Mr. Sunna. Ja, Mr. Sunna. Ey, Amir. Mr. Sunna. Warst du Schiite? Ich war Bullite. Wann? Waller. Wann? Waller. Stark, ey! Kann ich mal deinen Bart anfassen, wenn ich dich sehe? Nein, natürlich nicht. Bitteschön. Stark. Ich wollte den Bart wie Jesus. Kannst du mein Bart? Kannst du mein Bart? Kannst du was auf mein Bart abreißen und mir per Post checken? Was willst du? Ich weiß, mein Bart mal. Kannst du mein Bart mal ein bisschen abschneiden und mir per Post checken? Ja, wenn du die Dings übernimmst, die Postgebühren, dann kann ich das machen. Dann kann ich den schönen Haar von meiner, hier, gesegneten Haare, kann ich dir einschicken. Vielleicht kannst du dich da drinnen dann in Badewanne reinmachen und baden da drinnen. Vielleicht kriegst du Segnungen. Habt ihr wirklich einen Gott, der eure... Kennst du diese Ach-Wa-Sekte? Ach-Wa-Sekte, was die da machen. Sie baden in Wasser oder lecken diese Haare von Mohammed oder was die da machen. Das ist sehr, sehr krass. Sehr, sehr heftig. Aber gut, die sind treue, eigentlich treue Muslime. Da gibt es ja diese Bad-Adi-Sklavin, die Mohammeds Pippi getrunken hat. Dann gibt es die Sahaba, die sich gestritten haben um die Popel von Mohammed und sich fast umgebracht haben. Dann gibt es andere Sahaba, die sich um die Kacke von Eich das Kamel gestritten haben. Also irgendwie dreht sich alles um SEX und Kacke. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Steht es wirklich in der Bibel, dass irgendwo in Jeremia oder so das M-Wort steht so? Nee, das M-Wort steht nur bei euch in den islamischen Schriften. Ja, wo? Nee, das zeigt dir. Guck. Da wird ein, guck mal, da wird ein Volk genannt. Ja, ein Volk. Und da steht nicht so, wie du es da gesagt hast. Diese Beleidigung wird ganz anders geschrieben, als wie es da steht. Bei euch steht es aber. Bei euch steht wiederum diese Sachen, die aber wirklich so sind, interpretiert sind. Jetzt würde ich deine Meinung gleich dazu hören, wenn Amit diesen Handys gebracht hat. Aber kriege ich trotzdem ein Stück von deinem Bart? Nee, das kannst du gerne. Okay, ich schreibe die dann auf Instagram, meine E-Mail-Adresse und meine Adresse so alles. Ja, genau, per E-Mail-Adresse, das ist richtig. Sehr angedacht. Hier, guck mal, auf islamweb.net. Der N-E-G-E-R, also da steht wirklich das Wort, der N-E-E-G-E-R begeht, wenn er satt ist, Ehebruch. Und wenn er hungrig ist, stiehlt er und dazu gehört Toleranz und Hilfe. Der Jesidi, wo ist deine jesidische Mutter? Was ist das denn? Du musst mal bitte jemanden... Hä, wie ist der denn hier reingekommen, der Typ? Wie hätte das denn gemacht? Ich dachte, das wäre der echte Perfuge, ne? Achso, du hast den reingehört. Ich dachte, das wäre der echte. Ich weiß, ich weiß. Ich dachte, ich auch. Und dann habe ich den reingehört, da kam so ein Kamelurin raus. Ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind gerade, dass Settnich-Pier-Vogel hier hinkommt. Und dann das... Hier, das Buch ist die Fülle des Allmächtigen. Al-Manawi. Mohammed Abdel-Rauf Al-Manawi. Band 4 auf der Seite 72. Der N-E-G-E-R begeht, wenn er satt ist, Ehebruch. Und wenn er hungrig ist, stiehlt er. Heftig, ne? Oh. Schön. Oh. Genau. Oh. Was sagst du dazu? Ich bin jetzt voll mundtot. Oh. Ja, totmund. Ja. Aber ey, ich würde trotzdem ein Stück von dem Bad haben. Okay, warte, ich schicke dir das. Guck mal. Mit Post. Auf Wiedersehen. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage. Nee. Warum? Also, wie kann Jesus eure Sünde tragen, wo ein Mensch war? Der war ohne Sünde. Also, wie kann ein Mensch die Sünde tragen von anderen Menschen? Ja, er ist ja Gott im Fleische ohne Sünde. Daher ist er fähig genug, um unsere Sünde nicht im Falle. Ist jetzt Gott gestorben? Also, dein Gott ist gestorben. Hä? Das Fleisch ist gestorben, nicht Gottes gestorben. Das war eben gesagt, der war Gott. Ja, Gott im Fleische. Aber nicht Gott ist gestorben, sondern das Fleisch. Wie ist Gott im Fleisch? Gott, was ist das? Ja, das Fleisch. Wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, muss ich mal vorstellen, wenn Gott Mensch wird, was ist dann gestorben? Der Mensch ist gestorben, nicht Gott. Ja, Gott hat einen riesigen Vorwand getragen. Aber man kann nicht andere Menschen Sünden tragen. Ich kann doch nicht für dich sterben gehen. Genau. Du kannst nicht für mich sterben und ich kann nicht für dich sterben, weil wir beide Sünder sind. Aber wenn ich sündlos bin, dann kann ich deine Sünden tragen, richtig? Aber Jesus war ein Mensch, er kann es auch Sünden machen. Der Koran sagt doch, dass er sündlos war, Surah 19, Vers 19. Die Bibel sagt, dass er keine Sünde kannte. Zweite Korinther 5, Vers 18. Nein, ich habe mich jetzt ein... Also, Juche, Jesus, an, es andere ist, weißt du? Hast du ein geraucht? Hast du ein geraucht? Nein. Du rauchst? ich weiß was ich gemacht habe ich sagen ich habe die eine genutzt das hat er gesagt ja der will natürlich seinem seiner religion alle ehre machen damit von die ich habe sogar ein bild als mein profilbild der playstation ja will ich auch offen muss immer den doktor scheef immer da haben damit sie sich an meine worte erinnerst du bist du ein fan von galate bevor du mich noch beleidigst und beleidigen wirst raus du gehst raus raus du komm nicht mehr du geh raus 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 hallo mach mal bruder an mir mach mal die wunderschönen song an so wertvoll wie das flüssige gott ich kenne das so auswendig jetzt kommt der sommer langsam dann wird das schon gehört hier ich habe mir gedacht dass du das so ernst und fühlst total den song weil er so gut ist heimlich hört sich das Tiervogel an, heimlich, anders, Isam und Tiervogel hört sich das an heimlich. Weil das ist nur das Wunder, was da jetzt ist, halt jetzt. Nein, das ist blödsinnig, Gott. Gottes Segen. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ja. Hörst du Schwan, ihr geht. Wann segne dich und deine Familie, was möchtest du? Dick, ich bin hier ein bisschen. Ich will dir daran mitnehmen, dass du ein großer Schwanz bist, mehr nicht. Wenigstens bin ich ein wie du, ne? Du bist ein großer Schwanz. Genau, du bist ein kleiner. Raus! Raus, raus! Ja, das ist jetzt gar nicht. Das ist unglaublich. Hallo Bruder, wie geht's dir? Ja, Axel, ich bitte nicht diese Worte benutzen. Letztes Mal bin ich wegen dir gesperrt worden, obwohl ich davon nichts konnte. Aber das war wegen mir, ne? Habe ich mir gedacht. Genau, wegen dir. Weil du hast diese komischen Sachen erwähnt. Nicht mehr sowas sagen. Nein, nein, habe ich mir auch drüber, habe ich mal gedacht, ja. Gottes Segen, Bruder, wie geht's dir? Wie geht's euch? Ja, Handel, Jesus, sehr gut. Und dir? Was sind das für Leute hier, was manchmal abgeht? Ja, das ist Kamilurienfetischismus, das ist normal. Ehrlich, alles dämonisch, ne? Angriffe und so. Angriffe und so. Das ist Kamilurienfetischismus. Das ist Kamilurienfetischismus. Das kommt immer zu Geld. Das kannst du keinem erzählen. Nicht mal dein Nervenarzt. Dass ich keinen Schaden davon getragen habe, hier bei TikTok. Das ist ein Wunder, ist das. Ehrlich, ey. Ehrlich, ich habe... Es ist eigentlich nicht so Schmerzen sehen, was die Leute hier von sich geben, ne? Unglaublich, wirklich. Die haben keine Schadengefühle. Die sind so primitiv, Bruder, jetzt. Primitiv, ja, primitiv, ja. Ehrlich, ich habe die jede Woche bei mir. Jede Woche sind die bei dir, genau. Ja, bis mir, da kommen die vorbei. Du hast bestimmt schon den ein oder anderen Imam schon da getroffen, ne? Hundert Prozent. Ja, siehst du mal. Die schreien, Bruder. Ehrlich. Was wollte ich sagen? Was kann ich für dich tun, Jaksic? Nichts, ich wollte euch Gottes Egen wünschen. Abi. Und schön dich zu sehen, ne? Ich gehe jetzt raus. Ich gehe ein Gebet machen und wir hören uns. Okay, schließe mich mit ein in deine Gebete, ja? Auf jeden Fall, mache ich gleich. Danke, danke. Tschüss, tschau, tschau. Tschau. Medaba Abi, wie geht's dir Abi? Wie geht's dir Abi, wie geht's dir? Auch gut. Fablus? Ex-Muslim. Wer bist du denn schon wieder, äh, Danny? Äh, ich bin der letzte Woche. Ich bin der letzte Woche. Ich bin am Verungern und der ist nur am Essen. Guck ihn dir an. Nur am Essen, ne? Unfassbar. Ey, das ist Wahnsinn, Mann. Und wenn er zu Hause ist, isst er nochmal, ne? Ich mach keinen Spaß. Dann kommen die Kartoffeln dran. Wie geht's dir, wie, 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 wie macht ihr das denn? Und dann geht er trainieren und geht auch mal essen. Ist das krank. Oh, Armin, du glaubst es mich. Ich bin einmal den ganzen Tag mit dem Live gegangen, ne? Der hat den ganzen Tag durchgegessen. Der hat wirklich durchgegessen. Ich bin, oh, jetzt macht er mich wahnsinnig mit dieser, oh, look, you can eat. Fablus? Sag mal das Bild. Ich esse mehr als manche Bodybuilder. Ich hab das Bild nicht mehr. Dann wird sehr laut, Danny. Wir kommen später wieder, Danny. Okay. Gottes Segen, ja? Gottes Segen. 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 Ich mag das. Ich hab das Gefühlladım. Ich hab das Gefühl. Der Danny ist nur am Essen. Nur am Essen. Aber der ist nicht, Dick? Der ist schlank. Ja, der verbrennt das auch. Ein bisschen Sport oder so, ne? Der macht Sport. Aber dann ist er nochmal. Der ist durchgängig. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen. Alles gut? Gottes Segen. Ich muss mal gerade ein bisschen lauter machen. Also ich habe ja eben mal zugeschaut, was war denn das mit der Bauchküßerei? Mein lieber Mann, ey. Was war denn das für eine Debatte? Ich weiß es nicht. Das war Bauchküßerei-Debatte. Ja, vor allen Dingen, der Paulus hat was Schönes gesagt, aber das ist dann irgendwie untergegangen. Das hat auch was mit Demut zu tun und das andere hat irgendwie mit Verführung zu tun. Das ist wirklich auch sehr, sehr daraus aus dem Hadith, dass die zwei sich da total irgendwie attraktiv finden. Die spielen miteinander. Der eine haut dem so den Stock in die Seite und dann sagt er, oh, das ist aber schön. Und dann sagt er, ja, heb mal dein Tischertuch, er hatte sein Tischertuch um, begann er so seine Seite und seinen Bauch zu küssen und alles mögliche. Dann sagt er, oh, ja, das ist es, was ich wollte, ja, das so lala. Und der Rest wurde nicht aufgeschrieben, weil das USK 18 ist. Ja, und vor allen Dingen diese Argumente dann. Ah ja, würdest du dann nicht, wenn der Herr den Bauch muss rausgehen, der Widerspruch ist nicht genehmigt. Widerspruch nicht genehmigt, ich muss raus. Ja, komm raus. Aber Bruder, Armin, mach das mit den Rastergitern. Ich mach den Screenshot, die zeig dir gerade, ich zeig dir. Okay, dann würde ich gerne noch mal hochkommen, Armin, ne? Okay, ciao. Nein, 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 nein. Mach hin, ey. Ich will zuhören. Warte, noch eine Sache. Hör mir zu, Armin, noch eine Sache. Armin, noch eine Sache. Armin, hör mir zu. Eine Sache, Armin, noch. Du sagst ja, hör mal zu, eine ernsthafte Sache. Du sagst ja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Richtig? Ja, ja. Sagst du, ne? Ja, die Bibel sagt das. Die Bibel sagt das. Das würde jetzt heißen, das würde jetzt heißen, ich könnte jetzt eine Sünde nach der anderen machen, ich komme zum Besuchungsparadies. Ich glaube, ich komme zum Besuchungsparadies. Jesus ist für uns gestorben. Nein, nein. Wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst, wirst du auf jeden Fall ein anderes Leben leben, was du vorher gelebt hast. Denn der Apostel Paulus sagt, in 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue ist geboren. Also ich sage jetzt, es ist nicht mehr. Also ich sage jetzt, ich nehme, pass auf, pass auf, pass auf. Rabia, Rabia, und wiederum steht geschrieben, wer mutwillig, aber sündig, der ist nicht wiedergeboren, der war nie echt. Ja, genau. Okay. Also was würde heißen, ich sage jetzt, ich nehme den Christentum an. Aber hier habe ich eine Frage, Rabia. Kann jetzt Mohammed tun und lassen, was er will, wo ihm all seine Sünden vergeben worden sind, seine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen von Allah? Hat der einen Sündenfreifach sein? Anscheinend schon. Nein, hat er nicht. Warum hat er einen Freizeitschein? Er wurde noch, er wurde noch, er wurde noch angegriffen, er wurde noch vertrieben. Er wurde angegriffen und vertrieben. täglich wiederum geschrieben in euren Schriften, dass er jemanden begehrt hat und haben sollte, also SEX mit einer Sklaven hatte und dann Hafsah und Aisha Streit hatten, beziehungsweise mit Mohammed und dann Allah nicht eigentlich. Ich hatte in Suche 66 Vers 1. Ja. Und dann steht das wiederum drinnen. Glaubt mir, ich mache euch beide, dich und Amir, egal wer es versucht, ich mache euch so platt. Ich mache euch so platt. Nein, 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 ist doch egal, aber ich mache euch so platt. Freizeitschein! Hast du jemals, Amir? Hast du jemals? Freizeitschein ist für die Rehabilität. Machen wir das kaputt, mein Lieber, bitte schön. Freizeitschein ist da. Wo drin steht, er hatte SEX mit Sklavenen und das ist von Suche 66 Vers 1. Es reicht. Es reicht mir jetzt. Jetzt reicht es mir gerade. Ich werde es dir zeigen. Jetzt ist er still, ne? Unfassbar. Aber in den Chat schreiben, komm, lass mich rein. Ich bin richtig so lange gezogen. Du wolltest kommen, antworte. Warum steht das noch drin? Ein R.D. Sasseri ist, ein Korin, der zitiert wird, Mohammed, der es aufgelebt hat. Genau. Da sind die acht Afrikaner, die den Thron Allahs fragen. Amir, dein Lachen wird dir vergehen. Glaube mir. Ey, jetzt lachst du über mich, aber vertraue mir. Ich werde über dich lachen. Nein, hier soll keiner lachen. Alle sollen weinen. Wallahi, wallahi, ich werde über dich lachen, Amir. Bürgergeld ist noch nicht auf Konto. Wallahi, wir müssen weinen, nicht lachen. Dann haben die Leute bitte jetzt weinen. Rabia, wusstest du, dass acht Engel den Thron von Allah tragen? Hör mal, und wenn sie ihn tragen, aber glaub, das ist nicht heftig. Am jüngsten Tag werde ich über dich lachen. Nee, das wirst du nicht. Du wirst erst mal zur Hölle fahren. Nein, 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 nein. Was bei dir die Hölle ist, glaub mir, ich werde am jüngsten Tag über dich lachen. Nein, das wirst du nicht. Du wirst weinen. Ich verspreche dir das. Du wirst weinen. Ich würde weinen unter dem Apfelbaum. Nein, nein, nein. Glaube mir. Lieber unter Apfelbaum, weinen, dann musst du zu Hause lachen. Die Bibel, die ist so verfälscht, die ist sowas von verfälscht. Der einen, ich zeige dir, der einen Beweis, dass sie verfälscht wird, und ich spreche die Schahada. Guck mal, Johannes, Johannes, Radia, Radia, zeigt mir einen Beweis, dass die Bibel verfälscht ist, und ich spreche jetzt mit dir die Schahada. Kann mir mit sogar. Ich spreche mit dir die Lambada aus. Die Schahada spricht dir aus der Hande. Die Lambada aus. Ich spreche mit dir Lambada aus. Lambada. Ich spreche mit dir Lambada aus. Ich lambada. ich bin nur am ende mit diesen leuten nur wenn du eine richtige schlagen ja komm ich sag dir johannes 5 johannes 5 vers 30 also eine antwort jetzt will ich dir eine frage stellen jetzt zeige ich dir dass dein koran verfälscht ist die haben alle falsch rezitiert und so musste alle korens verbrannt werden und man eben erfahren hat dann einen neuen koran gebracht den ihr heute habt was jetzt guck mal was jetzt er hat was da in der vergangenheit ist dieses große wissen habe ich leider nicht da kannst du jetzt lachen wie du willst warte warte wenn ich ehrlich was nicht weiß dann kann ich sie nicht beantworten ich bin ehrlich mein lieber warte 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 das ist keine interpretation von einem imam versteht sein ja nur nach dem drinnen und durch historische beweise wiederum drin dass der älteste koran in dieser welt und man eben auch an gedeutet und geschrieben ist und im dritten kalifen rabia weißt du was das heißt der dritte hat keinen koran hinterlassen haben ja so viele später muss der utman der dritte kalif irgendwas zusammenbasteln du musst dafür ein prophet kein buch hinterlassen direkt ich habe gerade so viele muslime gesehen mit denen du live in einer in einer debatte warst die dich die dich so zerstört haben wo du rausgegangen bist und nicht mehr weiter wusste ok kein problem rabia hat es schon wieder darauf angelegt kein problem ok du willst es so dann kriegst du so kein problem wir gehen wieder darauf eingehen das ist das problem wenn du irgendwas nicht weiß wenn du irgendwas nicht weiß dann kommst du mit so einer sache du bist einfach ein kleines kind die acht afrikaner die den thron alas tragen oder wir wusste eigentlich dass afrikaner auf deinem auf dem mohammed rumgeritten sind dazu ich guck mal mir was hast du dazu haben wir ohne scheiß eine schaaf von afrikanern hat dann hat den mohammed gelten muss da war bei mir 1 seite 399 guck mal es gibt hier so viele muslime drin die das alles mitkriegen aber irgendwann irgendwann kommt man der richtige und der sieht dich auf der straße richtig ist kann ich geboren dafür er ist noch nicht geboren da glaub mir der wird geboren und du wärst ja der wird geboren werden genau wenn die man sich auf der straße sehen ja genau da kannst du ja mann so weiter die islamische drohung siehst du das ist ja und dann wenn auch an der polizei vor seiner haustür steht dann siehst du seinen eltern am weinen weißt du hast du einmal gehört natürlich ist immer zu sein doch mal ehrlich sei doch mal ehrlich ich mir versuche nur wir versuchen nur unsere religion zu widerlegen aber warum wer aber warum tust du den propheten beleidigen und den eigenen eigenen schriften warte steht in den eigenen schriften dass kamele auf mohammed geritten sind wir wieder gar nicht kann oder afrikaner steht das drinnen zeigt mir das ja muss nach ahmad band 1 seite 399 ja zeig mal bitte auf meinen auf meinem whatsapp kanal weil ich bin mit dem händler hier wurde oder haben ja bruder riesig machen mit dem zweiten muss man auf dem whatsapp kanal reingehen und dann siehst du das ist und außerdem die beleidigen jesus auch gar nicht mehr überhaupt dass das jesus nicht gottes ist tatsächlich eine beleidigung wenn wir sagen mohammed ist kein profit und bei euch ist das dann beleidigungen aufrufen aber guck doch mal guck doch mal wie ihr redet das ist ich war er war die mögliche die idee hat das richtig hat ja weil ja putz mal deine zunge mit seite mein bester du brauchst du mein bruder an mir und dann sagst du mir so wie du redest du euch schlimm der herr segnen ist kein guck mal wir wissen ja wie die mussten ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe gesagt ich habe gesagt wenn hier richtige muslime drin sind die das hören die muslime die dann gewaltbereit sind nein aber hört doch auf die religion zu kaputt zu machen macht doch eine normale die ist das schuld mein besser dass du eine religion vertritt die kaputt ist die sie sich selbst haben los hör mal zu wenn du deine religion vertritt und du sagst du bist christin dann zieh dich zurück dann zieh dich ja dann zieh dich doch zurück in deinen vier wänden und folge deine religion für dich selber aber lass die menschen in ruhe du musst das wort gottes verbreiten und der feser 5 vers 11 nein du musst gar nichts zeig mir ein vers zeig mir ein vers in der bibel wo steht du musst verbreiten zeig mir das komm ich jetzt verarschen jesus christus jesus christus bist du jesus christus das heißt er sagt hör mal zu ja wo dann besser lieber rabia feser kapitel 5 vers 11 da ruft uns gott dazu auf die finsternis aufzudecken in allen religionen weil der satan hier auf der erde das sagen hat und hat religionen erschaffen um die menschen von dem wahren gott der bibel abzulenken und wir müssen diese finsternis aufdecken und die finsternis befindet sich leider auch im islam wenn sich ein teil finsternis im islam befindet in jeder in jeder religion ist finsternis denkst du nein willst du sagen in christentum ist alles ganz normal gelaufen ja islam finsternis ist hat einer hat einer von euch christen eine sache hat einer von euch christen jemals jesus gesehen hast du jemals allah gesehen hör mal die stelle keine gegenfrage hört doch mal auf hört doch mal auf hörte mal auf wir haben ihn nicht gesehen wir haben ihn nicht gesehen wir machen ja aber auch kein bildnis warum macht ihr bildung keine christmacht bildung was sogar egal was für eine kirche gehen wir evangelisch katholisch aber wir machen jetzt keine unterricht stunde geben auf meinen namen drauf und diesmal mein name ganz laut vor warum ja mach mal warum er macht doch aber warum warum ich nicht immer jemand drauf und dann hast du die antwort nein ich bin ich bin ich bin ein wiedergeborener christ und folge den jesus christus oder resa ist ein wiedergeborener christ und folgt den herrn jesus christus bruder amir ist ein wiedergeborener christ und folgt den herrn jesus christus nur die bibel allein wir haben nichts was 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 folgen denn die katholiken dass wir die kirche sind 1. petrus kapitel 2 vers 5 das steht geschrieben dass wir priester sind 1. petrus kapitel 2 vers 5 vers 9 und offenbarung 1 vers 6 also was folgen denn die katholiken mit achmedias zu tun hast habe ich genauso wie das antwortet mal auf seine freiheit fragt dich was 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 folgen die katholiken ja was die katholiken folgen die folgen genau das gleiche wie ihr letztendlich die teufel nur in einer anderen maske was ist das für eine also es gibt entweder die evangelien oder die katholen sind glaube ich einer von den beiden die sagen auch genau und dann gibt es noch mal verschiedene leute die wo der teufel sich als engel des lichts verkleidet zweiter gründer kapitel 11 vers 14 das hat er gut gemacht der teufel kommt nicht nur mit islam angst und schreck kennen er kommt doch manche mit lächeln und die leute zu verführen und mit der lächeln kann man viel verfügen wenn ein lächeln kann also wirst du mir also wirst du mir sagen der islam kommt nur mit hass 48 29 beim herzlich untereinander sein aber hart gegen die kufars und was und was sind mit der zuhren die in der bibel stehen wo drin steht und lass die ich kann dir jetzt nicht alles genau wiedergeben ja soll ich nicht nein ich kann nicht alles genau wiedergeben das auch aber wo drin steht tötet die tötet die frauen die nicht deckt sind das kommt alles von der bibel warum lass mich mal lass mich mal war irgendwie sowas ich kenne die alle nicht so der labia guck mal hier was ich dir gerade eben zeigen wollte mit dem das jeans oder beziehungsweise so afrikaner auf auf der mohammed geritten sind also ich war nackt abdullah bin masoud sagte rasulallah wollte dass ich mich ihm anschließe also machten wir uns auf den weg bis wir einen ort namens kaza kamen was bedeutet dass er sich weigerte den den namen dieses ortes zu erwähnen also plante er dass ich ein wenig hinter ihm bleiben und diesen abstand halten sollte als ob ich essen wenn ich täte werde ich getötet und genau das habe ich getan dann ging rasulallah eine kleine entfernung voran und er mohammed erwähnte dass es eine gruppe von menschen gibt und dann bestätigte afan die folgende beschreibung dieser menschen inshaallah sie sind nackt und ich kann ihre genitalien nicht sehen groß und dünn dann sagte abdullah sie kamen und ritten weiter auf rasulallah und rasulallah las weiter über sie und weiter heißt es dann sagt abdullah bin masoud weiter sie kamen auch zu mir und drehten sich um mich herum und blieben mir im weg also hatte ich so viel angst vor ihnen dass ich mich bis zum ersten licht des sonnenaufgangs hinsetzte als sie gingen dann kam rasulallah und fühlte schwere und schmerz weil sie ihn ritten heftig sind dann nackt auf ihm drauf am reiten heftig soll jetzt auf kann ich hier kann ich hier darauf die antwort geben ganz die überlieferung noch gar nicht willst wir darauf anpassen nein ich habe das was du da vorgelesen hat das ist eigentlich mit selbstverständlichkeit das heißt da war ein da war ein jinn ins spiel ja da war jins oder jinn ins spiel und diese jins können ja in menschen eindringen achten sind die jins in den propheten eingedrungen warum nicht so und dann sagte ich beleidige guck mal hier der beleidigt sein nein nein hör doch mal zu genau guck doch mal es gibt ein hadith es gibt nach dies wo doch da habt ihr auch ich weiß nicht warum mir alles immer so demütigen musste weil ich verstehe das nicht wo habe ich dich gedemütigt ist nicht derjenige der hier reingekommen ist und gesagt hat dass ich beleidige und wert jetzt gerade deinen eigenen propheten beleidigt du selten das ist doch keine beleidigung ich versuchte was ist keine beleidigung in einem islamischen land sagt mein prophet war von dämonen besessen weiß dass er mit dem machen hör mal es gibt doch ein hadith wo drin steht dass der prophet frieden und segen auf ihn irgendwo in heim mitte suchte irgendwas war noch da da gibt es doch ein hadith ich weiß es nicht ganz genau ich will nichts verkehrtes sagen ein moment gut mit der haben wir eine sekunde bitte ex muslimm du sagst doch diesen einen verschenkt wurde es mit der hausse aber wo er geflucht wurde oder genau das ist etwas ganz anderes die zwei weitere taten herab sind sura naas und sura falak hat das extra lobt damit diese suchen offenbart werden auf schöne art und weise weißt du dann haben wir ein problem dann haben wir einen widerspruch weil der satan hat keine macht über die über deinen propheten aber dann sehen wir doch dass er verhext wurde dankeschön vielen dank koran widerlegt dein gott allah sagt kein satan hat macht über meine diener nur über die abgehörten dann ist mohammed dann abgehörter ali deswegen ist er erst recht der warmherzigste weil er wohl ist er fertig das kann doch nicht mehr wahr sein war in der gleichen haus wie wir eigene menschen man hätte er ist 15 42 oder fest 44 eins von den beiden war das langsam erklären genau die sura zeigen dann noch mal die andere und damit er das versteht ich will noch ab jetzt vor wenn du jetzt wirklich ein ich habe das jetzt nicht hier zur hand und du hast gar kein koran zu hause ich habe ich habe eigentlich ich habe ein koran zu hause ich hab dir dabei zu hand nein du hast es nicht amir guck mal und das ist wieder die sache warum lügst du schon wieder hier vor den ganzen leuten nein ich lüge nicht ich brauche nicht zu lieben da holt ein koran mach mal hassanat sammeln siehst du und dieses demütigen was du tust das ist das ist das ist das demütige wenn ich zu dir sage das ist das demütige wenn ich zu dir sage hol dein koran her damit du hassanat sammelst das suchst du aufmerksamkeit durch streit durch schenke runter wenn du sagst das aufmerksamkeit so dann brauchst du mir keine aufmerksamkeit zu schenken denkst du allah bildlich haben guck mal wie du dich verhält natürlich will er mich habe er will mich die ganze zeit schon haben aber ich dass dieser dämon mich bekommen ich will auch alle ali 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 guck mal ich weiß nur ex moslem mir ist egal warum du auch das oder dies geworden bist oder wie du geworden bist ich kann dir nur eins sagen es wird irgendwann irgendwann wird der tag kommen wo wir uns im jüngsten tag wieder sehen und wir sehen wer die wahrheit gesagt hat jetzt hast du dich noch gerade noch korrigiert du wolltest gerade sagen dass sich irgendjemand dann wieder sieht das wort zuvor nein 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 und dann sehen wir wer die wahrheit gesagt hat und wer am ende am ende wirklich in höllenfeuer fliegt und wer nicht du wirst ja laut deiner du wirst ja laut deinem koran ja sowieso zur hölle fahren zure 19 versetzt warum werde ich durch meinen koran sowieso in die hölle fahren ja weil allah das für dich vorherbestimmt hat dass jeder muss nein nein das hat allah nicht für mich herbestimmt ich schulde aber da gehe ich allah hat mir ein verstand gegeben um mein verstand ja um mir den weg zu geben was ich mache glaube ich an so leute wie du lass mich in die irre führen oder glaube ich an den koran und mache den geraden weg du bist du bist einer von diesen du bist einer von diesem teufel von diesen schaiatin die die muslimen in die irre führen wenn ich dir ein bisschen die aufklärung hier gebe nein du bist einer von der schaiatin wo allah das sagt ist doch nur als ein mensch wie wir bruder erst kein schätten aber dass dann der schaiatin dazu verleiten dazu das ist ja das ist das und allah hat von allah hat vor so welchen menschen gewarnt aber für den menschen gewarnt kein frieden was passiert gar nichts ich habe ich bin ich bin aber aber ist wirklich so ja und der teufel hat auch im rahmen bei gebracht dass die sich eine wassermelone auseinandernehmen können ein loch da reinbohren und dann sein das hast du gerade siehst du hast du gesehen wie die das nicht ertragen können die lieben die kennen alle sagen wie ihr und halten und meine lieben ein erster ist damit das können sie kein erzählen alias 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 schon mal mit der wasser mit dem wasser mal haben wir haben dann noch nicht alle glaube mir die man sie selber alias zeigt auch du widerspiegelsrad deinen eigenen das ist es aber die muslime wasser melode zum vielleicht warst du so ein dieser pavlos dieser pavlos ist bestimmt jungfrau der typ ja ja ist es ist es nicht sogar die immer ganz ganz gut ist jetzt sogar nicht richtig gut dass mein jungfrau ist und dann bist du hier war dann wärst du aber dein ganzes leben lang jungfrau bleiben machen wir weiter als die wasser melode weg nach einig ist eine wasser melode knacken dort wird auch noch nicht noch nicht du hast es zu wort wörtlich genommen weiß was ich meine ja ja man darf man ich muss das interpretiert ich brauche doch sie für den hast du das ist diese mit diesem urteil gekommen ich war du hast du nicht gesagt noch nicht zu einem wasser melode becknacken wir würden stich oder du ja da hast du selber gemerkt jetzt gehen wir mal weiter mein bester wenn jedoch selber merkt warum folgt ihr eine katastrophe bis sie eigentlich dass ihr euer leben in die hölle rein wir dass jesus kürtos eigentlich die einzig was wahrheit ist werfen wir nicht weil wir verbrauchen auf einmal warum folgt einem buch das verfälscht ist das verfälscht wie würden wir uns darüber redet was die bibel sagt pavlos und die ende ist zufälligerweise in türkei gefunden worden ist auch interessant oder was denn sein was denn wo er das erste testament das alte test am bund in türkei gebrochen habe ich habe nicht brauche dass es das erste ist habe ich noch was ist es dann das ist das älteste wenn sie mich jetzt verarschen das ist ein argument das ist ein argument da haben wir die ältesten schriften in jerusalem in israel lügner schon mal der erste das zweite wenn es sogar ein bücher wäre ist es nur immer kein argument für euch es beweist sogar gegen euch ich muss hier da muss jeder reinkommen der dings gehabt ein wahndreck aber ich jetzt auch was das da warum ich mein tiktok gemerkt hat was ihr für heuchler seid was ihr für teufel soll ich mal geben du bist ein löwe war mal paar und solch habe ich erst mal rausgeschmissen ich muss erst mal gucken bei mir steht aber endet die beschränkung ist eigentlich beendet bei mir ja ist bereits scharf jetzt muss nur der ex muss noch mal wieder der einladung senden und dann ist wieder ok fertig da steht wieder ich muss ihn entfernen noch nicht wahr sein da steht bei mir drinnen bruder resa was ist ich habe zwei einschränkungen jetzt bitte freut mir mal alle bitte alle folgen alle jetzt folgen ich mache jetzt innerhalb von zehn sekunden ein neustart und dann kommt ihr wieder da rein alle folgen alle folgen in zehn sekunden direkt dann sofort neustart und ja an allah schickt erst mal so viele soldaten dass er so viele besiegen kann dann hat er einfach weiter gesagt ich habe in euch ich bin ich mache es euch jetzt gleich jetzt schicke ich es braucht so viele soldaten für so viele dass ihr die besiegen kann das mit anderen worten er muss sich selbst korrigieren und hatten deutschland nicht vergessen ja erst mal sagte allah wenn unter euch zehn standhafte sind werden sie 100 besiegen also 1 zu 10 und dann auf einmal schickt allah sie in den kampf und sie verlieren man sagt allein nächsten vers jetzt habe ich aber gesehen dass ihr nicht genug glauben hatte jetzt kann wenn ein standhafter unter euch da ist wird der zwanzig also den zehn unter euch stand da sind werden sie 20 besiegen also 1 zu 2 also hat also hat allah gesagt hat allah festgesprochen und hatte allahs gesagt als prüfen nein ich hatte mir müsste das ja vorher sehen ich glaube das ist jetzt korrigiert man liest doch mal den fest das wird sofort klar du merkst wirst richtig merken dass es eine ausrede seitens des schreiber des korans das nicht göttlich am hätte wird das sofort merken zu welches studie ist oder 8 erst 5 und 6 diesmal ist all anfall die beute alle tippe mein lieben 1 2 3 alle jetzt die buchsehtaus machen wir es in zehn minuten alle mein leben warum bin ich ex katholik geht mal einmal rein in meinen kanal fixiert das video 150.000 aufrufe und dann habt ihr die antwort und dann kommt durch das andere video was auf fixiert ist wo ich schon gute pullover hatte das komplett dann videos wir haben 150.000 aufrufs heftig aus dem pass hast du es gelesen alle hier habe ich gelesen und was fällt davon das ist wenn wenn ein wenn ein standpunkt war so ist dann ist es die wahrheit und dann lässt also du hast nur das wieder raus gelesen ja also du hast das nicht gesehen wie wir das sehen nein ich habe ich habe gesehen man ließ mal laut vor mein bester ja der muss immer wieder rausgehen das ist das problem er kann er hat den koran nicht vor sich ich gucke im internet machen ich habe jemanden der kommt jetzt rein und er wird jetzt von uns lesen ich stum mich mal weil ich bin gerade am essen das bestimmt unangenehm vor mir leid ihr lieben i love you i love you i love you oder er wurde er hat sich schon eine ganze familie und ich habe einen hat zusammen mit seinem bruder hätte wo man den koran aus einem mensch alle like alle tippe aber warum macht dies wird dann nicht bitte ist recht sympathisch ich schwöre sogar ich küsse ich küsse eine kniekehle du bist ein sehr sehr cooler typ ich mag dich richtig was kann ich für dich tun ja am besten ich küsse ich mache kein fitner und so so gefällt mir das die wieder koran ist deswegen so 8 65 66 und wenn wir streiten hat es hält es uns von allah ab jetzt zeig ich dir das jetzt in aller liebe und mit respekt sogar und so lesen wir versuchen 8 was 65 und 66 prophet sporne die gläubigen zum kampf an wenn es unter euch 20 standhafte gibt werden sie 200 besiegen und wenn es dort bei euch 100 schmerz stopp 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 20 gegen 200 also 1 zu 10 also die differenz ist 1 zu 10 ist unter euch zehn standhafte werden sie 100 besiegen sozusagen jetzt so jetzt kommen weiter jetzt mal und wenn es unter euch 100 gibt werden sie 1000 von denen die ungläubig sind besiegen weil sie weil sie leute sind die nicht verstehen jetzt suche 66 ein vers weiter nur ich meine nur einfach ist weiter jetzt aber jetzt aber hat alle ist unter euch leicht gemacht er weiß ja dass in euch schwaches angelegt ist wenn es nun unter euch 100 standhafte gibt werden sie 200 besiegen und das ganze ist in einem kriegsgefecht schon mal nicht das ging ja da aber in einer schlacht ging es darum oder gerade war 20 gegen 200 jetzt haben wir 100 gegen 200 also jetzt merken wir 12 wie der bruder sagte auch ein unterschied warum hat allah jetzt ist die frage warum hat allah ist nicht vorher gewusst der du direkt sagen für mach 100 er hat es doch schon gewusst jetzt hätte ich doch erstmal geschickt und dann muss ich noch erst wir haben doch den krieg verloren sie sind in die stadt bezogen haben verloren hat gesagt alle flüchtigen sind deswegen ja aber da musste der muss im moment der aller vorher wissen wie ich am anfang schon gesagt habe es war eine prüfung also der gott will das verlieren oder was zu haben aber redet im herz also dann ist ein lügner allah hat gesagt wenn es 20 standhafte gibt jetzt sagt auf einmal vielleicht war er war ja keiner einer von ihnen kennt schon aber jetzt brauchen 100 standhafte ja aber waren da 100 100 stück auf einmal waren dann 100 stück aber 20 waren erst mal nicht da oder was das denn ja das ist das ja das ja der sind dahinter der stadt einer standhafte ist dass wenn da einer ist dann nicht durchzieht mein bester merkst du nicht dass dann alle sich korrigieren musste das allein ist ja es ist ja einfach darum es ging einfach darum verschiedene situationen vielleicht war einer nicht zu viel standort gewesen aber ich möchte jetzt mal gerne wissen ob diese ob der chat genauso denkt wie du ich will das mal einfach mal gern wissen rot wir haben recht so wie es gesagt haben gelesen ist blau er hat recht ich bin jetzt mal gespannt ob die genau verstanden haben wie du das sind so ein sinnlos was ist jetzt falsch daran aber ich möchte wissen ob die deutsche ich versuche dir das mal verständlich zu erklären der allah sagt zu den muslimen ich soll o prophet feure die gläubigen zum kampf an sporne sie zum kampf an wenn unter euch zehn gläubige sind zehn standhafte werden sie 200 besiegen und dann auf einmal sehen sehen wir im nächsten vers und er sagte alarm korrigiert sich und sagt jetzt habe ich aber gesehen dass ihr nicht so viel glauben hatte oder stärke hatte jetzt reduziert er die zahl der allah weil er sich weil er vorher nicht wusste dass man diese zahl schon reduzieren sollte sagt auf einmal jetzt habe ich aber gesehen dass ihr nicht so viel glauben hatte sind unter euch nun zehn standhafte werden sie 20 besiegen merkst du nicht den fehler hat schon vor regiert nein sind es doch vorgesehen hätten das doch erkannt und wer hat aber auch da hat es doch extra so wie eine geschichte geschrieben oder aber ich mache es für dich einfach ich bin jetzt ein general und du bist jetzt mein soldat ja du hast ja meine truppe ja ich habe mit zehn leute und ich sage ihr zu der truppe wenn fünf leute gibt ja ich sehe ich fünf ok ich nehme fünf leute ist erstandhaft geht raus und ihr werdet 100 besiegen ihr geht in krieg ihr verliert richtig ihr flüchtet um euer leben ihr habt nichts geschafft und dann kommt ihr wieder zurück also ich mache es euch jetzt leicht wenn ich sehen gibt dann werdet ihr die die besiegen und mit zehn hat es dann geklappt war ich jetzt jetzt ist die frage bin ich jetzt wissend wenn ja warum muss sich das vorher nicht das ist das der punkt war wusste wer es schafft und wer nicht und dann hat nur die standhaften dahin gebracht wenn es was eine prüfung ist wenn er drunter stand auf die jetzt warum vergleichst du das 100 mit zehn sagt mir genau was ging was im koran steht genau das genau das 100 120 gegen 200 20 leute gegen 200 der macht das groß für dich kommt vielleicht brauchst du visuell das muss mir manchmal sein zeigen dass 20 standhafte ok 20 standhafte werden sie 200 wie sie jetzt runter bei 66 100 wenn es 100 100 standhafte da steht das wort standhafte hat sich nicht geändert 200 besiegen also wusste allein nicht dass 20 standhafte genügend wenn ihr jetzt gesagt 20 standhafte würden die besiegen aber weil es keine 20 standhafte gibt brauchen wir 100 normale leute dann würde sie dann wäre das okay aber weil da drin steht 20 standhafte und 100 standhafte ja da hat aber ein fehler gemacht eine matrechnung und dann ist das natürlich komm mal die bitte hör auf damit dann erklärst du verwüstungsstücker ich habe dich nicht ich habe dich nicht verwirrt oder ami hat es dir eigentlich genau genau so exakt erklärt genauso wie ich das erklärt habe so ist es auch der allah verspornt seinen propheten dazu an in den krieg auszuwandern und auf einmal haben die die schlacht verloren dann auf einmal kommt der allah auf den gedanken zu sagen jetzt aber habe ich gesehen dass ihr nicht so viel glauben hatte bibelferse liest zeig mal bitte noch mal machen wir noch mal die kamera wo der islam heute ist oder der islam die nur 1,4 mehr also auch mal hier die wahrheit erkennen und immer bitte hier kommen wir bitte kommen was jetzt passiert und zum herzen ein acht verloren ali ali konzentriert mich immer bitte zu vers 66 kommen die erste satz jetzt aber hat allah es euch leicht gemacht er weiß ja dass ihr auch was das in euch schwach ist ja weiter angelegt aha siehst du und sie ist vorher müssen wissen weil der allwissen ist der allah also hat er sie bewusst in den tod geschickt und wann haben die die schlacht verloren dann korrigiert der allah sich guck mal hier jetzt muss er seinen fehler ausbaden das ist ein mensch der hier gerade spricht merkst du das ali jetzt aber hat allah gesehen dass in euch nicht so viel glauben die 100.000 jetzt von 123 alle jetzt also die du merkst dass jetzt wirklich kommt mein bester du warst du bist doch schlau mein junge du kannst du nicht sagen dass wir sich das was jetzt gar nicht kapiert du hast das kapiert du willst das ungern zugeben richtern stolz gott sagt es runter gegangen ist das heftig ist das ist auch heftig jesus ist gott hat etwas geschrieben zu 68 vers 49 jona wird nicht geworfen und verletzt sich nicht so 37 145 jona wird geworfen und verletzt sich heftig wenn der koran sich widerspricht die ich drei gucken so was direkt so was gibt es wahnsinn der friedung der maß des herrn jesus christus seine familie wird segne euch alle amen dankeschön das liegt auf den herzen also ich wollte sagen nicht erst mal an die muslime ich würde gerne euch eine frage stellen ihr glaubt an einen allmächtigen gott wenn gott allmächtig ist wieso kann er nicht mensch sein wieso kann er nicht die trinität haben wenn der gott allmächtig ist was bedeutet allmacht er ist zu allem fähig diese frage habe ich ist angestellt ist aber ja ist das haben im video gemacht das ab 40.000 aufrufe ist aber ja mal darauf geantwortet und sagte gott kann alles aber es gebührt ihn nicht da war darauf meine antwort we bist du dass du als mensch entscheidest was gott zu machen hat und was nicht genau sehe ich genauso hatte noch was was sie auf dem herz liegt die zwei die kranken brauchen den arzt nicht die gesund ja ich bin ich bin wahrscheinlich laut euch krank aber ich möchte euch sagen also ich bleibe ist nicht krank ich habe gesagt die kranken brauchen den arzt aber du bist ja gesund weil du jesus christus das gott zu nachvollziehen doch ich bin ich bin katholik meine freundlich krank okay ja ich bin ich bin mein bruder bitte bitte sagt nicht so was und zwar wir glauben wir glauben alle also wir glauben alle an jesus christus der für unsere sünden gestorben ist meine musik hat zugleich machen mein lieber musik zu dir komme ich gleich keine so ein bester wir machen ein bisschen knackig schau dir bitte mein video an das fixiert ist mit 100.000 aufrufe hast du schon gesehen habe ich gesehen ja ich sage einmal zu der unbefleckten empfängnis marias zum beispiel meine kirchenväter uns alle bestätigt was sagst du dazu dass jesus der einzige mensch war der so frei von sünde war das eine kirche ist eine römisch katholische kirche deine doch genau 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 das glaubens richtig dann diesmal dann diesmal bitte erste kunter drei fassen erster korinther drei vielleicht ja auch wenn ich schnell mal raus ich guck mal ob ich das schnell ich habe gepflanzt apollos hat begossen aber gott hatte das wachstum geschenkt denn wer von den menschen kennt die gedanken des menschen als nur der geist der menschen day ist der in ihm ist so kann auch niemand die gedanken gottes als nur geist gottes nur als der geist gottes warte ist wo ist der vers es kommt das zehn vertreten erster korinther welcher kapitel 10 ich habe mich vertan okay ja kein stress kann passieren ich hab mich doch vertan ich hab mich doch vertan ich hab mich doch vertan ja diese kamel macht viel flut ja diese kamel beste pipi ich trinke sechs liter jetzt auf ex ham du ne leise schr zu trinken ich werde niemals in boden verzinken ich will nur trinken ganzen tag ich hab einen remix darauf gemacht habt ihr es gehört wie gefehlt euch mein remix darauf heftig sollte er war erst die korinther kapitel 3 war doch richtig vers 1 was war das vers 11 das glaube ich denn einen anderen grund kann niemand legen außerdem der gelegt ist welcher jesus christus ist aber jesus christus sagt doch selbst dass er auf petrus auf dem felsen die kirche baut und ja diesmal das so was der kirchenvater gussinus sagt denn petra kommt nicht von petrus sondern bei mir bei mir 5 am tag beten warte mal bitte einmal das ist ganz schnell geklärt meine lieben mussten also denn petra kommt nicht von petrus sondern petrus von petra wie auch christus nicht von den christen sondern die christen von christus genannt werden und ja auf diesen gehen wir weiter und das sagt er auf diesen felsen will ich meine kirche bauen bei petrus gesagt hatte du bist der christus der sohn des lebendigen gottes auf diesen felsen also sagte er denn du bekannt hast will ich meine kirche und auf ali kurz war so wenn die wo war ich petrus gesagt hatte du bist der christus der sohn des lebendigen gottes auf diesen felsen also sagte er den du bekannt hast weil ich meine kirche bauen der fels war christus und auf diesen wo auf diesen grund wurde petrus selbst gebaut denn einen anderen grund kann kein mensch legen als den der gelegt ist welcher christus jesus ist so und das bezeug ich hier sogar mit dem liebe vers der erste bild muss betrachten drei ja wir sind erst erst runter kapitel 3 ich sehe jetzt gerade den vers hier nicht da steht ein eins guck mal vers 1 guck mal vers 11 guck mal vers ja guckte auch ich bin wieder ich sehe gerade versich der in einer ist hier weg ich kann das nicht sehen ich habe dem jahr ich kann das leider auch nicht sehen auf welcher erst unter kapitel 3 und dann steht eins davor das heißt eben was mit zehn und da werden es fest sehen anfang bis vers 19 durch die ist dann besser schon klingt ja ich habe es gerade erster korinther also du siehst gerade 1. petrus kapitel 2 fest 5 sagt petrus selber ein geistliches haus weiß was eklassier bedeutet das heißt kirche gemeinde versammlung wir sind die kirche ein geistliches haus weiß wer die lebendigen steine sind auf die gebaut sind auf den ekstern jesus christus und dann stehst du es jetzt mein bester dessen sage ich dir guckte die videos an schreibt ihr das auf du wirst das erkennen die beweise habe ich auch da gelegt also erstmal dankeschön dafür aber guck mal schau mal das andere ist zum beispiel wenn wir jetzt von solas kriptura ausgehen wie ihr wahrscheinlich auch oder also ich bin ich im vater dann sagt er dir soll das gibt oder was mein freund guck mal weil ihr sagt sagt das sagt die römische katholische kirche einer der priester was auch deine dokumen ist eine der gefährlichsten ideen der protestantischen wir sind keine protestanten aber egal ist protestantische reformation ist dass die schrift in gewisser weise sie selbst ausdeckt nach dieser auffassung ist die heilige schrift so klar dass wir keine unfehlbare katholische kirche brauchen was den kirchenpater sagt wieder namen dazwischen kannst du es vielleicht bitte voll wenn wir uns aber um die dummheit dieser leute schutz zuschauer stellen ebenfalls zu oben bürgerlichen bemerkungen veranlasst sehen so lasst uns von ihrer toheit also dummheit ablassen und uns von solchen abwenden warte lasst uns die heilige schrift in der auslegung die sich von selbst gibt und das ist nicht nur der deshalb das mal aber diese leute da sagt der hier das sind alle eure kirchenpäter eure kirchenpäter seien einmal a einmal b aufgrund dessen sind die nicht vertrauenswürdig aber wer ist vertrauenswürdig deswegen 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 hat ja die katholische kirche auch das bereits aufgehoben dass der papst an sich unfehlbar ist es ist es ist sogar drin steht dass der papst umfehlbar ist ein dogma der ist nicht weg und wir sehen dass eure kirchenpäter eine katastrophe beinhaltet also ist die tradition fehlerhaft und wir können ja nur die tradition akzeptieren wenn die einstimmig mit der schrift ist sagt die schrift sagt die tradition b haben wir ein problem siehst du er ist ein paar weiß ich nur um die schrift hast du das kapiert mein bester ja natürlich klar aber jetzt ganz kurz ich müsste mich mit dem ganzen noch mal befassen gerade mit dem katechismus etc aber glaubst du weil du das als werk satans bezeichnet hast auch glaubst du dass es heilsentscheidend ist denn zum beispiel wenn wir jetzt denn denn so sehr hat gott die welt geliebt dass er seinen einzigen sozen gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges leben hat ich glaube und wiederum hat gott gesagt in römer 16 vers 17 18 wer ein widerspruch zur lehre mitbringt was er nicht von uns gelernt hat so dient er nicht unseren händ jesus christus meidet sie die gesunde lehre muss doch da sein wir müssen doch nicht gelegen haben stell dir vor dem ein muslim möchte jetzt christ werden ja wie geht das jetzt katholiken sagen das orthodoxe sagen dass der charismatiker sagt das der andere sagt das was das denn nein eine lehre nicht lehren jesus christus hat immer bezeugt eine lehre nicht lehren das ist sehr wichtig schreibt jetzt auf römer 16 17 18 da sind die antwort römer 16 17 18 genau kapitel 16 vers 17 18 ja ich schaue sofort nach macht das mein bester mein lieber adi wir kommen jetzt auch sofort zu dir ne weil du bist ja so von da mein bester was steht denn da römer 16 17 18 steht da nicht drin wer im widerspruch zur lehre hat genau genau der soll spalt also der im widerspruch zur lehre die gelernt habt spaltung und verwirrung verursachen haltet euch fern von ihnen fern denn diese leute dienen nicht christus unserem herrn an ihren bauch und sie verführen durch ihre schönen gewandten reden das herz der der arglosen siehst du arglose sind gut menschen gemeint siehst du und deswegen kein widerspruch zur lehre akzeptieren wir entweder eine lehre mit der gesunden lehre und die schrift sagt selbst von sich aus erbaut ermutigt und errettet also siehst du mit der glückreich ist falsch mein bester befasse dich schau dir meine videos hat ich habe viele videos dagegen gemacht ganz gerade wenn du ganz nach unten auch noch kurz ich habe einige videos damit gemacht ich habe mit katholiken debattiert ich habe mit einem priester aus der römisch katholische kirche debattiert gehen mein youtube-kanal link in der bio da findet es jetzt ein anderes video aber in meinem kanal findet das video mit ein priester habe ich schau dir lieber das an dann siehst du die antwort selber weil wenn du siehst dass ich mit dem priester debattiere und der priester selbst zugibt dass er das wort gottes sich unterordnen will weil sagte ich heute nämlich doch nicht paulus und dann sagt der priester zuerst die mutterus weil paulus hat die mutterus geschrieben also er ordnet sich nicht wort gottes und dann weil wir es ihm bewiesen haben er wollte dass ich angst dass das ein widerspruch ist und im gebet finden wir unsere rohe oder im gebet ja amen aber was wäre wenn du zu einem falschen betest was machen wir dann der hindu findet seine ruhe wenn er seine meditation macht bieten den schöpfer der menschen an derjenige der die welt erschaffen hat der die menschen erschaffen hat genau diese absicht und zu wem betet denn aller doch alle bete zure 334 56 aber betet nicht aber bitte auch wenn wir 56 versteht salla was heißt ja ist salona es kommt somit so wörter die zweidings schweig noch nicht kennen aber ich selber weiß dass allah sich selber nicht anbetet aber immer januar 1 und 3 und hab ich glaubt sagen ja buchhadi 6593 das auch heftig aber erst hast du die katholik hast du verstanden mein bester ich gebe dir noch eine stunde ich gebe dir noch eine sehr klar die sehr klar hat auch seit deinem kanal an also das hier an youtube kann er schauen dass er mit dem priester macht die macht lieber das ist glaube ich besser wenn ich es dir selbst so erkläre macht das vertrauen mir gerade das ende ist ich schreibe dir das auch erst der timotheus kapitel drei gekommen bist du hast du gemerkt hast du selber gemerkt lasst bitte kurz lasst bitte kurz erzähl doch nicht immer stimmung rein erste timotheus kapitel 3 vers 1 bis 5 da steht drinnen bei euch übersetzt sogar bischof älteste jetzt ist auch der bischof dienst da sehen wir du musst man einer frau sein und du musst kinder haben und vers 4 und 5 sagt ganz klar wenn du nicht mal schaffst die christi zu erziehen wie willst du dann für die gemeinde als für die kirche sorgen also schau mal ich bin auch groß sagen was ist aus der rücksteuerung die kirche zölibat ist pflicht wenn du priester oder bischof sein willst fliegen also sprich nicht gegen die bibel mag sein erster timotheus welcher kapitel 3 vers 1 bis 5 ließ das mal ganz laut vor und dann hast du direkt die antwort 1 bis 5 das wort wird würdig wer das amt eines bischofs anstrebt der strebt nach einer großen aufgabe deshalb soll der bischof untatlich man einer einzigen frau nüchtern besonnen sein und würdiger haltung gastfreundlich fähig zu lehren er sei kein trinker und kein gewalttätiger mensch sondern rücksichtsvoll er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig er muss seinen eigenen hausgut vorstehen seine kinder in gehorsam und allen anstand erziehen wenn einer seine seinem eigenen haus nicht vorstehen kann wie soll der für die kirche gottes sorgen ist und schon nach die römisch-katholische kirche sich jetzt kaputt machen aber ein kapitel weiter ein kapitel kapitel 4 bleiben wir ganz kurz nur kurz hier ist kinder in diesem zusammenhang nicht metaphorisch gemeint genauso nein 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 mann einer frau und kinder und wenn er seine kinder nicht vorstehen zu weisen hat wie wird er dann für die gemeinde gottes sorgen als für die kirche sorgen aber ich wollte ja dann kann er die nicht mehr erziehen wenn er nicht mal sein eigenes haus vorzustehen weiß das ist nicht er die man darauf argumentiert mit haus mit kinder ihr seid es immer mit die argumentation wie ich darauf ankommt also jetzt gehen wir ein kapitel weiter jetzt hast die komplette antwort sein kapitel 4 1 bis 5 auch kapitel 4 1 bis 5 ganz ruhig der geist aber sagt ausdrücklich in späteren zeiten werden manche vom glauben abfallen sie werden sich betrügerischen geistern und den lehren von dämonen zu wenden die holen und wenn die genannt richtig wie bitte dämonische lehren wenn die jetzt genannt richtig den ja genau den lehren von dem und jetzt nicht weiter getäuscht von heuchlerischen lügnern deren gewissen gebrannt macht ist sie verbieten die heirat und fordern den verzicht auf bestimmte speisen da gott doch dazu geschaffen hat dass die die zum ja wer verbietet zu heiraten die römisch katholische kirche wenn du priesteramt und den bischof dienst maß wer wer verbietet am freitag gewisse speisegeboten die römisch katholische kirche orthodoxe kirche macht es am mittwoch diese gewisse verbote gewisse speise zu essen orthodoxe kirche sagt wenigstens noch freiwillig aber selbst sogar in der orthodoxe kirche darfst du den zölibat machen und eine ganze kirche sorgen und also leiten was auch eine ehre ist siehst du was erste timotheus 4 gesagt hat der die dämonische also paulus hatte die dämonische lehren genannt also wenn ich sage dass die dann den teufel folgen sage ich es mit recht weil ich aus der schrift zitieren jetzt guck dir das an mit dem priester und darauf antworte ich um wenn du die stelle sie ist passt der was wir den priester vorgelesen weiß dass die antwort war von dem priester ich ordne mich nicht paulus unter bei timotheus brief hat paulus geschrieben und so hat und was sagt die schrift das wäre egal welcher posten der heilige geist hat eigentlich geredet um die anordnung gegeben also hat er mit anderen worten gesagt der priester ich ordne mich nicht gott und das ist ein römisch katholischer priester und das ist auch das ist auch im katholizismus falsch was was er betreibt auch auch allein der lehre der kann sie ist aber du merkst dass die widersprüche weil er gemerkt hat was muss hier schützen die bibel oder jetzt die kirche und da wollte sie kirche schützen siehst du dass dann widerspruch kommt schau dir das an und jetzt mache ich weiter mit dem muss weil dessen suchen da ist auch wichtig aber du hast jetzt vieles kapiert ich bete für dich und die geschwister sollen auch für dich beten und mein bester ich folge dir du kannst jederzeit immer wieder reinkommen dankeschön bruder ich würde euch nicht schon seine ganze familie gott segne euch amen dankeschön dank dir auch mein lieber gott segne dich sehr schön jetzt haben sich gelohnt und jetzt gehen wir zu dem muslim damit er genau so ja allein dieses vorbild muss sofort ablehnen du siehst ja anhand dieses vorbild kannst du auf keinen fall im nachfolgen denn aus die wird dann ist der beste der beste also ich habe es auch alle propheten sind die besten weißt du aber du machst es schmackhaft zu sagen dass man mit der beste ist ehrlich also du findest jemanden ein sechsjähriges kind geheiratet der beste mensch der welt aber er hat sie doch nur aufgezogen hat zum beispiel rausgezogen mit was denn die frauen an oder wir sind sie angezogen halten sie sich hat sie aufgezogen und bis die 14 Jahre alt war hat er sie nicht angefasst er hat sie doch mit neun jahren auseinander genommen nein doch sondern aber der mut 21 21 hatte mir sexuelle beziehung als ich neun jahre alt war ich zeige was machst du denn da alle jahren kommen wir müssen sich auf amerikanischen aber es gibt die gefälscht sind alle ich bitte dich macht keinen unsinn jetzt es gibt aber es gibt aber auch so was gibt es gibt auch irgendwelche voraussetzungen in dem moment welche voraussetzungen müssen erfüllt werden dass man hier einstufen kann naja warte kommen hör mir doch kurz zu was ist wenn in diesem moment derjenige der es als eingestuft hat vom scheitern beeinflusst wurde also sind fünf gelehrten so vor geht der ganze bei jedem hadith so was sagen dass er quatsch ja könnte ich ja das stimmt da ist auch die also da wo können wir dann hinter brauchst du ja nicht mehr diese religion zu folgen wenn du so drauf naja aber der hadith und du kannst mit deinem eigenen herz voraussetzungen was stimmt und was nicht stimmt nee das ist einfach nur weil der bischee deswegen was für die jenster aber weißt du denn wer noch dem mensch beeinflusst worden ist wir haben wir als als prüfung erstes und zweitens als als mit empathie für machen zuerst und selber und dann wurden denn die letzten zwei suchen überliefert die so 113 14 in welchem zustand hat sich dann nachdem nachdem er verflucht wurde als barmherzigkeit allahs gegenüber während er verflucht ist hatte diese offenbarung aber doch bekommen wir nicht wir haben als barmherzigkeit von wartet sie bekommen um zum befreien jörg aber wenn er doch die dämonisch beeinflusst war warum glaubt ihr dann auch an diese lebt an diesen zwei letzten luchen weil er sagt so selber es hat es doch extra erlaubt damit da weiß wie er sich spielt damit der empatie aufbaut wie wir ja weil ich habe mir so gut und ich habe meine diener habt ihr keine macht außer wer von der verrieren wollte aber hat sich dann geredet weil sie deutsch hast du mir das bedeutet ich muss zum nachtgebiet gehen in die moschee ich wünsche euch schon bietet den universum ein aller behauptet dass die erde flach ist du betest ins universum wir sind hier in deutschland saudi arabien ist unter uns und nicht da wo du hin betest wo sagt er dass die flache ist nein zuge 79 vers 30 zuge 88 vers 20 möge allah die rechtsleitung geben in der herzen amin wir sind alles was soll ich denn diese paradies mit jünglichen die mich bedienen aber ist noch eine eigene oma so auch soll ich jetzt in allahs himmelreich um meine tante omas und nichten und im machtgebiet ist die hälfte ja ich danke ja ich danke ich nehme da singe ich ja lieber ein kamelurin zu haben ja mehr von das ist weg und was liegt auf den herzen coach auch mit amin in holland ja ja im amin Ja, diese ganzen Kamele wollten nicht kommen, aber ich habe sie zusammengestrommelt. Kannst du diesen Pauid hochnehmen? Pauid, wo ist Pauid? Der mit schwarzer Flagge, er würde rein. Der mit schwarzer Flagge? Ich würde ihn rein, kein Problem. Coach Ahmed, ich danke dir. Das ist so Dede, diese Scheisse, die er steht zu reinmacht. Und so, wegen Pauid. Was liegt auf dem Herzen? Ja, mir liegt viel auf dem Herzen. Was sprachst du, Junge? Das war eine schlaue Entscheidung. Soll ich wieder Remix machen? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Immer das Gleiche. Ja, das sind ja auch Nachschids von Dings, vom Islamischen Staat. Immer das Gleiche. Pauid. Ich grüße euch, meine Brüder. Ich möchte was sagen. Ich möchte kurz was sagen. Warte, Pauid. Ich habe ein Video gemacht. Das ist schon mehr als 10.000 bis jetzt, wo ich gesehen habe. Ich hoffe, es wird immer mehr. Ich glaube, Anders Islam zu einer Debatte herausgefordert. Der soll zu einer Debatte stehen. Alle Muslime, die das sehen, sollen Anders Islam anschreiben. Und sagen, Pavlos und Ex-Muslim möchten gerne eine Debatte haben. Ja, und wir wollen gerne mit ihnen reden. Schön in der Öffentlichkeit. So wie Anders es auch gerne eigentlich auch wollte. Ist gar kein Problem. Aber hier in TikTok. Weil das geht ganz schnell und ganz knackig. Und das Thema ist, ist Jesus Christus wirklich der wahrhaftige Gott? Beziehungsweise die wahrhaftige Wahrheit? Und ist der Islam eine wirkliche Katastrophe und komplett verfälscht? Eine wirkliche Katastrophe? Schreibt das alles rein. Anders Islam. Schreibt rein. Geht dem ein Video rein. Macht alle erneut veröffentlichen und liken, damit es noch mehr Leute dann sehen. Anders Islam soll er nicht verstecken. Und soll man mit richtig wiedergeborenen Christen reden. Der will mit dir auch sich treffen und daraus ein riesen Spektakel machen. Nur mit mir will er das mal. Mit anderen nicht. Ich möchte, dass der Vogel und Marcel Kras auch kommen. Marcel Kras auch kommen. Marcel Kras ist fast geahmert, der Bruder Amir. Und dann ist er nie wiedergekommen. Dann ist er nie wiedergekommen. Bruder Amir? Was ist das? Geh mal runter, ey. Was ist das denn? Mach das aus. Bruder Amir, der Herr Vogel, der traut sich auch nicht einmal zur Debatte mit dir. Der traut sich nicht einmal bei dir reinzukommen. Keine Ahnung. Der hat mich sogar blockiert. Und bei Amir sowieso nicht. Der diskutiert ja auch mit niemandem. Mit deinem Kind, hast du gesehen? Auf der Bühne? Mit so einem kleinen Jungen? Ja, das kann man. Ja, genau. Oder mit Zeugen wie Roman. Oder mit Katholiken. Deja, ich tu ich gleich rein, Deja. Schick mal wieder einen dadurch. Tu den anderen. Ex-Muslim. Ja. Warst du heute schon Freitagsgebet? Natürlich. Das kann ich nicht. Ex-Muslim. Ja. Wurde mich schon tausmal von John Kras Joker widerlegt. Warum redest du? Von Nagel anst du. Du hast schon von mir widerlegt. Und wie kann er dann jetzt? Ich rede nie wieder mit mir. Du hast die Matten widerlegt. Ich rede nie wieder mit mir. Du hast Jesus widerlegt. Das sei was du. Hör mal auf von Allas Schienbein zu reden. Das ist nicht gut für dich. Lass ab von Allas Schienbein. Warum in den nächsten Mal? Sag Nein zum Bein und zertömer Allas Schienbein. Dann mach vorher Schienbein schon da dran. Sag Nein zum Stein und sage dich los von Allas Bein. Sonst wird es eine Menge Pein. Amin. Das wirkt es. Ja. Äh. Wie alt war Eich? Sechs. Wie alt war Maria? Äh. Haben wir keine Zeitangaben. Über die Reife. Wie alt war Rebecca? Haben wir keine Zeitangaben. Wie alt war Rebecca? Was sagt die katholische Kirche? Ab wie viel er das heißt? Ist egal was die katholische Kirche sei. Ab hier war mein Name. Wo drin steht Ex-Katholik. Danke dass du hier warst. Unglaublich. Als wäre die katholische Kirche für uns ein Maßstab. Das ist unglaublich. Der wurde einmal zu oft geboostert. Der wurde kamelogenisiert. Mal organisiert. Party. Hello Mr. Party. Lass mal Party machen. Aber er kommt nicht rein. Also seine Verbindung ist. Party, Party. Mit einmal waschen und neun Wochen. Party, Party mit Bocardi. Dr. Schick. Wolltest du was zeigen? Weil ich habe wirklich zu viel oben. Was? Wolltest du was schönes zeigen? Was schönes zeigen? Ja du wolltest doch was zeigen. Was soll ich zeigen? Soll ich mal ein Bizeps zeigen? Nein. Ich dachte du füllst und dann ist doch sogar zeigen. Mal schauen was so kommt. Dann kann ich ja was schönes zeigen. Ja geht dann bis dazu. Bitteschön. Ich wollte mal fragen wie es euch eigentlich geht. Du hast direkt geschrieben wir können warten. Ah ja. Kein Problem. Wollen wir es doch anders. Warum nimmst du den Herrn Jesus Christus sicher? Weil ich ihn nicht annehme. Nee weiß ich nicht mehr. Begründung. Weil ich ihn nicht annehme. Weil ich ihn nicht annehme. Weil ich ihn nicht annehme. Warum bist du ein bezeugter Muslim? Weil ich ein bezeugter Muslim bin. Ja was bezeugt dich denn in Israel? Ich folge den Koran. Ja was bezeugt dich? Was hat dich bezeugt? Also dass du sagst ja man jetzt kann ich das definitiv bezeugen. Und das ist die Wahrheit. Weil es das Wort Gottes ist. Danke. Das sagen auch die Hinduisten, die Buddhisten und was weiß ich wer das noch sagt. Hallo zu Gott. Was seht ihr auf dein Herz Gottes? Ja ich hatte viele Fragen also an die muslimischen Leute hier die nicht an Jesus glauben. Und ich wollte fragen wer denn im Koran der mächtigste Prophet ist. Das war so eine Frage die ich gehabt habe. Weil ich habe gehört dass Jesus im Koran sehr viele Fähigkeiten hat die andere nicht haben. Ja. Ja. Aber es ist kein Muslim. Der kann dir jetzt die Fragen sparen zu haben. Liegt dir noch was auf den Herzen? Der hat ja auch Mächte. Der hat ja auch Tote auferweckt, geheilt und so weiter und so fort. Der hat ja auch Sachen gemacht. Und das ist auch der einzige neben Musa und so weiter. Da sage ich nur so die richtige Wunder bewirkt haben. Also richtige Wunder bewirkt haben. Also Geschriebene. Kein anderer hat das gemacht. Deren Mohammed hat keinen einzigen Wunder gebracht. Kein einzigen. Außer die angebliche Mundspalze. Die nicht existiert. Nur mit zwei Zeugen. Und das war Mohammed selbst als Zeug. Vierblocks. Legt dir noch was auf den Herzen? Ähm. Jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall finde ich eure Arbeit gut die ihr macht. Und viel Kraft weiterhin. Und ich schaue mir das immer gern gespannt an. Auf jeden Fall. Sehr schön. Und danke immer den Herren. Wir sind nichts wert. Das weißt du ja. Doch. Wir sind auf jeden Fall was wert. Aber ich weiß wie du es meinst. Ja. Gott segne dich und deine Familie. Auf jeden Fall. Gleichfalls. Das ist ein ganz heftiger Arme. Das ist nur für dich. Das ist nur für dich Bruder Arme. Das ist nur für dich Bruder Arme. Gott segne Achmat. Ja. Was geht? Emma, du hast immer noch nicht losgelassen. Ich wollte, ich bin wegen Arme hier ja. Ja. Ja, Arme ist hier. Arme. Ah. I missed you bro. I miss you. You miss me. Emma. So beautiful to me. Nein. Kannst du einmal für mich so einmal meinen Namen schreiben? Deinen Namen? Ja, schreib mal wieder so wie vorhin, Alter. Mein Name. You miss me. And you kiss me. Einmal meinen Namen nochmal. So, Emma. And can I piss me. And I miss me. And I miss me. Hey, Pablo. Was? Was passiert? Schreib mal einfach meinen Namen nochmal. Ich hab was Besseres, mein Bester. Genau das hab ich für dich. So, meine Lieben, ich möchte was bekündigen. Das ist mir wichtig, dass die Zeit müssen wir uns nehmen. Denn Herr Jesus Christus, der einzig wahre Gott, der Allmächtige, ich sag euch, wenn ihr ihn annehmt, ihm nachfolgt, von neuem geboren seid, so werdet ihr das ewige Leben bekommt. Wie ihr heute von neuem geboren wird, altes, sündiges Leben wegschmeißen, ein neues Leben mit Jesus Christus beginnen und ihn annehmen und ihn nachfolgen mit ganzem Herz und mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und meine Lieben, ich sage euch, wenn ihr anerkennt, dass Jesus Christus euer Gott und euer Retter ist, so werdet ihr das ewige Leben bekommen. Denn Gott wurde Mensch für euch. Aus Liebe hat er das gemacht. Erst Johannesbrief Kapitel 5 lesen und schon seht ihr die Liebe Gottes. Es ist ein schöner Liebesbrief an uns gerichtet. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die drei sind eins, ein Wesen, ein Gott. Johannes 3, Vers 3, wird von neuem geboren, wird das Reich Gottes auch bekommen. Amen. So, mein Lieber, muss denn Gott segne dich und deine Familie, was segne dir auch dein Herz? Ist der Heilige Geist ein Taube, eine Taube oder ein Engel? Ich wollte gerade was fragen, ja. Bleib mal auf. Mein Besser auch damit. Der ist keine Taube. Es steht geschrieben, er gleitete wie eine Taube, aber ist keine Taube. Das muss unterscheiden. Deine nächste Frage. Aber warum? In der Kirche sind überall Bilder von ihm mit, äh, links da, Tauben. Sind wir ihm nicht überlegen oder so? Nein. Also, äh, warum ist Allah dein Schienmann? Hä? Warum ist Allah dein Schienmann? Ich grille, äh, von Holy Sprite, dein nächster, dein Flügel, der Maniac, der Peach. Der Peach! Was hast du denn? Ja, da war wieder die islamische Reinheit. Und was? Islamische Reinheit und Klarheit. Irgendwie der Heiligen, die mich dagegen, ja. 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 Gottes Segen, was liegt dir auf den Herzen? Grüßt euch. Ähm. Alle Tippen, die 100.000 jetzt voll. 1, 2, 3 jetzt, alle Tippen. Asseh. Wie, also, warum? Ähm, das ist eine Frage an Amir. Er hat es mal irgendwie erklärt gehabt. Wie nennt man das nochmal, dass man im Islam unbedingt etwas machen muss, um der Religion anzugehören. Und im Christentum nicht. Äh, du meinst, äh, hier den Islam annehmen als Zwangsmaßnahme oder was? Ne, also, du musst ja, du musst ja beten, du musst ja spenden oder sonstiges, um dann tatsächlich als Muslim... Ja, du musst ja all diese Dinge erfüllen, sonst bist du ja nicht gläubig, oder? Ja, das sind die fünf Säulen des Islams. Ja, genau. Du hast letztens ein gutes Wort dafür gehabt, dass irgendwie eine, ähm, ja, so ähnlich wie eine Religion, wo du etwas tun musst. Weißt du, was ich meine, oder? Hm. Ich glaub, du meinst den Dschihad vielleicht. Nein, was für Dschihad macht. Nein. Du meinst Werksgerechtigkeit? Werksgerechtigkeit, ja. Ja, genau. Danke dir. Ich hatte heute nämlich eine Diskussion und mir ist das Wort nicht eingefallen. Ja, genau. Der Islam basiert aufs Werksgerechtigkeit. Wenn du so gute Daten getan hast, ist das ein Grund. Genau, also du musst unbedingt was machen, um gläubig zu sein. Und du darfst nicht beispielsweise einfach... Das ist zwar kein Grund, dass Allah dich ins Himmelreich lässt, aber das ist schon mal etwas Gutes, dass du das so sammelst. Also, unlogischer geht's gar nicht mehr. Ja, ja, darum geht's mehr. Ist das sowas wie Handy oder so, Allah auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Ja, genau. Ja, du kannst zum Beispiel nicht, du kannst zum Beispiel nicht daheim, wenn es dir mal nicht gut geht, und du zum Beispiel nicht die Gebete sprechen kannst oder sonstiges oder nicht betest, kannst du nicht sagen, ja, lieber Gott, verzeih mir sonstiges, weil du bist einfach ungläubig. Ja, also der Islam basiert ja, du musst was tun. Jesus Christus sagt, du musst an mich glauben und nachfolgen. Und wir sehen ja, wenn man den Glauben und Nachfolgen macht, automatisch die Werke. Aber der Glaube ist, dass der dich rettet. Und es gibt keine Religion, die gezeigt hat, dass Gott Mensch wurde und für dich gestorben und auferstanden ist. Damit du gerettet wirst. Also es gibt keine Religion. Jeder wollte so sein wie Gott, aber Gott wollte Mensch werden, damit wir gerettet sind. Ist das nicht Liebe? Ja. Wahre Liebe. Du kennst nur Liebe in diesem wunderschönen Buch. Was meinst du? In dem wunderschönen Buch der Bibel findest du nur Liebe. Glaube ich dir. Habe ich das noch nie gelesen, aber... Wer liest das heute? Bist du von deinem Geburt, mein Bester? Nee, ich bin ehrlich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also auf jeden Fall ist alles logisch und ich sehe das auch so wie ihr. Aber ich habe mir nie die Zeit dafür genommen. Aber so ein Kindergarten, ja, Biergartengeschichte hier, wie... Wie heißt das gerade, die Biergartengeschichte, genau? Ja, der Islam. Ja. Achso. Ja. Da glaube ich nicht dran. Wer bist du, was ist die Wahrheit und du wirst schon finden, wenn die Schrift sagt, wer sucht, wer findet, wer klopft den Blick öffnen? Ja, vielleicht irgendwann, wer weiß. Ja, irgendwann, vielleicht irgendwann schiebst du, was dann? Ja. Ich weiß nicht, aber guck mal, ich mache ja schon den Start. Was machst du? Ich bin ja hier. Darf ich dich mal was fragen? Klar. Ich habe das jetzt nicht so verstanden. Du bist jetzt kein Moslem, richtig? Richtig. Ja, aber hast du dir nicht mal die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum existiere ich? Warum existiert die Welt? Warum gibt es überhaupt Leben? Verstehst du? Warum existieren wir eigentlich? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Auf jeden Fall. Viele Völker sprechen doch von einem Gott. So, du siehst, es gibt so viele Religionen und jeder vermarktet und verkauft immer was anderes. Aber es gibt auch nur einen Weg in den Himmel und einen Retter. Und wenn du dir die Bibel mal durchlesst, im Alten Testament sagt Gott, sagt selbst, ruf mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich verherrlichen, weil du hast einen Anspruch darauf. Du hast das Recht noch Gott zu fragen, weil wenn du jetzt so in den Tod gehst, musst du für deine Sünden bezahlen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, weil wir alle Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Es gibt keine guten Menschen und die Bibel hat mit allen Recht gehabt. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du einfach mal Gott fragst. Gott ist ein Gentleman, dass du einfach fragst. Gott, gibt es dich? Gibt es dich? Wer bist du? Warum existiere ich? Gibt es da oben einen Schöpfer, der hier alles erschaffen hat? Und du wirst eine Antwort bekommen. Das ist ein Versprechen. Ich verspreche es dir. Du wirst eine Antwort bekommen. Weil, weil, wenn du jetzt, sagen wir mal, du sagst, ich habe noch Gott gefragt, aber er hätte mir nicht geantwortet. Nein, 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 weil du hättest dann eine Ausrede vor das Gericht Gottes, weil dann hättest du sagen können, Gott, ich habe dich doch angerufen. Aber hast du Gott vom ganzen Herzen angerufen und ihn gesucht? Weil dieses Leben ist vergänglich, das weißt du, ne? Du bist nackt geboren und nackt sterbst und du kannst nichts mitnehmen. Wenn du auf den Friedhof gehst, guck mal, die Toten konnten nichts mitnehmen, gar nichts. So wie du nackt geboren bist, so sterbst du auch wieder nackt. Das Leben ist ein Haschen nach Wind, wie eine Blume. Du siehst auf dem Feld eine Blume, sie geht auf und dann ist sie wieder kaputt. Und so ist auch der Mensch. Du weißt nicht, wann du sterbst. Du kannst noch so viel haben. Das Leben hier kannst du dir nicht erkaufen. Und du weißt nicht, wie lange du lebst. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Deswegen nutzt einmal diese Zeit aus. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die Wahrheit? Weißt du, was die Bibel sagt? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist ein Versprechen. Die Bibel sagt aber auch, wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Das heißt, Gott wird dir eine Tür aufmachen. Aber es ist deine eigene Schuld, weil du hast einen freien Wille. Du kannst machen, was du willst. Gott gibt dir diesen freien Wille. Aber er möchte, dass du zu ihm kommst mit diesem freien Wille. Nicht mit Zwang, weil Gott zwingt niemanden zu ihm zu kommen. Er gibt dir diesen freien Wille und er möchte, dass du zu ihm kommst. Er will nur dein Herz haben, nicht deine Werke. Nur dein Herz. Und deswegen heißt es ja, tut Buße und kehrt um. Weil Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt. Und der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er sterbt, er wird leben. Das ist ein Versprechen. Was heißt denn ewiges Leben? Ewiges Leben heißt... Guck mal. Du musst dir das so vorstellen. Du wirst ewig mit Gott sein. Ewig. Du wirst ewig, ewig mit Gott in der Ewigkeit verbringen. Dein Körper wird... Du wirst nicht sterben. Du wirst ewig nicht existieren. Aber du wirst sowieso, guck mal, du wirst sowieso ewig nicht. Die Frage ist, in der Hölle oder im Paradies. Genau. Und wenn wir mal ehrlich sind. Wenn wir jetzt ehrlich zu dir sind. Hast du schon mal einmal in deinem Leben gelogen? Ja, klar. Siehst du? Und die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen sind böse. Es gibt also keine guten Menschen. Weil sie alle die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Weißt du, warum der Mensch Gott verlassen hat? Weil er liebt das Vergnügen mehr als Gott. Denn die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Weißt du, wann der Mensch Gott anruft? Ich sag dir, wann der Mensch anruft. Wann der Gott anruft. Warte, wenn du im Krankenhaus bist. Und du hast nur noch drei Tage Zeit zum Leben. Dann ist es meistens im Fall so, dass sie sich darüber Gedanken machen. Weißt du, wenn es den Menschen dreckig geht, schlecht geht, dann ist es so, dass er dann im meisten Fall Gott anruft. Und deswegen, gerade wenn es uns sehr gut geht hier, wo wir alles in Hülle und Fülle haben, sollten wir doch Gott danken und ihn anrufen und sagen, danke Herr, dass du das alles hier gesegnet hast. Frag ihn einfach. Und du wirst eine Antwort bekommen. Das ist ein Versprechen. Ich verspreche es dir. Das hast du sehr schön gesagt, Bruder. Die meisten Leute gehen nur zu Gott, immer wenn es ihre letzte Hoffnung ist. Soll ich dir mal was sagen? Ich möchte einmal was sagen. Damals, wo ich mit vielen Kollegen war. Ich sage dir ehrlich, ich habe viele Kollegen gehabt, die viele kriminelle Sachen gemacht haben. Aber sie waren nie glücklich. Die haben Range Over gefahren. Die haben Porsche gefahren. Die haben auch illegale Sachen gemacht. Kriminelle Sachen. Aber sie waren nie glücklich. Die hatten nie diese Erfüllung gehabt. Sie waren immer gestresst, immer so undankbar, obwohl die so viel Kohle hatten, Frauen hatten, Autos hatten. Sie waren nie glücklich. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Der Herr Jesus sagt, kommt alle her. Die ihr müselig und überladen seid. Ich werde euch meinen Frieden geben, den euch die Welt nicht geben kann. Die Welt kann dir also keinen Frieden geben. Ich sage dir warum. Wenn du 10 Millionen Euro hast, du bist für eine kurze Zeit glücklich. Aber das vergeht. Es vergeht. Alles ist ein Haschen nach Wind. Das vergeht. Aber der Gottesfrieden ist ewiger Frieden. Ewige Ruhe. Das heißt, du kannst jetzt der ärmste Mensch der ganzen Welt sein. Und du hast einen Frieden in dir. Weil Gott gibt dir diesen Frieden. Diese Welt kann dir keinen Frieden geben. Diese vergängliche Welt ist ein Haschen nach Wind. Verstehst du? Und diese Leute, die ich gesehen habe, sind bis heute unglücklich. Obwohl die so viel haben. Häuser haben. Golduhren haben. Sind alle unglücklich. Aber was, wenn du Frieden hast ohne Geld? Wie meinst du das? Du kannst nicht diesen Frieden... Nur Gott kann dir diesen Frieden geben. Mit dem Frieden, aber du kannst auch... Jesus Christus sagt... Du kannst... Das ist vergänglich, ja. Das ist vergänglich. Ich weiß, was du meinst. Aber das ist vergänglich. Aber hast du Frieden? Ich habe eine Frage. Hast du Frieden, wenn du nur noch... Sagen wir mal, du hast nur noch 30 Sekunden zu leben? Weißt du, was in dir ausbricht? Eine Unruhe. Eine Unruhe bricht in dir aus. Warte, wenn du nur noch 30 Sekunden zum Leben hast, weißt du, was du denkst? Wo gehe ich jetzt hin? Mhm. Aber warte, ein wiedergeborener Christ, wenn er nur noch 30 Sekunden zum Leben hat? Er weiß, er geht nach Hause, wo der Herr Jesus am Kreuz war mit den zwei Verbrechern. Der eine hat ihn erkannt. Er hat gesagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Diese Worte sind nicht... Das sind keine toten Worte, das sind lebendige Worte. Aber es liegt an dir. Du hast den freien Willen, ne? Ich sage dir das nur. Du kannst machen, was du willst. Du bist ein freier Mensch. Aber die Konsequenz ist, es wird abgerechnet mit deinen Taten. Weil Gott sieht alles. Alles, was deine Gedanken, was du in der Finsternis tust. Er weiß, bevor du schon was redest, er weiß das. Also du musst damit diese Konsequenzen auch tragen. Es wird abgerechnet werden. Weil stell dir vor, du bist vor Gericht. Und der Richter sagt, du bist schuldig und will den Hammer auf den Tisch hauen. Und dann kommt auf einmal einer und sagt, ich bezahle diese Schuld. Ich nehme diese ganze Schuld auf ihn. Also ich bezahle dafür. Was würdest du mit diesen Menschen machen? Du würdest ihn lieben. Du würdest sagen, warum hast du das für mich getan? Warum bezahlst du meine Schuld? Du kennst mich doch gar nicht. Warum machst du das? Warum rettest du mich? Weil ich dich liebe und weil Gott dich liebt. Darum rettet er dich vor der ewigen Hölle. Weil die Hölle ist nicht für Menschen gemacht, sondern für Satan und seine Dämonen. Aber der Mensch geht freiwillig dahin. Verstehst du? Du gehst freiwillig dahin. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich würde dich gar nicht unterbrechen. Aber was machst du zum Beispiel jetzt? Ja. Oder was macht ihr so? Jetzt auch überhaupt nicht disrespektvoll oder so. Aber was macht ihr so, um dann jetzt zu sagen, okay, hiermit erfülle ich meine Aufgabe oder als guter Christ? Keiner ist gut. Nein, nein, darf ich was sagen? Pablos, lass mich das machen. Erstens, keiner ist gut, außer Gott ist nur gut. Wir sind einfach nur bekehrte Christen, die erkannt haben, wir sind schuldig, wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Wir haben erkannt, es gibt einen Gott. Wir haben erkannt, es gibt einen Retter. Der Herr Jesus ist eine historische Person. Augenzeugen haben gesehen, er wurde gekreuzigt. Allein die ganzen Schriften, er wurde prophezeit. Wir sind nur ein Werkzeug. Weil der Herr Jesus Christus sagt, geht hinaus in aller Welt und verkündigt das Evangelium. Verstehst du? Das Wort Gottes ist lebendig. Wir sollen das Wort verkündigen. Was? Die Kirchen, die du siehst, sie haben nicht nach dem Wort Gottes gehandelt. Sie haben das Wort Gottes gebraucht und haben sich dabei bereichert. Diese ganzen Kirchen, die du siehst, sind abgefallen. Das ist ein Museum. Das hat überhaupt mit dem Herrn Jesus überhaupt gar nichts zu tun. Die Kirchen haben das Wort Gottes verfehlt. Es sind einzelne Personen, Missionare, die auf der Welt diese frohe Botschaft verkündigen. Weil wir sind ein Werkzeug Gottes. Wir sind Licht und wir sind Salz und wir sollen rausgehen und diese Botschaft weiterbringen. Guck mal, wir kommen in Frieden und wir gehen in Frieden. Und wir wollen auch kein Geld dafür. Wir wollen kein Geld dafür. Wir gehen einfach... Wie bitte? Also sollen wir quasi... Also sagst du, soll man einfach versuchen aufzuklären? Das ist die Aufgabe. Das Wort Gottes sagt, deckt die Finsternis auf, geht raus, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Weil die Menschen befinden sich alle mit einem halben Bein in der Hölle. Weil alle Menschen haben gegen diesen heiligen Gott gesündigt. Aber mehr muss man nicht machen. Du musst glauben. Ja, ist mir klar. Weißt du, wie die Menschen gerettet worden sind damals nur? Er hat geglaubt und das wurde ihm hoch angerechnet. Weil du kannst Gott mit deinen Werken nicht... Deine Werke sind schön und gut, aber Gott möchte dein Herz haben, dass du ihn liebst. Dass du deine ganze Lust, dass du ihn liebst. Er will, dass du ihn liebst und ihn folgst. Aber das ist wichtig, dass du an ihn glaubst, oder? Guck mal, ja genau. Blind, sogar blind. Weil glückselig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Ja, alles gut, ich verstehe dich. Das ist dein freier Wille, ich sag dir das nur. Zu viel Input, ich brauche so kurze, knappe Sätze, weißt du? Also, ich verstehe, was du meinst, auch gar nicht böse gemeint, aber... Ja, alles gut, alles gut. Ich brauche so eine Richtlinie, wo ich sagen kann, okay, weißt du... Dann geh auch, guck mal, dann sag ich dir das, warte, warte. Dann sag ich dir das, guck mal. Wir reden jetzt nicht mehr um den heißen Brei. Geh doch gleich selber mal auf die Knie und frag einfach Gott. Das, das biete ich dir an. Kurz und knapp, einfach selber auf die Knie gehen. Du hast bestimmt diese, diese 20 Sekunden, die kosten dir nix. Die kannst du einfach mal ausnutzen und gleich auf die Knie gehen und fragen Gott, gibt es dich? Und dann wirst du eine Antwort bekommen. Richtig, Bruder. Ganz einfach, kurz und knapp. Kurzer geht es gar nicht mehr. Wie war bei dir die Antwort zum Beispiel? Also, bei mir war das so, ich war ja damals ganz... Ich sag das hier offen und ehrlich, viele kennen mein Zeugnis. Ich war damals dämonisch besessen. Ich wollte Selbstmord machen und ich wurde auch von Dämonen gewirkt. Ich dachte, ich bilde mir das ein. Und ja, dann habe ich nach Gott gesucht, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Und ich wollte, ich hatte fast einige Selbstmordversuche auch gehabt, TikTok sportlich. Und dann habe ich, wo ich diese Dämonen gesehen habe, wo ich das gesehen habe, dass der Teufel real ist, da habe ich gedacht, okay, wenn der Teufel und diese Wesen real sind, dann muss es Gott geben. Und dann bin ich auf meine Knie gegangen und habe Gott angerufen, habe geschrieben, Gott rette mich, ich will zu dir. Bitte offenbare dich mir, zeig dich mir, wer bist du? Und Gott hat sich mir offenbart. Stück für Stück hat er sich offenbart. Und dann habe ich Buße getan, habe die Bibel gelesen, bin von neu geboren und bin jetzt ein bekehrter Christ. Okay, aber ist Amir noch da? Genau das, was Christus sogar sagt, hat er getan. Christus hat doch auch zu den Aufsätzigen gesagt, lies die Bibel. Und dann hat er doch gesagt, aber ich kann nicht lesen. Dann hat er gesagt, egal, dann geh in die Synagoge und hör zu, wie sie gepredigt wird. Und was soll ich dann machen? Teile sie mit den anderen Menschen. So, fertig. Er hat nicht, gib nur das, was du hast, hat er gesagt. Nur das, was du kannst. Benutz das, was du hast. Das, was du kannst. Gib nur das, was du hast und das, was du kannst. Weißt du eigentlich, dass diese ganzen Stars, guck mal, das kann ich dir sagen. Es ist für einen Menschen, ich weiß ja nicht, ob du überhaupt an den Teufel glaubst, ich weiß es nicht. Aber diese ganzen Stars zum Beispiel, in diese ganzen Interviews, die sagen alle, dass sie ihre Seele verkauft haben und dass sie auch Satan anbeten, ihnen dienen, dass sie dämonisch besessen sind. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, und diese ganzen Stars, sie beten wirklich Dämonen an. Das habe ich auch schon gehört. Das ist auch irgendwie so eine Zeremonie, die die dann befeiern, oder? Ja, natürlich, diese ganzen Hollywood-Stars beten, haben alle, sind alle dämonisch besessen. Die waren auf der Bühne irgendwie und dann benutzen die die Fans als Opferpakt oder so einen Scheiß. Die Stars sagen selber in den Interviews, der Satan ist schon seit meiner Karriere hinter den Kulissen, sonst würde meine Karriere nicht so gut laufen. Also die geben es selber zu, dass sie ohne Satan gar nicht diesen Erfolg haben. Der Satan gibt ihnen diese Power. Aber was, wenn diese Stars gläubig sind? Wem meinst du gläubig? Ja, warte, warte, lass mich das machen. Ja, die können gläubig sein, aber das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichtes. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Ja, die können sich als Buddhisten ausgeben, als Muslime ausgeben oder als Christen ausgeben. Oder auch als sehr liebefromme Menschen, die immer Geld spenden und für arme Kinder sich einsetzen, ja. Aber trotzdem sind das... Das kann ja auch Christ sein zum Beispiel. Ja, ja, meine ich doch, Christen. Ja, ja, die... Ja, Satan schleicht sich auf. Hört doch endlich auf mit diesen Märchengeschichten, Mann. Was soll denn das? Bravo, bitte. Pablo, Pablo, schmeiß dir mal raus. Schmeiß mal diesen, diesen Typen hier raus, bitte. Ich hab mir immer so eklaften Typen gesehen wie den, ohne Witz. Schmeiß dir mal raus, ey, mit seinen Peter Pan Geschichten von Islam, bitte. Mit seinen Kamelurin. Trink mal erst mal Kamelurin. Ja, auf jeden Fall, das ist... Der Satan schickt auch seine Leute in die Christenheit rein. Sehen wir doch, katholische Kirche. Sehen wir doch. Der Satan agiert schon seit dem Sündenfall. Agiert er schon hier? Warte, Bruder, Danny. Die Dämonen glauben auch, aber die Dämonen zittern. Das ist der große Unterschied, bei denen ich an den richtigen glaube. Bruder, der Satan lacht sich tot. Bruder, der Satan lacht sich tot. Ich will was ganz kurz sagen. Warte, 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 warte. Gib mal jemanden. Gib mal jemanden. Gib mal jemanden. Bruder, Paulus. Gib mal jemanden recht, damit der Hund nicht die ganzen Leute beleidigt. Ne, ist jetzt ein Vater, Danny. Gib mal jemanden, der mit umgehen kann, damit der Hund nicht die ganzen Leute beleidigt. Ja, kümmert euch bitte. ABA mir. Bald, ich komm, Düsseldorf, wir essen was. Wir gehen essen. Ja, sehr gut. Mit deinem Bruder und Maik Apostel. Ja, sehr gut. Immer Maik Apostel am besten. Mit Maik Apostel. Du, ich. Rieser und Maik Apostel. Bruder Amir. Weißt du eigentlich. Abi Amir. Abi. Warte, Bruder, warte. Warte, Bruder, warte. Weißt du, Amir, dass dieser Maik Apostel ein Fluch über mich gemacht hat. Er hat gesagt, ich werde in Binden. 29 Tage oder so hat er gesagt, dann will ich sterben gehen, hat er gesagt. Das will ich über mich ergeben. Das will ich über mich ergeben. Ich bin, ich mache jetzt keinen Spaß, ne. Da hat er gesagt vor, ich bin richtig krank geworden. Ich bin richtig krank geworden. Ich bin richtig krank geworden. Du weißt, was er gesagt hat, Amir, Amir. Der ist live gegangen. Warte, warte, der ist live gegangen. Und dann diese Anmache. Soll ich etwa, dass Feuer vom Himmel regnet? Das ist so krank geworden. Ja, der hat das sowieso gemacht. Amir, das ist so krank. 29 Tage, dann bist du sterben. Das wird mit dir geschehen. Also alle Krankheiten sind gekommen. Lass den Bruder Apostel Maik in Ruhe. Das ist ein heftigster Bruder im Herrn. Okay. Noch eine Frage. Lass den Bruder in Ruhe jetzt, sag ihr. Ja, bitte, Doc. Bruder Amir, was sagst du eigentlich dazu? Was sagst du dazu? Ja, das ist sehr, sehr heftig, sehr schrecklich. Erstmal, erst mal, Gottes Segen. Das Bild von mir raus. Gottes Segen. Meine Liebe, meine Liebe, warte mal. Toni, mach das Bild von mir raus. Das bin ich. Warte. Wir machen das krank. Wir fangen jetzt ganz runter. Das lichtereinander mag ich hier nicht. Erstmal, der, der nicht gläubig ist, hat erstmal natürlich das Wort. Okay. Amir, sind deine Eltern noch muslimisch? Sowas beantworte ich nicht. Aber ja, die haben immer noch... Nee, nee, alles gut. Nein, ich will jetzt auch dich gar nicht... Das nehme ich in den Kopf, ne? Okay, wenn es dir zu privat ist, dann ist okay. Aber als du zum Beispiel dann... Du warst ja anfangs Moslem, also als du dann gewechselt hast... Ach, was heißt gewechselt, ne? Aber dein Glauben geändert hast, oder zum richtigen Weg gefunden hast, wie auch immer. Wusstest du das deiner Familie? Ja, natürlich. Ich hab denen das ja gesagt. Aber mir war das vollkommen egal. Weil ich in dem Moment die Wahrheit erkannt habe. Und die Wahrheit hatte einen Namen des Jesus Christus, ne? Ja, aber die haben sicherlich nicht... Die Konsequenzen waren mir egal. Ja, aber die haben sicherlich nicht normal reagiert, oder? Ja, was heißt nicht normal reagiert? Die waren schockiert erstmal. Die wussten gar nicht, was die damit anfangen sollen, wie Jesus Christus und sowas, ne? Weil die das nicht kannten, ne? Sowas. Die dachten, dass ich da mit sowas gar nichts zu tun habe. Aber dann, als ich mich damit komplett auseinandergesetzt habe, äh... Das war dann sehr, sehr... Erstmal sehr schockierend für sie, ne? Ja, ich frage, weil meine Eltern immer noch auch muslimisch sind. Also einfach um ein bisschen... Also nicht... Damit es nicht zu privat ist für dich vielleicht, dass du mal den Hintergrund verstehst. Also, ne? Wenn ich dann irgendwann mal vielleicht überlege, okay... Weil wir hatten gerade das Thema, äh... Mich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte ja so ein bisschen mitbekommen, dass der Bruder Danny versucht hat, dir so ein bisschen ins Gewissen reinzureden. Er hat da gar nicht schlechte Worte gewählt, ne? Nein, Quatsch. Ja, wahre Worte. Nur das liegt an dir. Der kann dir von morgens bis abends den Kopf voll labern, aber das Problem ist, das muss ja auch bei dir ankommen, ne? Ja, ich wollte ihn jetzt auch gar nicht ins Wort fallen. Ich hab's ja auch alles verstanden, und ich verstehe auch alles von dem, was ihr redet, aber wie du sagst, ich muss ja selber dann irgendwann sagen, ja oder nein, ne? Ja, ich hab mich, zum Beispiel mein Weg war so, dass ich mich viel mit Debatten auseinandergesetzt habe. Ich hab mir halt so Akademiker angehört, was sie zu gewissen Themen dann sagen, ne? Jesu Gottheit und Kreuzigung, Auferstehung, das sind so die wichtigsten Themen, die die Bibel halt anspricht, ne? Und das muss ja bewiesen werden. Wir können ja nicht blind einfach irgendwas glauben, ohne den Glauben auch zu prüfen oder auf den Prüfstand zu schicken. Ja. Der Glaube muss ja auch irgendwo bewiesen werden, denn sonst ist das ja ein blinder Glauben. Das ist blöd. Das ist ja mein Problem. Ich bin sehr realistisch. Und man muss einfach fairerweise sagen, dass all das, was ihr hier sagt und was auch überall steht, halt auch sehr realistisch ist und hat auch feste Hintergründe. Ja, das ist schlüssig, ne? Das, was wir so sagen, was wir herausgefunden haben über die Authentizität, 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 der Bibel. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Authentizität, genau. Authentizität der Bibel und der Text, der absolut überliefert ist. Wir haben ja mehr als zigtausende von Manuskripten und du siehst, dass die Bibel das bestbehüteteste Buch der Antike ist. Die Kreuzung und Auferstehung ist das bestbezeugteste Ereignis der Antike. Also da gibt's nichts rumzurütteln. Allah ist einfach so mehr oder weniger der Teufel, der versucht, dich von deinem Erlöser, Jesus Christus, wegzubringen. Er versucht, dir mit Zuge 457 den Weg zur Erlösung zu versperren. Und das durch einen Vers im Koran. Sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt. Es erschien ihn noch vielmehr so. Ja, super. Ja, und es wird auch von Grund aus immer irgendwas gepredigt. Keiner weiß was. Jeder macht mit. Alle würden sich... Ja, genau. Das ist so Gruppenswang. Dann sollen sich alle auch im Kreis drehen. Genau. Das ist so Gruppenswang. Darf ich kurz mal was fragen. Sieht man auf dem Foto nur Bäume oder auch... Man sieht die Dame. Man sieht die Dame. Man sieht das. Ja, weil Leute schreiben... Dann sollen die rein und raus kommen. Man sieht das. Gut. Und das ist aus meinem Pick-up fotografiert. Und wenn doch Allah sagt, oder wenn die Muslime sagen, Allah hat die Menschen unterschiedlich erschaffen, damit die sich einander kennenlernen können, dann frage ich mich, wie soll man denn eine Person kennenlernen können, die so... Die vermutet. Ja, das ist heftig. Wie heißt diese Anime-Serie? Wie aus One Piece. Ja, genau. Ninja-Kostüm. Das ist mehr oder weniger so ein Ninja-Kostüm. Du meinst Naruto? Ja. Ja, das heißt Naruto. One Piece. Aber ich frage mich... Aber Bruder Amir, ich habe mal einmal ein Video gesehen, ne? Die haben Satire gemacht. Wie Tinder haben die das gemacht. Und dann waren nur Frauen mit Burkas. Die schlägt dich und die sah jeder gleich aus. Und wisst ihr, was ich nicht verstehe? Das zweite Foto, ich stand ja hier an der Ampel, das zweite Foto, den Rucksack, den sie da trägt, der Hersteller ist eigentlich laut Islam eine Kafir-Firma. Also der Inhaber der Firma ist ein Kafir-Firma. Eine Kafir-Firma. Sie dürfen sich auch eigentlich nicht schminken, aber alle schminken sich, oder? Aber Amir, da möchte jemand rein und sich zerstören. Amir, lüge nicht, ihr Ebenel Sinner. Lüge nicht. Lüge nicht über den Islam. Jetzt kommt der schon wieder. Aber entschuldige, wie kann ich denn... Ja, wo ist Sinner? Ja, Ebenel Sinner. Guck mal, wie der mich beleidigt. Ebenel Sinner, kannst du den nennen, der ein 6-jähriges Kind hat? Ja, Ebenel Sinner. Was heißt Ebenel Sinner? Der hat dich beleidigt? Ja, natürlich. Der hat mich beleidigt. Bruder, der weiß, was Ebenel Sinner bedeutet. Seine Mutter bereut Simon, dass sie ihn damals nicht geschluckt hat. Ja, wir dürfen nicht fleischlich werden. Ich weiß, ich will den auch am liebsten von oben bis unten beleidigen. Bruder, er beleidigt mich unten schon die ganze Zeit. Ich habe gesagt, ich bin doch, den hätte ich im Zimmer noch nicht gemacht. Ist nicht schlimm, der Typ, der lädt sich ja mehr. Was sagt der Herr Jesus Christus, wenn jemand uns beleidigt? Segen. Ja, aber da siehst du mal. Guck mal, jetzt... Guck mal, was für einen Vergleich... Es tut mir leid, dass ich es gesagt habe. Guck mal, was für einen vergleicht der hier. Dogowner, hast du das gerade gesehen mit deinen eigenen... Hast du ja gerade gehört, was der Muslim macht? Der kommt hier hoch, beleidigt direkt und dann wird der natürlich dann runtergeschmissen. Das ist das Einzige, was der macht. Ich wollte dir gerade sagen, also der ist ja theoretisch so oder so schon ungläubig und hält sich aber auch nicht an seine Sektenreligion. Meint ihr denn Abu Majin Vegeta? Ja, Abu Karjin. Achso, genau, ja, genau dieser Vegeta, die... Ja, ich habe doch gerade das Foto gezeigt. Ist auch Drang Ball mit... Abu Karjin. Ja, gute Nacht. Ich glaube, ich muss den Hansi rufen, damit er den wieder anmacht. Der Hansi ist wenigstens für das ist der Hansi zu gebrauchen, damit er seine kleinen Jungs da erzieht. Na gut, das stimmt allerdings. Ich wollte nur das eine Foto zeigen, aber Bruder Amir, du weißt doch, wo ich hier am Ausmühlenteich war und kaum 2000 Menschen da... Sehr heftig, das war so krank. Und eine Dame meint noch zu mir, ja, was haben sie denn dagegen? Das sind doch auch nur Menschen. Da meinte ich, ja, aber was ist das für eine Atmosphäre? Die eine gibt die Zitze dem Kind, die eine grillt... Ja, ich wollte mich auf den Arm nehmen. Ich bin hier damals, als ich in der siebten Klasse war, bin ich hier am Ausmühlenteich mit der Schule drum gelaufen. Und jetzt sind da 200.000 Menschen, die Schaschlik grillen und alle sind gleich aus. Schaschliks? Ja, heftig. Du hast das gesehen, was ich hier gezeigt habe. Naja, ich hatte das gesehen, das war sehr süß. Auch im Bochum das gleiche Bild, ne? Im Bochum genauso, ne? Ich finde mich schlimmer. Naja, ich würde mich nochmal verabschieden, ich danke euch. Okay, möge der Herr Jesus Christus dir helfen bei deiner Entscheidung, ne? Ich werde für dich beten. Danke euch. Ich glaube, du hast nichts Verkehrtes, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich bin ja hier, ich frage ja auch, weißt du? Ich bin ja voll respektvoll. Ist doch gut, ist doch super. Ich höre ja zu. Ich bin ja auch immer dabei eigentlich. Möge der Herr dich immer freundlich anblicken. Du dich auch runter, oder hast du noch was zu sagen? Ja, ja, gerne. Gottes Segen, ich wollte nur einmal das Foto zeigen. Dankeschön. Meine Brüder, ich verabschiede mich auch langsam. Möge der Herr euch auch immer freundlich anblicken. Okay, Shakey Shake. Gott segne dich, Shakey Shake. Shakey Shake. Man shake nicht so viel mit dem Shaker, ne? Gottes Segen. Ich mache nicht so viel mit dem Shaker rumversprochen. Jetzt hol mir mal eine Ruhe. So. Jetzt hol mir mal eine Ruhe. Ich glaube schon um meine Brüder. Ohne Beleidigung. Gottes Segen, Brüder Scherf. Dann sollte man einmal ohne Beleidigung. Einmal angegeben. Nein, der ist aber klug. Der Abo Manchin, der kann das nicht. Ich bin mal gespannt. Ohne Beleidigung, Abo Manchin. Ist das möglich? Was? Hol mich rein. Ich gebe euch Knockout. Ohne Beleidigung ist ein Dialog. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Ohne Beleidigung ein Dialog führen. Ist das möglich? Du willst uns zerstören? Dann zerstör bitte. Amira soll aufhören damit, den Propheten zu beleidigen. Der beleidigt ihn nicht. Hä? Ihr und eure ganzen Schriften wie Bukhari und Muslim. Wie die beleidigen ihn doch? Ich lese nur vor. Hör auf, den besten Menschen zu beleidigen und dann ist es auch kein Problem. Aber der beste Mensch ist das doch gar nicht. Er sagt selber, Noah ist besser als er. Du kannst kritisch dagegen angehen. Ist kein Problem. Aber hör auf. Abomalji. Mach mal ein bisschen. Warum sündigt Allah? Da steht in Sayah Bukhari 6614. Guck mal, was ist das für ein Quatsch schon wieder? Ich habe das von vorhanden mitbekommen. Ich habe mich so totgelacht. Alter, was rierst du? Erzähl doch mal. Der Abomalji. Wie kann der Schöpfer sündigen? Wie kann der Schöpfer sündigen? Ja, das fragen wir uns ja. Warum sündigt er denn? Er sündigt nicht. Er ist frei. Der Schöpfer sündigt nicht. Er sündigt die ganze Zeit. Der Schöpfer macht und tut, was er will. Ja, siehst du? Das geht nicht so. Der Schöpfer ist kein Mensch. Er kann nicht sündigen. Kann ein Gott sündigen, kann er das? Nein. Er ist Al-Aziz Al-Hakim und Shadid Al-Iqab. Der harte Bestrafer. Wenn ein Schöpfer jetzt abesetzt, richtig H-Punkt und so alles sagt, hat er gesündigt oder nicht? Nein, weil ihm gebührt das. Er kann sagen, was er will. Er ist nicht für die Menschen. Bruder, Armin, er kann ja ruhig H-Punkt sagen. Ich hatte letztes Mal einen Kollegen, ich war mit ihm, Abomaljin. Da sagte er zu mir, Amir, siehst du den Typen? Der ist voll der Billo-Typ. Guck mal, wie der aussieht und alles. Auf einmal kam dieser Typ rein. Auf einmal hat er genau sein Gesicht geändert. Dann hat er gesagt, hi. Hat er den ganz normal begrüßt? Hi, ist alles gut bei dir? Was hältst du von solchen Menschen, Abomaljin? Was meinst du? Ja, ich hab dir gerade erklärt, ich war letztes Mal mit deinem Kollegen unterwegs und dann auf einmal kam ein anderer. Aber vorher hat mein Kollege so über ihn gelästert. Und als er dann reinkam, hat er ihn ganz freundlich behandelt. So nach dem Motto, oh hi, wie geht's dir lange nicht mehr gesehen und so. Aber vorher hat er ihn die ganze Zeit beleidigt, bevor er nicht drin war. Was hältst du von solchen Leuten? Dein Kollege. Dein Kollege. Ja. Ja, das ist das Christentum. Was soll ich dazu sagen? Dankeschön, du hast gerade deine eigenen Propheten vernichtet. Weil er hat das gemacht. Siehst du, wie ich dich zerbombe? Hast du das gesehen? Wo hat das gemacht? Das mache ich mit dir. Erzähl mal. Das mache ich mit dir. Hast du gesehen, Abomaljin? Das ist ganz geil zu sehen. Was? Vor 400, fast 400 Leuten hast du vor mir einen High Kick bekommen. Ich bitte den Morgenstern an und den Morgenstern des Satans. Ja genau. Und dein Gott ist in Zuge 113, der Sohn der Morgenröte. Jesaja, Jesaja, kann man so lesen. Abomaljin, lies mal bitte für uns Zuge 113 vor. Wer ist der Herr der Morgenröte? Ich habe dir erstmal gesagt, du sollst doch das einfach ein Punkt haben. Der schreibt jetzt auch, wenn ihr das sehen möchtet. Ja, ja, Abomaljin, komm hier bei mir bei Dr. Sheik. Ich mache kurz mit dir kurzen Prozessen. Redest du. 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 ich bin doch nicht dein vorbild er hat doch viele bilder ist so eine religion mögen die dazu aufruft mich um meine geschwister zu unterdrücken was warum hast du den profeten und er hat männer hinterlassen oder er hatte ein video oder ein bild ich bitte auch für euch auch für rechtleitung der prophet hat mir beigebracht einen guten charakter zu haben deswegen beleidigt auch alle als pnis von vater essen der glaubt daran dass gott ihm ein riesen pnis gibt er so dick ist und so lange wie eine palme und er damit beschäftigt ist seine eigenen verwandten auseinanderzunehmen weißt du wie weißt du wie wir auf die schauen wenn wir diese ganzen sachen lesen und dass du hast du gesehen dass er ein lästerer ist er gelästert siehst du wie schön der islam ist er segnet alle propheten als auch moment als auch jesus also ja aber die segnen nicht den mohammed moment ist kein jesus jesus nur die christen haben die paulus aus dem ok soll ich dir beweisen dass man kein spät ist nicht mal der drittbeste prophet muss es ok soll ich dir beweisen dass mohammed kein profit war bis wirst du dann ablegen aus der buchadi aber du bist eigentlich ein witziger muss man jetzt einmal so ich dir beweisen dass moment ein falscher prophet ist jetzt kommt er jetzt kommt er mit der halsschlagader und diese nein nein ich komme nicht mit der halsschlagader gib mir kurz eine minus 1 moment ok ich übernehme in der zeit abo magie jetzt mal hand aufs herz da hast du jemals die bibel gewesen ich habe nur paar sachen gelesen so kann ich ja noch nicht gewollt abo magie kommt ich liebe dich doch kannst du heute einmal kurz frage wenn bist du was ist die wahrheit ist das so schwer abo magien abo magien abo magien schlag mal bitte sei buchadi 5688 auf guck mal wie was der prophet da sagt dein prophet bitte abo magien das ist doch eine lüge ist das doch 5688 sei buchadi 5688 die prophet hat über 100 wunder vorausgesagt was sagst du kannst du mal bitte gucken was steht dort steht mit der abo magien ich habe mich vor dass du kannst einfach bei google eingeben auf sondern dort kommen und dann ist eigentlich so was ist überhaupt 100.com ach du heilige der macht jetzt auch was das für eine quelle die muss so dort kommen ja ist aber ja nutzt auch solche ich habe das gehört ist nicht authentisch die geben die buche buchreferenz ist nicht authentisch ist das kann und dort kommt es sehr sehr schwach mein lieber und das heißt wie sehr sehr schwach das sagt ein abo magien der im tiktok hier oben hängt ich bin wenn du bist auf jeden Fall schon hier ich bin fast nie hier was redest du ja der islam wird sehr winnen ja genau sehr winnen oder denn ich kann auch sagen diese sie haben sowieso in zehn jahren ist sowieso schade ja du wirst bald gechippt werden aber dann auf den hadis ne ich bin doch gerade am besten dass du nur ist danke danke jungs und singen schon wieder ist am essen schon wieder ist am essen der wende ich kann einfach nicht das ist doch nicht normal ist weil es schon sich tausendmal ist der am tag wir haben ja ich kann nichts dafür ich bin halt immer so habe das was ich würde das essen denn hin ich sag mir hätte ich bin ich bei dir sein ich mit den ganzen kühlschrank übernacht aufessen mit ich würde ich mal egal weil ich glaube da muss ich eine ausnahme machen mit bruderliebe gehen wir weg jetzt hier ich muss ausnahmen machen gehen aber dein bruder wie er den kühlschrank gemacht hat in der küche rumgelaufen bin nur am schluss hilft ich habt ihr gehabt ihr nicht genug von schweinefleisch das ist das ist sehr lecker für die leute dass die es was die wollen kann man schweinefleisch sage ich zu dem abonati habe ich gerade gewöhnt wie konnte dein prophet alkohol trinken wie konnte er weintrinken der wein als geschenk bekommen milch und wein was geld nicht und wein als geschenk bekommen wir konnten das haben wir uns oder amir der der stört sich dass die christen schwein essen aber die in saudi arabien trinken kamillen pipi ja nicht nur dass der moment hat gesagt der mohammed hat gesagt wenn eine fliege in dein essen sogar musst du sie nicht rausholen die wissenschaft hat das christian schwein essen aber seine leute trinken das bestätigt man lieber die wissenschaftler mit wissenschaftler wenn ich das schon höre islam und wissenschaft leute aber was denkst du um die ganzen menschen da ist ich da ist ich ja lieber eine schweinshaxe anstatt ich kamel pisse trinke okay aber ich will dass du unter das kamel gehst dein mund öffnest und wenn es dann so pipi macht warte 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 pablos ich will dass er sich auf ich will dass er unter ein kamel geht und wenn es dann pisst dass du dein mund dass du deinen mund aufmachen dass es trinkt macht das wenn das doch wissenschaftlich ist das ist die wissenschaft der prophet sagte wenn ein hausfliege in dein getränk von jemand von euch fällt sollte er ist ein tauch also tauchen in dem getränk und nehmen sie es aus für einen seiner flügel hat eine krankheit und der andere hat die heilung für die krankheit sehr gut das ist natürlich wissenschaftlich vollkommen das hat die wissenschaft bestätigt ja mal was für welche wissenschaftlich das dann gesteht bestätigt der aus der universität saudi arabien oder was sucht man im internet rum die wissenschaft sucht man im internet rum habt ihr das gehört seine quelle sucht im internet mal rum habt ihr das gehört was der typ da sagt der ist die quelle habt ihr einen verstörenderen menschen wie abo margin gesehen abo margin was ist daran kein gegenseitig abo margin was ist daran kein gegenseitig finger so drücken aber manchen nutzt du finger von deinen kollegen sei mal ehrlich schluchst du ihr seid so schwul da steht doch hier das ist normal dass man von kollegen seinen finger lutscht so richtig wie amerikan fein das ist so unglaublich nur weil jesus ein tanker hatte kann ich auch nichts da siehst du jetzt fängt er auf einmal mit jesus oder haben ja guck mal hatte nicht der prophet frauenkleider getragen da gab es natürlich natürlich aber die klamotten von eicher getragen aber warum trinkt ein mann habe die doch mal neben gesehen aber aber ich will dass du diese augen und dann frauenkleider trägt mit der tragen frauenkleider ja 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 und solche von den männern bräuchte von der reise aber erklären wir mal diesen widerspruch frage 1 kann man ein englisch status haben ja oder nein laut islam nein nein ist die bis ein engel oder ein djinn genau recht dazu gesprochen allah hat zu den englern gesprochen und ein befehl gegeben ist die blis jetzt ein engel oder kann allah engl und djinn sich unterscheiden da steht in surah 18 vers 50 die blis war so ein guter diener dass er mit den englern verweinen durfte punkt ich dachte ich dachte es gibt keinen engel status hallo hörst du mir zu oder nicht du hast du einen engel status ich dachte du bist intelligent wird es gibt keinen engel status also wie kann der jetzt sich als engel jetzt hinein etablieren weil er so ein guter diener war dass er mit den engeln sein ja dann gibt es einen engel status enge sind aus licht erst aus feuer rauchlos und ja siehst du also kein status es gibt keinen rang gibt es nicht jeder ist anders so wie die menschen und als wir zu den engel sagten alle hat zu den engel geredet nicht so iblis öfter ich vor allem außer iblis sagt er da warfen sie sich nieder außer iblis da warfen sie sich nieder außer iblis ja okay als wir zu den engel sagten ist jetzt die wiesen engel oder djinn weil er mit den engel sein dass jetzt wie sein engel oder djinn da steht so was das ist doch schwarz auf weiß aber allah zu wen gesprochen zu die engel richtig richtig ja und da sind wieder nein das kann man doch ich habe sie auch erklärt es gibt etwas bezeugt es gibt keinen engel status also kannst du die antwort nicht geben so meint es gibt ihr das heißt engel status physisch gibt es keinen engel status da kannst du das sich als argument nutzen dann sehen wir haben wir sollen uns doch nur vor gott wieder werfen warum jetzt vor eine schöpfung die engel guck mal die engel haben kein freien will im blis hat ein freien will und hat sich widersetzt und was richtig ist eigentlich getan weil alle machen schirr aus dem ließ alle machen was alle machen schirr aus dem ließ das wird sich nur von gott niederwerfen aus respekt zu erde er hat nur zu den engel gesagt warum hat er denn die befehle gegeben also dein gott nieder möchte im ließ zum götzendienst verleiten oder was nein die einzigen götzendiener ist ja klar weil das sind das sind die pimpers dass der allahs fuß in deinem mund gerade ist du bist so ein menschen siehst du jetzt auch wenn ich auch so will siehst du würde allahs fuß in deinem mund bleiben kommst du so krank aber wir sagen wir das ist nicht okay genau du hast doch damit angefangen also okay ich habe eine frage aber welche eine backpfeife gebe hängst du die nächste wange ich werde ich werde mit dir sofort ich werde mit dir schön und back machen auf toni jahres mal guck dir das mal an muss man anders nicht gegen dich mit allahs guck mal muss man an allahs glaube ich suche 226 wirklich nein suche 929 jahren was das denn wo die bilder hat mehr widersprüche und die alter ein koran hat so viele widersprüche ich meine ich meine ich verstehe als muss im eikon schicken ja nein ja man versteht keiner hat gott gesehen nächsten versteht jesus wurde gesehen was ist das menschen vielleicht aber nicht gott wesen einfach allahs schienbein wurde offenbart wie beryl monroe und dann hinkt er noch so alle ist einfach beryl monroe heftig euer gott hinkt so am kreuz wie so ein versager wie so ein loser allah setzt sich auf den thron und dann kommen auf einmal acht afrikaner und tragen allah die afrikaner tragen alles der allah sagt dass acht engel seinen thron tragen und wenn der allah sich da drauf ist dann macht er so klar ja acht engel müssen seinen thron tragen bei euch haben fünf jungen gereicht um euren gott zu kreuzigen erwarte mal aber dieser thron wie wie schwer ist denn dieser thron keine ahnung soll ich das wissen steht doch nicht um die überlieferung sagen dass der so schwer ist dass sogar die engel sich beschweren darüber sagen du bist wohl schwer der thron die engel die engel es gibt engel die weißt du was weißt du eigentlich dass die engel gibt die seit der erschaffung immer noch in der niederwerfung sind ehrlich sind noch am niederwerfen wir sind in der studio in der studio phase richtig ja genau und dann ist es auch acht jahre in der studio phase als er allah hat angebetet hat die drei kürzen aus meckern das wird genau so sein am tag schwingst nicht wirst du zu jesus gehen und da wirst du sagen macht viel sprache für mich er wird sagen meine botschaft und dann so und dann hat er hat er gesagt muhammada das so lange und dann war es das für dich meine da hast du gesehen wie du dir gerade einen knockout gegeben hast wie du nicht weitergegeben hast du tust mir auch leid tut mir auch leid nein jemand der glaubt dass dort ein zuhälter ist der tut uns leid guck mal das ist auch eine schöne geschichte ab und was tut sagt das zu lachen wollte dass ich mich ihm anschließe also machte mir uns auf den weg bis wir einen ort namens kaza war kaza kamen was bedeutet dass er sich weigerte den namen dieses ortes zu erwähnen also plante er dass sich ein wenig hinter ihm bleiben und ein bisschen abstand halten sollte als ob ich das nicht täte würde ich getötet werden und genau das habe ich dann getan dann ging rasulallah eine kleine entfernung voran und er muhammad erwähnte dass es eine zeit mal von menschen und dann bestätigte erfahren die folgende beschreibung dieser menschen inshallah sie sind nackt und ich kann ihre genitalien nicht sehen groß und dünn dann sagt sie kamen und und ritten weiter zeig mal die könne war und weiter so dass das hat schon sehen das hat so lange ließ sie weiter über sich hinweg reisen warte dann sagt abdullah bin masoud weiter sie kamen auch zu mir und drehten sich um mich herum und blieben mir im weg also hatte ich so viel angst vor ihnen dass ich mich zum ersten licht des sonnenaufgangs hinsetzte als sie gingen und dann kam rasulallah und fühlte schwere schmerzen weil sie über ihn geritten sind ich musste das bildlich vorstehen wie die saftverkerl auf einmal reinkommen was für ein Do it, do it, do it now. Kennst du das von der Lippe? Hier, Mohamed hat riesen Schmerzen, weil er vergewaltigt wurde. Was für ein Hurensohn, was ist mit der Hurensohn? Hey, Abunage, Abumage. Guck mal, der hat über am Tag keinen Beweg. Merkst du, der hat überhaupt null benehmt. Null benehmt hat er. Ja, was kann ich dafür, wenn sein Profit vergewaltigt wird? Ey, wo ist hier? So ein asoziales Fall. Der TikTok-Sport nicht vergewaltigt wurde? Nein, nein, sag diesen Satz. Dr. Schick, nicht, dass das Stream gesperrt wird, bitte. Ja, okay. Das war ja nicht nur Jins. Das war auch sein Cousin einmal, einmal sein Onkel. Unglaublich. Ich danke dir, Bruder. Ich danke dir, dass du gesagt hast. Bruder, kein Problem, aber merkt euch immer dieses Lied von LL Cool J. Do it, do it, do it now. Das Lied ist heftig. Ich weiß ja gut, dass damals Virai ging, dieses Lied. Da habe ich immer nur im Rat gesehen, da waren da Leute und die haben dann immer zurückgehört. Und der bringt das aus dem Lied und macht das wieder ein. Natürlich. Der Dr. Schick hat immer für jede passende Situation ein Lied. Hallo, mein lieber Seid. Ja, wie geht's euch? Achemdolli, Jesus. Und ihr? Also, ich würde erst mal zu einer Sache aufrufen, ihr seid ja gläubige Christen und ich bin mir sicher, dass euch in eurer Religion beigebracht wird, respektvoll miteinander umzugehen und auch respektvoll mit anderen Menschen umzugehen und respektvoll mit dem Glauben anderer Menschen umzugehen. Ich würde mich hier nicht hinsetzen und mich über das Christentum lustig machen und was ihr macht, ist hier ein Karnevalsverein. Und das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Mein Menzler, jetzt sag ich dir mal was erstens. Erstens, wenn bei euch solche komische, krankhafte Sachen drin stehen, dann können wir nichts dafür, dass ich darüber lachen muss. Und darüber ist auch zu lachen, weil der Isam einfach nur zum Lachen ist. Eine Katastrophe zum Auslachen. Nicht der Mensch, sondern der Isam selbst. Du kriegst mir persönlich die Meinung haben, die du möchtest. Da rede ich dir nicht rein. Deine Meinung, was ist das denn? Hab die Meinungen, wie meine, die du haben mich. Also erstens kann ich hier... Nein, 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 nein. Mach doch hier ist ein Dialog. Jetzt mach mir ein ernsthaftes Dialog und ich sprich mal da. Ich antworte jetzt mal drauf. Warum haben Afrikaner den geritten? Was ist das denn ein krankes Ding? Weiß, was ich nicht verstehe, wenn ich sei, 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 weiß, was ich nicht verstehe. Du kommst dir rein, machst uns einen Vorwurf, obwohl du genau das, diesen Spiegel auch von Mohammed und Allah, vorhalten kannst. Allah beleidigt uns in fast jeder Sure mit schlimmsten Tiere, Affen, Schweine, sag mal schnell, als Nejis, so Dreck, Müll und alles mögliche. Und dann sehen wir, dass der Prophet, dein Prophet, der Mohammed, selber übelst beleidigt und sagt, geh und beiß in den Pejani als deines Vaters, wenn du stolz bist auf das, was vor dem Islam war. Abu Bakr sagt, geh und beiß in die Klitoris deiner Mama. Und dann hast du noch die Aussagen von Abi Shujeya in seinem Buch, dass man die Seiten der Tora und des Evangeliums rausreißen kann und sie sich als Toilettenpapier benutzen kann. Und du kommst hier hin und sagst, wir haben Respekt vor Religion und Glauben anderer. Also erstens will ich... In was für einer Traumwelt lebst du seit? Also erstens, ich hab dich aussprechen lassen, jetzt kann ich auch ausreden. Bitte. Erstens würde ich, wenn dann Belege und zwar zweifellose Belege für alle diese Aussagen, die du eben für alle diese Zitate, die du eben gemacht hast, haben, in erster Linie. Aber in zweiter Linie, selbst wenn sie stimmen, heißt es ja nicht, dass man Feuer mit Feuer bekämpfen muss. Oder ihr müsst auch mit gutem Beispiel vorangehen. Nein, das ist die eine Sache. Warte mal, Pavlos. Das ist die eine Sache, Seid. Das ist die eine Sache. Aber du bist hier reingekommen und hast uns einen Vorwurf gemacht nach dem Motto, wir Muslime machen sowas auf keinen Fall. Wo ist denn euer Respekt so nach dem Motto? Ja, wir haben gar keinen Respekt. Auf einmal sehen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dein Prophet beleidigt, dein Gott beleidigt und die gesamten Gelehrten sagen, der ist, der das Christentum und das Judentum darf beleidigt werden. Also was machen wir denn jetzt? Und wiederum ist ja geschrieben in der Heiligen Schrift, die Bibel. So heftig. Der Prophet hat sich über einen falschen Propheten lustig gemacht und hat es denen auch gesagt, wo ist dein Gott? Schläft jetzt dein Gott? Und dann hat er sich kaputt gedacht darüber. Weil, weil man bei so was auch auslachen darf, weil das ist ja ein falscher Gott. Es gibt Passagen in der Bibel, ich habe ein paar, also ich habe nicht viel von der Bibel gesehen, da gebe ich hierzu, aber es gibt Passagen, die ich gesehen habe, die sind genauso in meinen Augen verachtungswürdig. Und, äh, Lech, also... Ja, wer wollte es denn verachtungswürdig? Zeit, jetzt bin ich mal geschmackt. Er sagt auch, das heißt, sein Koran ist verachtungswürdig. Habst du gehört? Nein, nein. Auch verachtungswürdig. Ich habe gesagt, weil das für euch verachtungswürdig. Nein, du hast gesagt auch, dass wir auch Dinge geben, die... Der Koran ist auch verachtungswürdig, aber euer Buch ist auch verachtungswürdig. Nein, 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 nein. Das ist in meinen Augen nicht. In euren Augen ist er das. Und ich habe gemeint, dass es für mich in der Bibel auch solche Passagen gibt. Für mich. Ja, was heißt denn auch? Auch heißt, dass dein Koran blöd ist und unsere Bibel dann blöd ist, oder wie? Nein, nein. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Lücke hast oder sowas. Wenn ich sage, auch meine ich in dem Fall, dass für euch im Koran solche Dinge drin sind, für mich auf keinen Fall. Und für mich sind in der Bibel solche Dinge drin. Für euch auf keinen Fall. Ja, das ist richtig, dass Allah sündigt. Also, guck mal, wenn du hier solche Sachen himmachst, ist das das Letzte, was ich vertaue. So, du hast eben... Mein Bester, komm rein und sprich mal Tafelis. Komm, wir reden doch mit Ruhe mit. Deswegen ist das da lang. Wir sind doch so wahnsinnig. Darf ich auch, wenn du erst mal... So, du hast es eben gesagt. Du hast gar nicht geredet. Du gehst doch immer raus. Komm wieder rein, ey. Bitte? Ja, jetzt höre ich dich. Ach so, wenn man aus der App rausgeht, hört man mich nicht mehr. Das wusste ich nicht, sorry. Also, wo denn... Wie gesagt, wenn du hier solche Quellen im Hintergrund angibst, dann ist das für mich nicht glaubwürdig, weil ich eben schon was überprüft habe und das nicht so war, wie es in deinem Hintergrund stand. Okay, dann liest du doch vor. Vers 256, meinst du, dass da drin steht, dass man nicht an Allah glauben muss. Das ist absoluter Unsinn. Was sagst du? Ja, da steht doch nur Salih al-Bukhari und da steht da zwei Worte. Der ist bestimmt länger als zwei Worte. Ich bin fertig mit der Liebste. Ja, Bukhari 6614, die Quellenangabe. Ja, okay, aber der Hadith ist doch bestimmt länger. Ja, der möchte ja, dass du ihn liest. Lies den doch auch. Du meinst, ich soll den jetzt raussuchen oder was? Ja, genau, du kannst das in Google aufschlagen, gibst du einfach ein Bukhari 6614 und dann schaust du mal, dass es nicht Adams Schuld war, der gesündigt hat, sondern Allah ihn dazu verleiht. Ja, genau, die ist ein Maschinen für dich. Boah, ich höre dich ja sowieso nicht. Du kannst das für dich selbst erschöpfen. Damit hat der Mohammed die ganze gesamte Religion eigentlich ruiniert. Heftig. Ja, aber das ist das, ihr Lieben. Das ist das, wenn die Muslime immer zu euch sagen, ja, warum seid ihr denn nicht respektvoll gegenüber unserer Religion? Aber haben den kompletten Wahnsinn in ihren eigenen Schriften stehen. Das ist so Doppelmoral, das ist so krank. Lasst euch da überhaupt nicht einschüchtern oder irgendwie in eine Ecke drängen. Ihr könnt sofort den Spiegel zurückhalten und sagen, ey, warte mal, dein Gott beleidigt in fast jeder Passage. Der Mohammed hat die ganze Quraysh weggeschlachtet, hat alle beleidigt und gesagt, dass man von uns Jizzier nehmen soll und so. Ist das denn? Lasst euch da bloß nicht in irgendeine Ecke drängen. Das ist genau die Taktik. Guck mal, und das Ding ist, ne? Erstens, jeder Mensch ist mal fleischig, ja? Auch wir. Das ist ganz normal. Aber wir haben jetzt nicht eine ganz andere Art übertrieben, sondern wir haben jetzt wirklich gezeigt, wie es da drin steht. Und das ist wirklich zum Lachen. Was ist das denn? Afrikaner ritt den Off-Prophet. Was ist das? Also ich habe eben... Achso, 661, okay, Moment. Ja, 661. Das ist doch wirklich zum Lachen, wenn ich das schon sehe, ehrlich. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, es gibt einen Kirchenvater oder irgendeinen Priester, der gesagt hat, man kann sich die Seiten des Korans rausreißen und als Toilettenpapier benutzen. Was meinst du, wie empört die Muslime wären? Die wären auf Straße gewesen. Die wären morgen, dann hätten die Kirchen angezündet. Aber die Muslime, die sagen nichts für ihre eigene muslimische Grüger und Schwester. Ey, was soll das? Was ist das hier? Ja, genau. Das ist so heuchlerisch. Also ich habe mir eben den Hadith durchgelesen und ich sehe da nirgendwo, dass Allah sündigt. Also ich weiß nicht. Steht da drin, dass Adam, guck mal, Musa hat zu Adam gesagt, wegen dir sind wir aus dem Garten eben rausgeschmissen worden. Adam sagt dann zu Musa, was beschuldigst du mich, was Allah vor meiner Erschaffung 40 Jahre zuvor entschieden hat? Stimmt das? Ja, okay, aber... Ja, starrst du drin, okay. Was heißt das denn? Wen hat er dann beschuldigt, wenn er sagt, was beschuldigst du mich? Ja, okay, aber das heißt, Menschen machen Fehler. Das beschuldigst du mich. Ja, nein. Ich habe nicht den Keks aus der Keksdose geklaut. Wer hat denn das gesagt? Seid, hatte der Adam freien Willen? Antworten. Seid, hatte der Adam freien Willen oder hat Allah ihm den freien Willen genommen und ihn sündigen lassen? Nein, guck mal. Der Mensch hat einen freien Willen und ist für seine Sünden verantwortlich. Danke schön, da hast du jetzt gerade widersprochen. Nein, er sagt zu Moses, doch, Moses sagt zu Adam, wegen dir sind wir aus dem Paradies geschmissen. Adam argumentiert und macht ihn fertig. Denn Moses sagt, warum machst du mich für etwas an, wofür ich gar nichts kann, was Allah schon für mich bestimmt hat, dass ich es machen muss. Ich hatte gar keine andere Wahl. Aber weil Adam es sagt, heißt es ja nicht, dass es Gesetz sein muss. Wie gesagt, der Mensch macht Fehler. Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat jetzt gesündigt? War es Adams Wille oder Allas Wille? Es war immer noch Adams Wille, aber es ist kein Widerspruch. Falsch. Falsch. Das war der Wille von Allah, der ihn sündigen hat lassen. Bei uns in der Bibel heißt es, dass Adam und Eva von selbst aus sich haben verführen lassen. Bei euch im Koran ist das eine pervertierte Version und man sieht, dass Allah eigentlich derjenige ist, der Adam sündigen hat lassen. Deswegen sagt auch Allah, wenn ihr nicht sündigt, würde ich euch von der Erde austilgen und euch durch eine andere Menschheit ersetzen, die von morgens bis abends sündigt und mich um Vergebung fragt. Ist das Gott? Und wiederum, die Glauben daran, in Zayah 6, 6, 1, 2 steht sogar drin, dass du sogar den Ehebruch begeben musst, genau wie in Zayah Muslim, das ist genau so drin steht. 26, 57 B müsste das sein. Also ich kann dir jetzt mit Siegel versichern, dass nirgendwo steht, dass du den Ehebruch vergeben begeben musst. Okay, du holst diesen halt raus. Warte, ich gebe dir den. 6, 6, 6, 1, 3, ist zu gesagt. Mach mal erst mal Zayah 6, 6, 1, 2 und den Zayah Muslim gebe ich noch dazu. Lies erst mal für dich den vor. Und jetzt, jetzt gebe ich dir den anderen. Wo sogar Worms wirklich drin steht, du musst den Ehebruch beginnen als Mann. Genau, Zayah Bukhali, 26, 57 B. Boah, hab ich noch richtig gesagt. Habe ich nicht gedacht. 6, 6, 1, 2. Ja. Guck mal, ich lese erst mal meins vor. Zayah Muslim, 26, 57 B. Abu Huraira berichtete, dass Salahs Apostel Muhammad sagte, wahrlich, Allah hat genau den Grad des Ehebruchs festgelegt, dem ein Mann nachgeben darf und den er zwangsläufig begehen muss. Der Ehebruch des Auges ist der lüstere Blick und der Ehebruch der Zunge ist die zügellose Rede, die das Herz begehrt und sehnt. Und die Körperteile in der Tat umsetzen können oder nicht. So, und da steht in Zayah Muslim 26, 57 B. Und Zayah Bukhali 66, 1, 2 steht wiederum geschrieben, genauso ähnlich wie das. Aber hier steht sogar wortwörtlich begehen muss. Was sagst du dazu? Zayah Muslim, welcher war das? Ich würde das gerne selber nachdenken. Zayah 27, 57 B. Eigentlich müsste Brüder Arni, ein Muslim hat das geschafft, wegen dem Hadith in Islam rauszugehen. Ich habe gesagt, das ist ja ganz klar, allein Sünder hat er gesagt. Nein, der Islam hat er dann direkt verlassen. Muss ja nicht eigentlich jeder wach werden. Wieso haben die so viel stolz? Ja, und daran merken wir, dass er eigentlich die alte Schlange aus dem Paradies ist, die Gott, der Herr geschaffen hat. Die Listige. Darauf würde ich mal hören, was Annes Islam einmal dazu sagt. Entschuldigung, 26, 15 B war das? 26, 57 B. 57, okay, ja, so. 26, 57 B. B, ne? Buchstabe B wie Werter. Genau, guck mal, Alexa Zass sagt, stolz ist Sünder, hat sie absolut recht. Und Allah sagt, er ist der Stolze. Allah ist also ein Sünder. Zure 955 Vers 23. Woher kommt denn der Stolz? Ja, von Hochmythen, von Hochmut. Genau, und wer hat den ersten Hochmut gehabt in der ganzen Geschichte? Ja, genau, der Lucifer, der war hochmütig. Ja, genau. Genau, er ist stolz, das ist eine Eigenschaft des Teufels. Stolz, Hochmut, arrogant, und das sind so Eigenschaften, mit denen Allah sich ja selbst beschreibt. Al-Mutakabir ist einer der 99 Namen Allahs, der Stolze, der Arrogante. Und dann heißt es, dass der Allah sogar den Stolzen hasst. Und ich kenne das nicht, dass die Bibel so etwas sagt von Gott. Heftig. Gott widersteht den Stolzen und Hochmütigen. Den Demütigen zeigt der Reue. Verstehst du? Amen. Danke, mein Bestes. Danke. Heftig, ne? Ja, das ist natürlich heftig. Und das ist ja die krasse Geschichte. Wir sehen immer wieder, wir sehen immer wieder, dass Gott sich an seine eigene Regel nimmt, dass Allah sich überhaupt an nichts hält und sogar die Sünde noch macht. Allah ist ein Häuschler. So, Seid, antworte jetzt. Am Ende ist ja erklärt, was gemeint ist. Also, es ist nicht das Ehebuch, also du musst Ehebuch begehen, sondern er sagt ja am Ende, er sagt ja am Ende mit der Zunge, mit der Zunge, also dass man etwas ausspricht und mit dem Blick, dass man, bitte? Ja, da hat er erklärt, was Ebro ist. Seid, hör auf jetzt damit. Da steht drinnen, du musst die Sünde begehen. Nein, es steht nicht so, dass die Sünde begehen. Es gibt ja verschiedene Bestufungen der Sünde. Du kannst über eine Sünde nachdenken. Über eine Sünde nachdenken. Erstmal stupe mit. Mein Bester, hör auf jetzt damit. Da steht, du musst diese Sünde begehen. Hör auf damit. So ein Wider. Ihr Islam hasse häufig macht, es einzelne Worte rauszupicken und diese dann als zweifelose Wahrheit hinzustellen. Ich habe es dir gerade vorgelesen, hat dich gar nicht interessiert. Wie kann man so stolz sein? Wie geht das? Wie geht das, ey? Hallo. Ja. Also, Moment. Ich kam doch jetzt gerade mit verachtenden, also dass bei uns im Koran so viel Verachtendes drinsteht, ne? Ich habe gerade darüber diskutiert oder nicht? Ich habe jetzt zwar nicht alles gehört, aber am Anfang habt ihr doch über das Verachtende diskutiert. Hier Thema ist, warum hat Allah gesündigt? Das ist das Thema. Allah hat nicht gesündigt. Allah kann nicht sündigen. Das ist falsch. Und wenn ich jetzt die Beweise verlesse, weißt du den Islam? Gib mir einen Beweis, dass Allah sündigt. Sag ja, Buchanit 6614. Ah, dann gibt Allah die Schuld, dass er gesündigt hat. Was heißt das? Allah hat dann gesündigt, weil du keinen freien Wehen hast, also zwing dich Allah, dass du sündig gehst. Sag ich zu Khadi. Hier steht das drin, mein Bester da. Ja, ich habe es gesehen, Alter. Lies mal doch mal. Kannst du laut lesen? Das ist auf Englisch wieder. Ich habe das Deutsch nicht. Da steht da drin, das hat Adam gesagt, was beschuldigst du mich? Was Allah vor meiner Schaffung? Da steht jetzt drin, dass Adam und Moses auf jeden Fall eine Diskussion zueinander hat. Er hat auch gesagt, Adam, wegen diesem Moskaten ihn rausgeschmissen. Adam antwortete, was beschuldigst du mich und was Allah vor meiner Schaffung entschieden hat, 40 Jahre zuvor. Ja. Und wo soll das jetzt sein, dass Allah gesündigt hat? Was heißt das denn, wenn Adam sagt, was beschuldigst du mich? Wen gibt Adam gerade die Schuld? Komm, du kannst nachdenken, mein Bester. Allah favorit you with his talk. Kannst du auch nachdenken, mein Bester. Wem beschuldigt Adam? Nicht Adam. Nee, der beschuldigt gerade den Affen. Ja, jetzt abgesehen davon, ich wollte eigentlich wegen was anderes kommen. Bro, nein. Dior, Dior. Also wir können keine Sünde begangen haben, weil das nicht geht, Bro. Dior, ist der Engel Gabriel, ist der überhaupt ein Engel oder was ist der? Jibril ist ein Engel, ja, hast du recht. Du bist der Heilige Geist? Der Heilige Geist? In Islam, ja. Wer soll der Heilige Geist sein, ne? Der Koran erwähnt ja den Heiligen Geist, wer ist der Heilige Geist? Wo erwähnt der Koran den Heiligen Geist? Alle Tippen. Danke ich dir. Alle Tippen. Einfach eingeben. Alle folgen, alle tippen und folgt alle Bruder Amir und folgt alle dem Bruder Deni, bitte. Alle folgen hier. Pavlos. Ja? Ich wollte eigentlich mit einem Bibelferst dich fragen, was damit gemeint ist. Du musst erst mit dein Islam ankommen, bevor du Angriffe startest. Nein. Ihr seid doch Christen und ich wollte doch sicherlich, dass ich die Leute des Wissens von den Christen frage, oder nicht? Hier, guck mal. Danke, Don. Die, 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 schlag mal bitte es so 16 Vers 102 auf. Ja, warte. Vers 102, warte. Sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben zu festigen und als Rechtsleitung und Frohbotschaft für die Alleregenheit. Warum beleidigt der mal den Heiligen Geist, wenn er selber bei euch in der Koran zu finden ist? Ich bin mir sicher, dass mit dem Heiligen Geist nicht euer Heiliger Geist gemeint ist. Upsi. Ziemlich sicher. Upsi, wir haben ein Problem. Muslime haben keine Ahnung von ihrer Religion. Ja, das ist das Heftige. Und wenn du zum Beispiel zur Sura 47 Vers 4 gehst, dann siehst du, dass sogar unter den Engeln und dem Heiligen Geist unterschieden wird, weil Muslime sich schämen und sagen, ja, mit dem Heiligen Geist ist Engel Gabriel gemeint. Aber da wird klar unterschieden. Lies mal bitte Sura 97 Vers 4. Der Koran ist ein Riesenwitz, Diyar, das glaubst du nicht. Das stimmt nicht. Der Koran ist das einzige, wenn ich dir sage, was ich herausgefunden habe. Du würdest kotzen, du würdest kotzen, du würdest einmal holen und sagen, okay, Doktor Sheik, ich habe begriffen, okay, abgeschnitte DIP, INS mit Toten, mit Tieren, okay, ich habe begriffen, ich muss andere warnen. Okay, was? Welche Suche jetzt? 97 Vers 4. Ja, damit ist halt Jibril gemeint, mit dem Heiligen Geist. Achso, der ist jetzt auf einmal der Heilige Geist. Frieden, ja, das kann halt nur Jibril sein, jetzt im Nachhinein. Das kann nur Jibril sein, aber wieso wird da unterschieden zwischen Engel und Geist? Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Sorry, es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres... Aha, siehst du, die Engel und der Geist. Siehst du, also kann Jibril niemals der Heilige Geist sein, hier stimmt etwas nicht. Weißt du eigentlich, dass ihr sogar eine Dreieinigkeit habt? Diyad. Du bist zu jedem Vers den Tafsir dazu, aber dazu nicht. Diyad, Diyad. Okay, möchtest du den Tafsir zu Zorra 2 Vers 1 lesen? Da kriegst du Schock. Nein, warum lest du nicht den Tafsir von Zorra 97 Vers 1? Warum denn nicht? Diyad, komm, hör auf mit dem Quatsch. Möchtest du wissen, ob ihr die Dreieinigkeit in eurem Koran habt? Bro, haben wir dich. Okay, schlag mal mit der Zorra 2 Vers 1. Okay, danach kannst du deine Frage stellen, danach sind wir durch. Zorra 2 Vers 1. Lies uns mal bitte durch. Lies uns mal bitte vor. Zorra 2 Vers 1. Zorra 2 Vers 1. Ja. Ale, Flamim. Und jetzt? Ja, genau. Was bedeutet das? Das weiß ich nicht. Ja, wie, du weißt das nicht? Weiß ich nicht. Es kommt ja das... Also, warte, warte bitte. Also, Allah setzt einfach drei Buchstaben, oder sechs, sieben Buchstaben da rein und keiner weiß, was das ist. Weiß ich nicht. Möchtest du herausfinden, was das bedeutet? Alif, Lam, Mim. Hau raus. Ja, geh mal bitte auf Tafsir ibn Abbas und schau mal nach, was das bedeutet. Diyar. Ja. Tafsir ibn Abbas bitte aufschlagen. Und zwar? Alef steht für Allah, Lam steht für Mohammed und Mim steht für Gabriel. Hälf dich. Ja, und jetzt? Ihr habt drei Einigkeiten. Also Allah, Jibril und Mohammed in einem Atemzug? Ich denke mal, das ist so, weil halt, das ist die Botschaft Allahs und die ist gekommen durch Jibril und ist angekommen zu und zu. Also hat Allah ein Partner, also hat Allah ein Partner, der reiht sie mit ihnen in einer Reihe ein? Hä? Die Offenbarung ist ja durch Jibril und ist angekommen. Das habe ich nicht gesagt. Du siehst, dass Allah sich einreiht mit Jibril und Allah, äh, mit Jibril und Mohammed. GmbH steht hier. Wenn ich zu dir sage, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dann sagst du, ihr habt, wenn ich zu dir sage, Vater, Sohn, Heiliger Geist, würdest du sofort sagen, ihr habt doch drei Götter. Das ist nicht ein Gott, das sind drei Götter. Siehst du, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die haben sich in eine Reihe miteinander eingereiht, dass die so eine Einheit bilden, sozusagen. Und was ist dann mit sowas? Das ist einfach, was ich jetzt gerade erzählt habe. Also das ist einfach, was du gerade erzählt hast, ne? Ja, das ist jetzt hier. Die Offenbarung durch Jibril gekommen ist von Allah zu Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Ja, genau. Und was sind? Ja, ganz witzig. Und du siehst, du siehst, dass dieses Alif Lamim bedeutet Allah, Mohammed und Jibril. Aber das ist jetzt Tafsir, oder? Ja, du wolltest ja Tafsir. Ja, genau. Das ist jetzt die Auslegung von Ibn Abbas. Ja, genau. Du weißt ja gar nicht, was Alif Lamim bedeutet. Genau. Und ich glaube auch, dass man das nicht weiß bis heute, oder nicht? Ja, der Cousin von deinem Prophet erklärt es uns doch. Der Hodgeh Zul Islam. Ja, seine Auslegung. Also der hat keine Ahnung, wie man den Koran interpretiert. der ist natürlich auf meinen Kopf. Ja, seine Schuhe auf meinen Kopf ist das. Siehst du? Ja, wie gut, dass du ihn erhöhst, weil er sagt doch, dass du mit Kindern heiraten kannst, eben Abbas. Ja, was ist tatsächlich das hier? Was wolltest du gerade sagen? Was ist daran so schlimm? Du ekelhafter, hast dich doch schnell korrigiert, ne? Früher, früher habe ich das gemeint, nicht heute. Natürlich, was ist daran so schlimm? Habt ihr gerade gehört? natürlich, früher, in eurem Parlament, alle. Das ist der Zeitlos gültiges Buch deines Gottes, was erzählt, oder das ist die Scheidung. Es gibt Allah, sagt ihr, von wem du die Scheiden lassen kannst. Ist die Zeit entstanden? Nein, das ist ein allgemein gültiger Ferse auch auftreffen, natürlich. Okay, kein Problem. Der Allah sagt dir doch, von wem du dich scheiden lassen darfst. Das ist doch allgemein gültig. Oder ist es möglich? Weil es ist auch für die heutige Zeit gilt auch, ne? Natürlich, die Scheidung gilt ja auch für die heutige Zeit, oder war das nur für damals? Ja. Okay, ich danke dir für den ganzen Herzen. für Kamiluri. Danke dir. Darf ich jetzt meine Frage stellen? Ja, darfst du. Okay, jetzt. Das Lieblingslied von Pablos. Das ist ein neue Lieblingslied, Pablos. Ja, ich bin hier. Warum steht in 1. Mose 19? Ich bin ja auch mit Armin, das ist, aber er konnte mir keine Antwort geben. Warum denn nicht? Warum steht in 1. Mose 19, dass Loth seine zwei Töchter geschwingert hat? Das kann doch nicht wahr. Ist es dir nicht verachtet? Ich habe alles erwartet. Ich habe alles erwartet. In einem Buch, das ist immer das. Ich erkläre es dir jetzt ein einziges Mal. Spitz deine Öhrchen. Spitz deine Öhrchen. Loth ist ein Mensch. Loth ist kein Prophet. Loth hat gesündigt. Gott hat es bestraft, diese Sünde. Und da sind zwei Kinder entstanden. Das waren die größten Feinde Israels auch noch. Die Ammoniter und Kanoniter. Hethiter, Kanoniter, alles. Und da sehen wir ganz klar, das hat Gott verurteilt. Das war kein Gottesbefehl. Denn Mose hat nur die Geschichte aufgeschrieben, was passiert ist, was eine Sünde die begangen haben. Ende. Hast du das verstanden? Noch nicht, ne? Also du verstehst nicht, dass Gott eine Geschichte erzählt, außerhalb seines Befehles, dass diese Töchter gesündigt haben und Loth mit seinen Töchtern gesündigt hat, obwohl Gott ihnen das niemals befohlen hat. Also eine Geschichte, ich verstehe nicht, warum das in einem Buch draufstehen sollte, das mit Nächstenliebe zu tun hat. Das ist so eine Abscheulung. Hat dein Buch irgendwas mit Nächstenliebe zu tun? Diese Geschichte. Die hat die Bibel angespuckt. Habt ihr das gesehen? Ja, ich habe auf diesen Vers angespuckt, weil das ist auch... Ja, also auf die Bibel. Also auf die Bibel. Ja, spuck dich nicht auf diesen Vers. Also bevorzugst du Leute, die in ihren Künstlern zu kommen. Ja, der ist dämonisch besessen. 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 Das war die Besesseheit. Das hat mir gesagt, dass wir nicht besessen müssen. Das ist dämonisch. Unfassbar. Oder haben wir unfassbar. Wahnsinn. Möge der Ihnen vergeben. Unfassbar. Warum sind die so? Es geht um ihr ewiges Leben, euer Leben, in Ewigkeit und ihr seid so. Hallo. Gott ist irgendwie, ja, ich wollte fragen, in welchem hat dies, ich sehe das nochmal, wo Mohammed mit seiner Tante geschlafen hat. Welcher hat mich war das? Ich weiß, dass ich... Warte, warte, warte. Oder an mir. Mit der Tante kennst du auswendig. Oder meinst du die SSX-Sklavin, die ich gezeigt habe heute? Ich habe jetzt keine Lust aufzustellen, um das Buch zu suchen. Habe ich keinen Nerviert. Also mit seiner Tante, die im Grab war, die gestorben war. Ja, genau. Das ist... Das ist die Fatima bin Assad, heißt die, glaube ich. Das ist die Mutter von Ali. Und so das hier. Die Nekrophilie. Nee, warte, das war erst klar, warte. Ich habe das falsch ausgut. Achso, hier, Jesus ist Gott, hat das schon. Kansal, Omal, Band 13, Seite 13. Sehr gut. Okay, sehr schön. Und hier ist auch noch ein Mann. Guck dir das an, Bruder Amir. Das ist Sahih Al-Bukhari 1, 2, 8. Du musst aufpassen. Du musst aufpassen. Das liest sich ganz anders, wie wir das verstehen. Du musst das nicht verwenden. Es gibt andere Aussagen, die viel, viel besser sind. Und der Jesus put first, Jesus is God, oder der hat das in den Kommentaren für euch geschrieben. Kansal, Omal, 37.611 und auch nochmal Kansal, Omal, Band 13, Seite 13. Da wird richtig darauf eingegangen. Hier, Bruder Amir, extra für dich, Stahlhard. Was ist das denn für ein Zeugs? Stahlhard. Hallo. Ich habe nur eine Frage. Ex-Muslim. Ja, mein Bester. Mein Bester. Ich suche diesen Vers gerade, wo steht, dass man Mohammed anbeten soll. Du hast ja einmal so einen Widerspruch scheinbar entdeckt. Ich wollte mir mal angucken. Ich habe vergessen, welcher Vers das war. Sura 46, Vers 31. Meinst du, wo er Sünden vergibt? Ja, Sura 46, Vers 31. Aber du siehst, dass du interpretierst das so, Nein, nein. Es liest sich ja raus. Also hörst du das doch. Du liest das da raus. Sura 46, Vers 1 durch unsere Folge. Er hört Allahs Rufa und Glauben. Nein, so vergibt dir. Allahs Rufa ist dann der Prophet, oder wie? Genau, Allahs Rufa ist der Prophet. Und dann ist das ein durchgehender Satz. Ja, stimmt. Okay, du hast recht. Ich wollte nur, ich wollte kurz den Kollegen zeigen. Bis gleich. Tschau. Stahl hart. Ja, Dr. Scheich, aber mir hilft allen. Keine Sorge. Wir zerstören den Islam gemeinsam. Und dann irgendwann so. Heftig, nur noch dieses Lied. Du hast wieder dieses Lied Hype gegeben, ehrlich. Ja, das will ich auch noch sagen. Das ist ausgestopfen und du hast ihn wieder auf eins gebracht. Was meint ihr, was wir für eine Detonation hier in Deutschland ausgelöst haben, Österreich und Schweiz? Wisst ihr, was das für Wellen schlägt? Ex-Katholik, was bist du jetzt? Ein wiedergeborener Christ. Ich bin kein orthodox Gehörer. Keine Religion hat. Ein wiedergeborener Christ. Nur die Bibel allein. Und das betrugen diese Brüder auch. Schaut euch mal die Videos an und ihr kriegt eure Antwort. Oh nein. Abo. Oder an, wer hast du Kraft? Für wen? Hier, den. Wenn du allein sagst, ich würde runter. Ach du Heilige. Das meinst du ernst, ne? Ich habe eine Frage, Abou Majin. Hat Isa Mohammed Rassallallah gesagt? Guck mal, Jungs. Am besten macht die Shahada und geht beten. Ja, ich will die Shahada machen, wie Isa es gemacht hat. Hast du heute Lashar schon gebetet? Wie hat Isa gemacht? Wie hat Isa die Shahada ausgesprochen? Isa alles selbst ist doch selber Prophet. Ja, wie hat er denn die Shahada ausgesprochen? Guck dir die Behinderung der Christen an. Ja, wie hat er denn die Shahada ausgesprochen, wenn Moses ein Prophet war? Wie hat er das gemacht? Die sind doch selber Propheten. Ja, aber die sind doch Muslime, oder nicht? Ja, du, Idi. Ja. Ist das ein Trottel, der Typ? Der ist so behemmend. Das war ja auch Alkohol nicht verboten. Oh mein Gott, hast du gesehen, wie der gerade Durchfall in deinem Gehirn hatte? Habt ihr das gerade gesehen? Ja, Durchfall in deinem Gehirn. Weil du sagst, wie hat er die Shahada ausgesprochen? La ilaha illallah, und man ist Muslim, oder muss man sagen, Rasulallah, noch dazu? Meinst du, die Leute, die jetzt wohnen, oder? In dieser Zeit? Nein, ich gehe von Israel. Was, wie werde ich, wie werde ich ein Muslim? Was muss ich als erstes tun? Muss ich dir jetzt nicht beantworten. Ja, weil du ein Jahel bist, deswegen, geh lieber raus und blamier dich nicht mit deinem Durchfall. Nicht schwach angefangen. Schlaf, schnell raus. Siehst du, was für ein, da lacht er sich tot, und dann hat er auf einmal gemerkt, dass der nur Blödsinn erzählt, der Typ. Heftig, ne? Wie der sich selber zerstört. Ich glaube, er liegt im Bett, oder er liegt im Bett und hört nur diesen Song. Der Traum macht er davon. Du, Arme, du kennst doch GTA 5, oder? Das kann doch nicht sein. Ja, ich kenne GTA 5. Kennst du auch Trevor? Ich kenne NoGaver. Kann ich dir was zeigen von Trevor? Er hat er jetzt rumgeschrieben. Trevor Scott? Das kann nicht wahr sein, er ist nicht so. Die haben GTA anscheinend so gemoddet, dass da jemand, die wie Schade oder sowas ausspricht. Bruder, kannst du mich ganz kurz Kamera machen? Ich muss was zeigen. Ich mache jetzt Essen, was leckeres. Hast du wieder Essen? Hast du wieder Essen? Warte. Das ist nicht normal, ne? Jetzt gibt es einen kleinen Nachtisch. Guck mal, das hier. Das ist nicht normal. Kleiner Nachtisch, das hier noch. Ein Power-Riegel auch. Und danach? Warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Das esse ich jetzt alles auf, Armin. Das ist alles hier. Das hier. Dir geht es richtig gut, Dennis. Das hier, also die Bananen hier. Alle Bananen werden aufgegessen. Glaub mir, wenn Essen klappt, heißt es, ne? Der ist direkt, ne? Böte deine Zunge, Fablos. Böte deine Zunge. Und das hier, Armin, das vom Schlafen dann nochmal. Das kleine hier, für den Magen. Ah, Zwiebel. Okay, für den Magen, ne? Ja, das ist für den Magen, dann wird er sich beruhigt wieder. Jetzt weiß ich, warum du Schmerzen hast. Jetzt weiß ich das. Du friehst dich so voll, ne? Dein Magen geht ja gar nicht mehr aus. Unglaublich. Ich kann nichts dafür. Das ist halt so, ne? Das ist so heftig, ey. Unnormal. Ja. Was meinst du, warum die mich aus der Gemeinde geschnissen haben? Wegen Kaffee und Kuchen. Ja, ne? Du hast alles weggefressen. Jetzt sagen die, jetzt kommt Kaffee, Kuchen. Und dann, oh, Entschuldigung, ne? Auf einer Brüste, Kaffee, Kuchen. Was ist denn? Oh, der Heilige. Das ist so eine schreckliche Magen. Ich normal, ne? So schrecklich. Das hört sich so an wie Teletubbies auf Crack oder sowas, ne? Habt ihr dieses komische Stimme von dem? Als wenn, die Teletubbies hätten sich ein Geroch wegen Legalisierung von Crack. Tiktok sportlich, Bruder Army, bitte. Entschuldigung, Tiktok, äh, mordlich. Tiktok, mordlich. Tiktok, ordentlich. Oh, oh. Ne? Ich glaube, ich werde jetzt gleich gesperrt. Warte mal, ich habe hier jemanden hochgeholt, jetzt sieht man den nicht mehr. Ja, toll, ne? So, was ist das? Und hat sich reingeggt. Ich möchte nicht alle sehen, Paffee. Warte, ich muss den immer sehen, dann block ich den einfach. Da ist irgendwas mit Mozeus oder so. Mozeus. Ja, das ist, ich habe den angenommen. Haben die bei euch drin? Da haben die auch schon hier drin, ne? Ne, der Hansi, der traut sich überhaupt nicht. Aber der sagt immer, die so gut verpurt. Der ist so besessen von mir, überall, egal wo ich drinne bin. Ob ich, wenn ich so beantwortlich bei Muslimen drinne bin, der ist sofort da, ne? Ja. Der Joker nutzt jetzt schon mein Gesicht als Hintergrundbild, ne? Weil er gemerkt hat, er wurde auch nochmal wieder dick nebenbei. Ja, aber Bruder Amir, der hat doch den Islam verkauft für seine Schweiz da, für seine Alpen da, damit er da gut leben kann. In Österreich. Ja, der kommt ja aus Österreich. Ja, Österreich. Ja, wie peinlich. Um ein wenig Aufmerksamkeit zu erregen, benutze das Bild von uns oder von allen von uns, ne? Ich würde mich so schämen in Grund und Boden, so. Unglaublich. Das ist wirklich umfassbar, ne? Der nimmt immer mein Bild als Gesicht und dann nimmt er dich als Gesicht und so weiter. Aber siehst du auch von der positiven Seite, so bleibst du auch immer im Gespräch, wenn die Muslime immer dein Gesicht sehen. Ist das nicht heftig? Hat es positive und negative? Ja, hast auch wieder recht, ne? Ja, ne, das kann zum Vorteil sogar sein, weil die immer wissen wollen, was du machst, ne? Also die werden immer an dich erinnert. Aber der Rafter ist ja nicht, der Typ. Aber weißt du, was ich auch so heftig finde? Die haben jetzt auch von einem anderen Christen, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, da haben die die Tochter und die Mutter als Profilbild genommen und dann so erniedrigt, ne? Das musst du dir mal geben, Armin. Ja, oder Armin, das ist ekelhaft, wirklich, das ist eine ekelhafte Charaktere. Du meinst, wie dämonisch besessen musst du sein, dass du da die Tochter und die Mutter da als Profilbild und dann so als, das ist so krank, ne? Das ist so dämonisch besessen. Ja, wenn du in einer gleichstich wird, ne? Dann sagen die, guckt euch das mal. Ja, natürlich, klar. Die wollen das noch. Mozeus, Gottes Segen, was liegt auf dein Herz? Gottes Segen, meine Lieben, ich wollte vorhin, ich wollte vorhin eigentlich rauf, wo der Dian noch da war. Das ist der gute Mann, der hier Aufopferungen mit Selbstmord nicht unterscheiden kann. Ja, genau, das ist krank. Das ist so krank. Heute war wieder viel zu viel für mich. Ich brauche echt Urlaub im Ganzen. Die Leute sitzen alle zu Hause. Ich reg mich über diesen ganzen Wahnsinn auf. Und die lachen sich alle kaputt hier. Die haben es gut. Ich wünsche, ich könnte auch einmal. Wenn die alle folgen und einmal hier alle folgen, dass sie nichts da passen. Die Leute haben es so gut. Die sitzen da alle schön zu Hause und das ist wie Netflix für die, wenn wir auf einmal hier anfangen loszuknallen. Guck mal, wir regeln uns mit auf. Das ist heftig. Ja, natürlich, klar, wenn man sich das anhört, das ist Wahnsinn. Man will durchs Telefon kommen und die Leute wach rütteln. Und wir müssen den Herrn Jesus Christus annehmen, weil er gibt das ewige Leben. Ihr müsst schon einen neuen Geburt und sein. Und so wird das ewige Leben bekommen. All das Leben wegschmeißen, neues Leben beginnt. Für die Menschen, die es jetzt erkannt haben, macht es heute. Und auch, ihr könnt morgen sterben, wie die Leute, die es auch nicht erkannt haben. Sagt heute Gott, wer bist du? Was ist die Wahrheit? Was ist der Weg? Zeig es mir. Offenbar ist mir doch. Denn die Schrift sagt, wer aufrichtig mit Herzen sucht, so werde ich mich auch von ihm finden lassen. Wer sucht, wer findet, wer klopft den Weg geöffnet. Das will ich euch alle mitgeben, meine Lieben. Amen. Pablos, ich wollte auch noch ein paar Verse sagen, ja? Ja, bitte. Das heißt, ja, liegt hier noch was auf den Herzen? Nein, nein, ich wollte gerade rausgehen. Wenn Gott ist eben mein Bestes. Jo, ich auch, dann gehe. Was gut. Ja, Bruder, denn. Ja, das Wort Gottes sagt ja, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das Wort Gottes sagt auch hier, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch verlassen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht, solange sein Angesicht aller Zeit da ist. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir. Bittet, ich lese mehrere Verse, okay? Bittet, so werdet euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so werdet euch aufgetan werden. Und der Herr Jesus sagt ja auch hier in seinem Wort, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und ja, wie Bruder Pablo schon gesagt hat, ne, geht doch mal einfach mal auf eure Knie. Das kostet euch keine 20 Sekunden, 30 Sekunden. Einfach mal ein kurzes Gebet. Und ihr werdet die, ihr werdet Gottes Antwort bekommen. Gott lässt euch nicht in den Stich. Das ist ein Versprechen. Deswegen, es liegt also an euch, ne. Ihr habt den freien Wille, mit Gott zu sein oder ohne Gott. Ihr habt, ihr könnt euch entscheiden, ne. Aber dann wird auch abgerechnet werden. Aber ihr habt das Anrecht, ne. Ihr könnt ihn, ihr könnt ihn heute anrufen. Deswegen macht euch auf die Suche nach ihm. Amen. Oder mir kannst du ein wunderschönes Gebet machen, weil ich bin jetzt rotmüde. Ich bin auch schon übelst. Ich liege im Bett schon. Ich lese einfach. Lies was vor, Bruder Danny und dann. Bruder Danny, willst du ein Stream anmachen? Nein. Ich gehe jetzt. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Amen. Und dann sagt auch das Wort Gottes, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Denn wer mit den Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Amen. Leute, an die 400 Zuschauer, an die 400 Zuschauer, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Aber ich sage euch, Leute, die Hölle ist real. Die Hölle ist real, so wie der Himmel auch real ist. Wie wirst du eines Tages Gott begegnen? Deswegen komm ganz rein. Nimm dein Kreuz auf dich und folge dem Herrn tagtäglich. Dieser schmale Weg ist ein Leidensweg, aber glaub es mir am Ende, wenn wir diesen Weg gegangen sind, erwartet uns eine riesige Belohnung. Ich weiß, viele von euch haben jetzt Anfechtungen und Kämpfe, aber es gibt nichts Schöneres, diesen schmalen Weg mit Gott zu gehen. Dieser breite Weg, das ist der Weg des Teufels, der in die Verdammnis führt. Aber der schmale Weg muss jeder Einzelne von euch gehen. Jeder muss diesen schmalen Weg gehen und durch diese enge Tür gehen. Und ich hoffe, dass ihr alle auf diesem schmalen Weg seid und nicht abbiegt. Und dass jeder von euch sein Kreuz täglich auf sich nimmt und dass ihr keine Teilzeitchristen seid, sondern seid Vollzeitchristen. Der Herr ist der Bräutiger, wir sind die Braut und er hat einen Anspruch darauf. Deswegen sind, dass wir treu zu ihm sind. Deswegen, es ist sehr wichtig, auch nochmal von neu geboren zu werden, Leute. Johannes 3, Vers 3 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Leute, die Kindertaufe, die werde dich nicht retten. Oder wenn du in einer christlichen Familie hineingeboren bist, das werde dich auch nicht retten, sondern du musst dich entscheiden für den Herrn Jesus Christus. Ihn dein Leben zu geben, von neu geboren zu werden, ein Kind Gottes zu werden und dein Kreuz tagtäglich aufzunehmen und ihm zu folgen. Hört auf, euch selber was vorzumachen. Gott kennt eure Herze und eure Wege. Deswegen, prüft euch, ob ihr wahrhaftig echte Kinder seid. Geht nochmal ins Gebet, auch an die ganzen Atheisten jetzt, die hier zuhören. Geh auf die Knie und frage und suche diesen heiligen Gott. Du hast das Recht. Du hast einen Anspruch darauf. Du kannst heute ein Kind Gottes werden. Und wenn da jemand da draußen ein Waisenkind ist oder ein Weiser ist, der keine Familie mehr hat, Gott reicht dir die Hand und sagt, du kannst heute mein Kind sein und du bekommst eine himmlische Familie, die auf dich wartet oben. Also nimm ihn an und er liebt dich. Es liegt an dir. Amen. Ja. Meine Lieben, dann wende ich jetzt jetzt zu ihm bitte alle nochmal den Account folgen von mir, vom Bruder Daniel und vom Bruder Amir. Wir gehen jetzt auf jeden Fall schlafen. Gott segne euch und eure ganze Familie. Danke, dass ihr hier seid. Das ist schön. Wir wiederher euch alle segnen. Amen. Amen. Amen.